Die Wesen unseres Planeten Kapitel 1 Das Gesetz der Natur Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, welche sich in einer Welt zugetragen hatte, welche Harmonie nicht kannte. Eine Welt, welche im dauerhaften Konflikt existierte und vegetierte. Ein Konflikt, der von den Wesen des Planeten als gegeben betrachtet wurde. Es war ein simpler Konflikt zweier Gruppen. Tiere gegen Menschen. In einer getrennten Welt, in welcher ein Kontinent von Menschen dominiert und der Rest von ihnen unberührt war. Menschen und Tiere nahmen einander die Grundlagen des Lebens, Wasser, Nahrung und Lebensraum. Somit war ihre Todfeindschaft das Gesetz der Natur. Doch es gab einen einzelnen Menschen, der die Welt mit anderen Augen sah. Ein Mensch, der nicht an das Gesetz glaubte. Ein Mensch, der geleitet und mithilfe seines besten Freundes bereit war, alles zu ändern. Dies ist eine Geschichte, dies ist seine Geschichte. Eine Geschichte von Menschen und von Tieren. Es ist eine Geschichte über die Wesen unseres Planeten. Eine unbekannte Sicht vor 100 Jahren. Also willst du mir wahrlich helfen? Bist du dir da sicher? Mein neuer Freund nickte bloß als Antwort. Ich hoffe, du weißt, welche Ausmaße meine Mission hat. Wenn du mir wirklich helfen möchtest, wird jeder einzelne Mensch dein Feind sein. Wieder nickte er bloß. Gut, dann folge mir. Die Gegenwart. Ja, sonst nicht. Es begann alles an einem gewöhnlichen Tag auf Irylius, dem Kontinent des Eises. Dem Kontinent, auf welchem sich die meisten Menschen niedergelassen hatten. In einem kleinen Dorf, recht zentral auf dem Kontinent. Ein kleines Menschendorf mit einer großen Besonderheit. Und diese Besonderheit lief wieder einmal gemeinsam mit mir durch das Dorf. Ich? Mein Name lautet Jason. Ich bin ein normaler Bewohner dieses kleinen Dorfes. Was besonders ist, bin nicht ich, sondern mein bester Freund. Ecke? Der Wolf. Ja, ein Tier, inmitten eines Menschendorfes. Genau das war es, was nicht nur mein Dorf, sondern auch mich besonders machte. Ich hatte es geschafft, mich mit einem Tier anzufreunden. Dadurch, wie zahm und hilfreich Ecke war, war es mir gelungen, auch die anderen im Dorf davon zu überzeugen, dass er Teil der Gemeinschaft bleiben sollte, auch wenn nicht jeder einverstanden war. Mein Bruder zum Beispiel, Akadios, der Anführer unseres Dorfes. Er war einer der überzeugtesten Vertreter des höchsten Gesetzes. Der einzige Grund, aus dem er Ecke noch nicht verscheucht hatte, war, dass er eine Wette gegen mich verloren hatte, durch welche er mir das Recht einräumen musste, dass Ecke bleiben durfte. Aber wie konnte es überhaupt zu so etwas kommen? Wie konnten ein Mensch und ein Tier Freunde werden? Nun, zunächst war ich ohnehin nie ein Anhänger des höchsten Gesetzes, des Gesetz der Natur. Ich verstand nie, was war es, das einen derartigen Zwang zur Feindschaft erzeugen sollte. Menschen und Tiere lebten an den gleichen Orten und benötigten die gleichen Ressourcen zum Leben, doch muss sie das etwa zum Todfeinden machen? Letztlich wollen wir doch alle nur leben, oder etwa nicht? Und durch diese Einstellung handelte ich oft anders, als andere Menschen es würden. Unter anderem an dem Tag, an welchem ich im Wald beim Holzholen einen verletzten Wolf fand. Er sah wirklich schlimm zugerichtet aus, doch von einem Angreifer gab es keine Spur. Entgegen den Wünschen der anderen Dorfbewohner brachte ich ihn zu mir nach Hause und pflegte ihn gesund. Was anschließend passieren würde, wusste ich lange Zeit nicht. Doch als der Wolf aufwachte und im Verlauf der Tage wieder etwas auf die Beine kam, merkte ich schnell, wie freundlich das Tier wirklich war. Der Wolf, welchen ich schon bald Ecke nannte, schien wirklich dankbar. Ein Gefühl, welches viele andere Dorfbewohner von einem Tier nie erwartet hätten. Und genau deshalb glaubten viele auch nicht daran, wie freundlich Ecke wirklich war. Doch gerade dies gab mir eine Chance. Und ich ging eine Wette mit meinem Bruder ein. Wenn ich es innerhalb von zwei Wochen schaffen würde, mich mit Ecke anzufreunden und es zu schaffen, dass er dem Dorf irgendwie weiterhelfen könnte, dann dürfte er bleiben, insofern der Wolf selber es wollte. Dass dies der Fall war, hatte ich an diesem Punkt schon gewusst. Ecke schien keinen Gedanken daran zu hegen, wieder in die Wildnis zurückzukehren. Stattdessen blieb er bei mir im Haus. Und wie das Schicksal es wollte, schaffte ich es noch, nach nur einer Woche unser Dorf voranzubringen. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte. In unserer Welt haben manche Tiere Kräfte. Die Kraft der Elemente. Und Ecke war ein Wolf des Feuerelements. Mithilfe dieser Kräfte und einem Heizsystem, welches ich damit basteln konnte, schaffte ich es, ein kleines Gewächshaus zu bauen. In einer unwirtlichen, eiskalten Gegend, wie Irylius, war pflanzliche Nahrung rar. Die Möglichkeit, diese effektiv anzubauen, war ein riesiger Schritt. Ein Schritt, welcher ohne Ecke unmöglich wäre. Und dies sahen viele Dorfbewohner ein. Und letztlich musste es auch mein Bruder. Er war gezwungen einzuwilligen, dass Ecke nun ein Teil des Dorfes war. Versprochen war schließlich versprochen, auch für einen kriegerischen Anführer. Und seit jenem Tag wurde mein fälliger Freund zu einem festen Bestandteil meines Alltags. Auch an diesem Morgen waren wir wieder zu zweit unterwegs gewesen. Früh am Morgen wachte ich auf, während Ecke noch an seinem Lieblingsort im Haus schlief. Dieser Ort war die Wohnzimmerecke direkt neben dem Kamin. Von dieser hatte ich auch seinen Namen. Aufwachen tat er, wie oft, erst als er roch, wie ich einen Fisch über dem Feuer zubereitete. Ich selber aß zwar ungerne Fleisch oder Fisch, aber für ihn briet ich trotzdem jeden Tag ein. Es war Eckes Leibgericht, das fand ich bereits früh heraus. Und manchmal gefühlt auch der einzige Weg, ihn überhaupt wach zu bekommen. Sobald er dann wach war, rannte er mir wie jeden Tag rund 5 Minuten zwischen den Beinen herum, bis sein Fisch fertig war. Anschließend, nach unserem Frühstück, arbeiteten wir vormittags im Gewächshaus. Die Hauptarbeit fiel hierbei logischerweise mir zu, da Ecke doch nicht ganz so bewandert im Anpflanzen war wie ich. Aber er versuchte zumindest zu helfen. In der Regel führte er jedoch einfach dem Heizsystem wieder die nötige Wärme für den Tag zu. Am Nachmittag machten wir immer irgendwas anderes, je nachdem was gerade anstand. Meistens mussten wir uns dabei nach Akadios richten, der irgendetwas von mir wollte. Auch an diesem Tag war es wieder dasselbe Spiel. Ecke und ich waren für gefühlt 5 Minuten auf dem Dorfplatz, als er schon wieder etwas von mir wollte. Ja, Son, du traust dich also immer noch das Haus zu verlassen? Das Feuerholz hier im Lager ist fast leer. Geh mal in den Wald und hol ein neues. Höflichkeit stand für eine Person wie ihn natürlich vollkommen außer Frage. Aber ablehnen konnte ich schlecht. Also machten ich und Ecke uns mit einer Axt auf in den nahegelegenen Wald. Es gab nur ein kleines Areal, in welchem wir tatsächlich Bäume fällten. An dieser Stelle des Waldes wuchsen sie gut nach und hatten ein besonders brennbares Holz. Gleichzeitig war es recht leicht, was es für uns perfekt machte. Der größte Nachteil an diesem Teil des Waldes war die Leichtgläubigkeit vieler. Denn inmitten dieses Areals stand ein einzelner großer schwarzer Baum. Sein Holz wirkte nicht anders als das der anderen, außer des unterschiedlichen Farbtones. Doch trotzdem schienen die Bewohner des Dorfes sich gerade vor diesem einen Baum zu fürchten. Wieso verstand ich ehrlich gesagt nie und ich war auch schon mehrfach kurz davor gewesen, das Ding einfach zu fällen, da mit Ruhe war. Auch an diesem Tag hatte ich für rund zwei Stunden einfach nur Holz. Ecke konnte bei dieser Aufgabe leider außer moralischem Beistand nicht viel helfen, da der Plan tatsächlich war, das Holz erst im Dorf zu entzünden. Aber trotzdem war es schön, nicht alleine im Wald zu sein, auch wenn ich logischerweise keine Gespräche mit einem Wolf führen konnte. Wir hatten bereits einen ganzen Haufen an Holz angesammelt, als mir dieser dunkle Baum erneut ins Auge fiel. Und dies war der Tag, an dem ich letztlich genug hatte. Auch wenn Ecke mich merkwürdig ansah, als ich dorthin schritt, trat ich zu dem Baum und begann ihn zu fällen. Es war endlich Zeit, diesem abergläubischen Schwachsinn ein Ende zu setzen. Auch wenn ich nie an irgendwelche dunklen Kräfte oder ähnliches glaubte, schon gar nicht an solche in einem normalen Baum, machte mich Eckes Verhalten doch etwas nervös. Ich hatte ihn selten so erlebt wie in diesem Moment. Er hielt deutlichen Abstand zu mir und starrte ausdruckslos auf den Baum. Nun überkam auch mich langsam Zweifel, aber ich hatte bereits erste Schläge gesetzt, nur noch zu stoppen war Schwachsinn. Genau wie meine Sorgen, die sich breit machten. Also machte ich weiter, auch wenn mein schlechtes Gefühl weiter und weiter anwuchs. Je mehr Hiebe ich setzte, desto eher fühlte ich auch eine eigenartige Ausstrahlung des Baumes. Als würde die Dunkelheit aus seinem Holz strömen und in die Umgebung freigesetzt werden. Alleine da ich sie freisetzte. Und nach einigen weiteren Hieben, fiel der Baum. Und sein Holz verschwand einfach im Nichts. All die Arbeit umsonst. Sowohl Stumpf als auch Stamm verschwanden einfach. Und dort wo gerade noch der Stumpf war, waren nun Treppen zu sehen. Der Baum verbarg also tatsächlich ein Geheimnis. Und ich würde definitiv nicht umdrehen, ohne die Wahrheit noch herauszufinden. Ich gehe gucken, was dort unten ist, Ecke. Wenn du nicht mitkommen willst, dann warte einfach hier auf mich. Gut, ich bin gleich zurück. Außer einem nervösen Fiepen kam keine Reaktion vom Wolf. Also entschied ich mich, einfach die Treppen hinunter zu steigen. Die Wurzeln des Baumes waren hier in der Erde noch überall verankert und durchzogen die Wände der Treppe. Sonderlich tief nach unten ging es nicht, also kam ich bereits schnell in einem langen Gang an. Die großen Wurzeln an den Wänden blieben. Doch die Erde tauschte sich mit Steinwänden. Ich erkannte es schnell. An diesem Ort war eine Ruine verborgen, die wohl vor Jahrhunderten verloren gegangen war. Alle Wände waren voller Zeichnungen, welche ich betrachtete. An einer Wand war etwas zu sehen, das aussah wie ein Kreis. Im Kreis standen acht Tiere. In ihrem Zentrum war nichts als wildes Gekritzel. Einige der Tiere, welche auf diesem Bild zu sehen waren, hatte ich noch nie zuvor gesehen. Andere waren mir jedoch bekannt. Neben jedem Tier war zudem ein Symbol gezeichnet, welches eindeutig für ein Element stand. So gab es zum Beispiel einen großen Vogel, neben welchem ein Blitz zu sehen war. Auch ein Fuchs mit einem Blatt war zu sehen. Und was mir am meisten auffiel, war ein Wolf. Ein Wolf, neben dem eine Flamme eingezeichnet war. Es erinnerte mich natürlich an meinen Freund. Auch ein zweiter Wolf war dort, was mich etwas verwirrte. Dieser hatte jedoch eine ganz andere, eine grell-weiße Farbe. Ich entschied mich, dem Gang weiter zu folgen. Wobei ich auf ein anderes Bild stieß. Auf diesem waren viele Menschen zu sehen. Und wieder derselbe Wolf wie auf dem vorigen Bild. Er schien tatsächlich auf der Seite der Menschen zu stehen. Da beide Seiten einen gemeinsamen Feind hatten. Denn ihnen gegenüber stand auf dem Bild ein sehr eigenartiges Tier. In Legenden hatte ich bereits davon gehört. Es war ein Einhorn. Eine Art Pferd mit einem großen Horn am Kopf. Und auf diesem Bild schien es gleichzeitig zu leuchten. Hell wie die Sonne. Und doch Schatten zu tragen, dunkel wie die Nacht. Allein auf die Zeichnung dieses Tieres zu blicken, ließ ein Schauer durch meinen Körper zucken. Deshalb zog ich weiter. Das Ende des Ganges inzwischen fest im Blick. Nur ein einziges, letztes Bild lag noch vor dem großen Saal am Ende des Ganges. Dieses Bild zeigte alles, was ich bereits gesehen hatte. Menschen standen Tieren gegenüber. Genau den acht Tieren des eigenartigen Kreises. Doch über den beiden streitenden Parteien schwebte noch immer das höchste Wesen. Das Einhorn. Es schwebte in der Zeichnung direkt in der Sonne und strahlte noch einmal mehr Macht aus als zuvor. Nahezu unleserliche Schrift stand unter dem Bild. Ich konnte nur manches entziffern. Der Hoffnungsbringer. Krieg zwischen Menschen und Tieren. Ewige Harmonie. Durch einen unzahlbaren Preis. Dies war alles, was ich entziffern konnte. Jedes Bild warf mehr Fragen auf. Auf keine schien es eine Antwort zu geben. Aber noch war ich nicht im Zentrum des Ortes. Der große Hauptsaal lag noch vor mir. Und dort erhoffte ich mir die Antworten auf meine Fragen. Und ich würde finden, was ich nie gesucht hatte. Kapitel 2 Nicht-Menschen hätte diese Ruinen errichten und die Zeichnung an den Wänden anfertigen sollen. Und der wahre Schatz, das wahre Zentrum der Ruinen lag hier in diesem großen Raum. Eine schier endlose Kraft schien von diesem Gegenstand auszugehen. Ein einzelner, kleiner, steinerner Schmetterling. Platziert auf einem großen Altar. Mitten im Zentrum dieses Ortes. Befand sich so ein kleiner, scheinbar unbedeutender Gegenstand. Doch ich spürte genau, welch eine Kraft ihn durchfuhr. Welch eine Geschichte doch bereits hinter ihm steckte. Und auch wollte ich wissen, was genau dieser Gegenstand nun war. Und deshalb näherte ich mich ihm an und entfernte ihn von seinem Podest. Auf welchem er vielleicht jahrhundertelang geruht hatte. Doch kaum war ich aus dieser Trance erwacht, den Steinschmetterling in der Hand. Begann der Fels langsam zu bröseln. Kleine Staubwolken flogen in die Luft, als der Schmetterling in meiner Hand begann zu leben. Pechschwarz offenbarte sich die Haut des Insekts. Doch durchzogen von Wehen in den Farben des Regenbogens. Nie zuvor hatte ich so etwas gesehen, es mir überhaupt vorstellen können. Doch nun flog auf der Stelle, knapp über meiner Hand, ein kleines Insekt, welches sich aus einem ewigen Schlaf erweckt hatte. Und mit dem Schmetterling erwachte auch eine Stimme, welche klang, als würde sie aus meinem Kopf selber hervordringen. Bin ich endlich befreit aus meinem endlosen Schlummer? Welche unwissende Seele hat mir die Freiheit geschenkt, nach welcher ich schon so lange trachte? Nun erst schien das übernatürliche Etwas seinen Blick auf mich zu lenken. Ein Mensch! Ein Mensch! Die Erschaffer meines ewigen Gefängnisses wandeln immer noch auf der Höhle der endlosen Kugel. Doch nun bin ich zurück Menschen und werde die Harmonie erzwingen, welche ihr schon vor Jahrhunderten ablehntet. Ich verstand nicht, was mit mir geschah, als die Welt um mich herum begann zu kreisen. Zumindest fühlte ich mich als täte sie dies, als würden Raum und Zeit verzehrt werden. Bei dem Wesen, was auch immer es nun sein sollte. Was ich nun tun sollte, war mir jedoch ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich hatte ja nicht einmal eine Ahnung, was das hier war. Nur, dass das Wesen nicht mein Freund sein wollte, war mir bereits aufgefallen. Allerdings wirkt es auch nicht, als würde mir irgendeine Chance bleiben, mich zur Wehr zu setzen. Sofort griff der dunkle Schmetterling mich an, mit seltsamen Schallwellen, welche ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie verwundeten mich zwar nicht wirklich, aber sie bewegten das mir immer und immer schwindeliger wurde. Dadurch verlor ich mehr und mehr die Orientierung, bis ich einmal andere Geräusche wahrnahm. Diese neuen Geräusche waren mir nicht unbekannt. Ein wütendes Bellen, offensichtlich zwischen mir und dem Schmetterling. Ecke musste gespürt haben, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Und wenn er so etwas spürte, dann gab es für ihn kein Halten. Jedoch machte ich mir durchaus Sorgen. Was sollte denn Ecke gegen so ein Monstrum anrichten können? Doch schnell zeigte sich. Seine bloße Anwesenheit wäre genügend, um die Feindseligkeit des dunklen Wesens schwinden zu lassen. Rubin, du bist am Leben und du schützt diesen Menschen. Ecke wirkte nicht weniger verdutzt als ich und bellte den Schmetterling an. Was mir schnell klar wurde, das Wesen verstand ihn und sprach meine Sprache. Der finstere Schmetterling beherrschte die Sprache von Mensch und Tier. Wie meinst du das? Wer Rubin ist, einherst du dich etwa nicht? Unverständnis zeigte sich auf dem Gesicht meines Freundes ab. Zwar schien der Schmetterling nicht daran interessiert, irgendetwas genauer zu erklären. Glücklicherweise jedoch auch nicht daran weiter anzugreifen. Nun gut, wenn es so ist, dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Auch wenn es in meiner Seele schmerzt. Ich kann zugeben, wenn meine Ideale die falschen sind. Dann entschuldige ich mich, Menschenjunge. Du scheinst sehr besonders zu sein. Dass ein Tier dich als Freund akzeptiert. Was auch immer die Hintergründe und Intentionen dieses Wesen waren. Offensichtlich wusste selbst er vom Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Kurz blieb das Wesen stumm, bevor es fortfuhr. Wenn ich mich wirklich getäuscht habe. Wenn Menschen und Tiere wirklich Freunde sein können. Dann besteht Hoffnung. Dann besteht Hoffnung, dass ich doch noch Frieden bringen kann. Rubin, Menschenjunge. Ich denke, ich habe eine Mission für euch. Ich bin ein Wesen aus der düstersten Vergangenheit dieser Welt. Viele Menschen bezeichnen mich in ihren Legenden als den Todbringer. Die Legende über den Todbringer hatte auch ich schon gehört. In meinem Dorf heißt es, dass er ein finsterer Gott gewesen sei. Welcher die gesamte Menschheit habe vernichten wollen. Welcher jedoch von einer Gruppe Helden geschlagen wurde. Anscheinend war die gesamte Legende nun wahr. Doch der Todbringer Rondo war nicht gestorben. Sondern in diesen Ruinen versiegelt worden. Und nun war er wieder frei. Aus ihrer Sicht stimmt das wohl auch. Ich bestreite keine meiner Taten. Mein Ziel war es, alle Menschen zu vernichten. Um die ewige Nacht zu verhindern. Die Nacht, die entsteht, wenn die Sonne erlischt. Da diese Welt nicht zu harmoniefähig ist. Deshalb wollte ich die Menschen ausrotten. Sie sind die Erschaffer des Gesetzes der Natur. Sie sind diejenigen, die die Harmonie dieser Welt so sehr stören. Doch nun, wo ich euch sehe, Besteht wohl doch Hoffnung auf Harmonie mit den Menschen. Deswegen, auch wenn ihr beiden mir wohl kein bisschen vertraut. Würdet ihr helfen, dabei endlose Harmonie zu bringen, ohne dass jemand dafür sterben muss. Solche Situationen waren aus alten Geschichten altbekannt. Ein wahrhaftiger Deal mit dem Teufel. Doch ich musste zugeben, gerade da ich selber ein Gegner des Gesetzes der Natur war, klang die Geschichte für mich tatsächlich glaubhaft. Außerdem war es, wenn ich ablehnte und er dann einfach wieder versuchen würde, die ganze Menschheit zu vernichten. Doch bevor ich mich entschied, musste ich auch wissen, was Ecke dachte. Dieser erwiderte meinen unentschlossenen Blick schlicht. Auch er wusste nicht, ob er Rondo Glauben schenken sollte oder nicht. Doch ehrlich gesagt, der Fakt, dass Ecke nicht völlig dagegen war, reichte mir. Gut. Ich würde dir helfen, wenn du mich erst in den Plan einweist. Auf meine Zusage hin, welte auch Ecke offenbar ebenfalls zustimmend. Ideal. Ich wusste, dass ich auf euch zählen könnte. Und ich habe bereits einen Plan ausgedacht. Und zwar brauchen wir die Hilfe einer antiken Gottheit. Dem Hoffnungsbringer. Er ist der Gott der Harmonie. Der jedoch mit der Schwächung der Sonne selber verschwand. Gleichzeitig ist er jedoch der Einzige, der den Frieden wahrlich wiederherstellen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel, Rubin und... Jason. Rubin und Jason. Was wir für die Rückkehr des Hoffnungsbringers brauchen, sind acht Elemente. Ein Tier für jedes von ihnen. Und als Zeichen der Harmonie braucht es auch die Macht und Zustimmung eines Menschen. Wenn wir all dies am Berg der Sonne ansammeln würden, könnten wir ihn wieder zu uns rufen. Und der Hoffnungsbringer kann die Harmonie, kann sein Element bringen. Also kehrt für heute in eure Heimat zurück. Ich spüre Tiere auf, zu denen wir ab morgen gemeinsam reisen werden. Wir werden sie dazu bringen, uns zu begleiten und... damit endlich Frieden bringen. Ehrlich gesagt kam es für mich sehr überraschend, als Rondo sagte, dass er uns tatsächlich begleiten würde. Irgendwo machte es ihn in meinen Augen jedoch auch vertrauenswürdiger. Irgendwo im Unterbewusstsein misstraute ich Rondo auch immer noch, was wohl auch nur natürlich war. Außerdem behielt er viele Geheimnisse. Doch vielleicht würden wir manches auf der Reise erfahren. Doch für den Moment blieb uns nichts übrig, außer ins Dorf zurückzukehren und auf den folgenden Tag zu warten. Manche würden sich vielleicht Sorgen machen, wie ich mein Verschwinden mit den anderen im Dorf regeln sollte, doch für mich war es eindeutig. Sie würden kein Wort erfahren. Ich würde unbemerkt verschwinden und... vermutlich würde mich sowieso niemand vermissen. Und über Ecke's Verschwinden wären sie doch sowieso alle froh. So verließen Ecke und ich die antiken Ruinen, Rondo schon lange aus dem Blickfeld. All unser Holz lag noch unberührt da. Ich nahm mir so viel davon, wie ich konnte und die letzten paar Stücke nahm Ecke. Oder... Rubin? Es war wirklich seltsam. Woher kannte Rondo diesen Namen? Vielleicht war es Eckes echter Name, den ich nur nicht kannte, weil ich ihn nicht verstehen konnte. Das würde aber auch nicht erklären, weshalb das mystische Wesen ihn offensichtlich kannte. Gleichzeitig schwitten auch immer noch einzelne Zweifel in meinem Kopf herum. Wie sollte es auch sonst sein? Immerhin kooperierte ich nun mit dem Wesen, welches in alten Legenden immer als der Teufel höchst selbst präsentiert wurde. Doch trotzdem schenkte ich ihm Vertrauen. Mehr Vertrauen als vielen meiner Mitmenschen. Und das alleine, da auch er eine Wahrheit sah, die den Menschen zu oft verborgen bleibt. Die Wahrheit über das Gesetz, welches Menschen einst erschufen. Alleine um ihren unnötigen Hass zu rechtfertigen. Bald kamen wir wieder im Dorf an und verstauten das Holz. Ich schob das Holz des schwarzen Baumes etwas nach unten im Haufen, damit den anderen nicht so schnell auffiel, dass es da war und damit logischerweise, dass der dunkle Baum gefällt worden war. Dass bereits langsam Abend wurde, war es auch bereits Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren, um noch etwas im Gewächshaus zu arbeiten, bevor es Zeit wurde, den Tag zu beenden. Und genau das taten wir auch. Doch es fiel mir schwer, tatsächlich Schlaf zu finden. Zu viele Gedanken schwirrten durch meinen Kopf und ich fühlte mich wirklich nicht gut. Je mehr ich versuchte zu schlafen, desto düsterer die Gedanken in meinem Kopf. Je müder ich wurde, desto vernebelter wirkte Wahrheit und Menschlichkeit. Doch letztlich schlief ich ein. Nur um durch einen plötzlichen Schmerz mitten in der Nacht geweckt zu werden. Es fühlte sich an, als würden alle Sünden der Menschheit auf einmal auf mich einschlagen. Und dann weckte mich eine Stimme. Alles okay bei dir? Langsam öffnete ich meine Augen. Wer war diese Stimme? Sie kam mir absolut nicht bekannt vor. Und irgendwie wirkte sie seltsam. Aber ich konnte selber nicht sagen, wieso da inwiefern. Doch als ich langsam begann, die Welt um mich herum wahrzunehmen, realisierte ich erst wahrlich, was geschah. Alles wirkte auf einmal so groß. Mein ganzes Haus, meine Einrichtung und Ecke. Ecke, der anscheinend die Quelle der Stimme war. Bist du wach? Du scheinst ziemlich gelitten zu haben. Was zur Hölle ist hier los? Ecke? Also wirklich, ich habe gesehen, dass ein Fuchs auf der Couch lag, wo du sonst immer schläfst, Jason. Und ich habe schon vermutet, dass vielleicht ein Fuchs, wovon redest du? Und noch wichtiger, wie kannst du mit mir reden? Egal, wie seltsam es wirkt, aber Jason, du bist kein Mensch mehr. Du bist ein Fuchs, eine Tierart, ausgestattet mit dem Pflanzen-Element. Ich war ein Tier? Aber wieso? Hatte etwa Rondo hier seine Finger im Spiel? Hatte er mich verwandelt? War dies auch der Grund, weshalb ich so schlecht einschlafen konnte und so unsaft erwacht bin? Es ergab alles so wenig Sinn. Es gab so viele Fragen und so wenige Antworten. Und vor allem gab es ein großes Problem, wie mir schnell klar wurde. Warte, wenn ich ein Tier bin und eure Sprache spreche. Die Dorfbewohner erkennen mich nicht und ein fremdes Tier in ihrem Dorf. Wir müssen weg. Jetzt. Und wohin? Egal, wie sehr ich nachdachte, es schien nur eine logische Antwort zu geben. Ich denke auf die Reise. Auf die Suche nach den Tieren, der acht Elemente. Kapitel 3 Die Reise beginnt Der Mond stand draußen noch hoch am Himmel. Das gesamte Dorf war ruhig und dunkel, sodass Ecke und ich problemlos flüchten konnten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ehrlich gesagt nahm ich die Lage besser hin, als ich von mir selbst erwartet hätte. Ich sah nicht wirklich Nachteile an dieser neuen Form, deshalb fiel es mir logischerweise nicht schwer, zu dem ich mit Menschen ja sowieso weniger sympathisierte. In Gedanken war ich schon ziemlich darin vertieft, die Talente dieser Form herauszufinden, um damit die Reise zu erleichtern. Immerhin hatte ich als Tier offensichtlich auch ein Element, laut Eckes Aussage die Pflanzen. War dies vielleicht auch der Grund, weshalb Rondo mich in ein Tier verwandelt hatte? Damit ich eines der nötigen Wesen für den Kreis werden könnte? Dass Rondo hinter dieser Sache steckte, war für mich ehrlich gesagt bereits ziemlich sicher. Eck und ich waren beide sehr ruhig, als wir das Dorf verließen. Man könnte meinen, dass wir schier endlos viel zu bereden hätten. Nun, wo auch ich ihn endlich verstand und eigentlich war das auch der Fall. Aber es war einfach seltsam und ungewohnt. Wir kannten uns nun rund zwei Jahre und hatten nie wirklich miteinander reden müssen, um uns zu verstehen. Es wirkte einfach, als wäre es vollkommen unnötig überhaupt die Möglichkeit zu haben. Wozu? Wir hatten es nie gebraucht. Doch als wir uns langsam vom Dorf entfernten, fiel mir zumindest eine Frage ein, welche Ecke mir nun endlich beantworten könnte. Sag mal, was ist denn eigentlich dein echter Name? Rubin, so wie Rondo es gesagt hat? Ich war verwundert, als Ecke tatsächlich nach einer Antwort suchen musste. Also vielleicht. Ehrlich gesagt, als du mich damals gefunden hast, hatte ich keine Erinnerung an irgendetwas. Alle Erinnerung, die ich habe, stamme aus meiner Zeit mit dir. Deswegen ist auch Ecke der einzige Name, den ich kenne. Vermutlich hieß ich einst Rubin, sonst würde Rondo das nicht sagen, aber mit Sicherheit kann ich dir das nicht verraten. Wo Ecke bereits vom Teufel sprach. Aus Sicht vieler Menschen wortwörtlich. Erschien Rondo ebenfalls auf der Bildfläche. Ich sehe, ihr beiden seid bereit zum Aufbruch. Und wie gefällt dir deine neue Form, Jason? Damit hat er auch noch einmal bestätigt, dass sie in Wahrheit sein Werk war. Große Probleme habe ich diese Form gegeben. Das hat zwei Hauptgründe. Einerseits erfüllst du so eines der acht Elemente. Somit müssen wir durch Rubins Feuer nur noch sechs finden. Außerdem habe ich keine Lust, auf der Reise die ganze Zeit einem Menschen gegenüber zu treten. Das würde ich glaube ich nicht ertragen. Das zweite dieser Argumente basierte eindeutig auf persönlichen Gefühlen, was mir jedoch relativ egal war. Diese neue Form gefiel mir bis hierhin eigentlich ganz gut, deshalb würde ich mich nicht beschweren. Doch gleichzeitig zeigte es für mich auch ein Teil der Persönlichkeit Rondos auf. Er war anscheinend nicht ganz so kühl und berechnend wie ich ihn zunächst eingestuft hatte, wenn er tatsächlich bereit war, derart große Entscheidungen auf Basis seiner Emotionen zu treffen. Es war vermutlich nicht ungewöhnlich, dies nicht sofort zu erwarten, sobald man ein Wesen wie Rondo sah. Doch es stärkte weiter mein Gefühl, dass er vielleicht in Wahrheit tatsächlich ein gutes Wesen war. Diese Reise würde es eindeutig beweisen, das wusste ich jetzt bereits, auch wenn es jetzt erst los ging. Nun gut, das erste große Ziel wird die Küste dieses Kontinents werden. Dort erwartet euch der Vertreter des Wasserelements. Wir brechen am besten sofort auf. Wir taten genau was er sagte und begaben uns schnell in Richtung der Küste. Vermutlich wären wir schneller gewesen, wenn ich bereits Zeit gehabt hätte, mich an diese Gestalt zu gewöhnen, aber auch so ging es gut voran. Die Sonne ging bereits langsam auf und das Dorf entfernte sich weiter und weiter hinter meinem Rücken. Sobald ich an diesen Ort zurückkehrte, würde alles anders sein. Diese Welt würde ein anderer Ort sein und ich war direkt an der Veränderung beteiligt. Großes Stand bevor, das wusste ich genau. Doch an diesem Punkt waren wir noch lange nicht angekommen. Zunächst stand eine große Reise bevor, auf der ich viele neue Wesen treffen würde. Und ich wusste dass es helfen würde sie alle best möglich zu kennen und genau damit wollte ich jetzt bereits anfangen. Sag mal Rondo wieso hast du eigentlich damals die Menschen direkt bekämpft? Warum hast du ihnen nicht die Wahrheit über die ewige Nacht erzählt? Was interessiert dich das? Wenn wir so eine große Reise antreten wie das hier möchte ich dich zumindest ein wenig kennen und vielleicht erspart uns diese Frage auch einiges kurz wirkte der Schmetterling unentschlossen ob er mir eine Antwort geben sollte entschied sich jedoch dafür denkst du wirklich ich hätte es nicht einmal versucht auch wenn eure Legenden es nicht so aussehen lassen ich greife nie zu radikalen Mitteln solange ich noch irgendwie eine andere Möglichkeit sehe aber denkst du wirklich dass man mit Verstand gegen Wahn ankommen kann ich hatte versucht es ihnen zu erklären doch sie stempelten mich sofort ab als einen dunklen Propheten der nichts als Tod mit sich bringt Todbringer sagen sie mit nichts kann ich mich schlechter identifizieren aber was dann geschah wisst ihr sie versiegelten mich bis ihr beiden mich wieder befreit habt auch wenn dein auftreten wirklich eine überraschung war wie soll ich dich eigentlich inzwischen nennen ecke oder rubin diese frage hatte ich mir ehrlich gesagt bisher noch gar nicht wirklich gestellt ich war einfach davon ausgegangen dass ich ihn weiter ecke nennen würde ich denke ich werde versuchen mich an rubin zu gewöhnen es scheint ja mein echter name zu sein ecke behalte ich wohl eher als spitzname du kannst mich rück also noch so nennen jason aber woher kennst du eigentlich meinen echten namen wenn ich selber mich nicht an ihn erinnern kann nun ich denke das erkläre ich zu einer anderen Zeit aber was ich sagen kann unreal wie es wir sind uns bereits vor meiner versiegelung begegnet vor der versiegelung das konnte nicht stimmen egal wie man es drehte und wendete zumindest laut den legenden war rondo bereits vor mehr als 100 jahren in seinem gefängnis gebannt worden so alt konnte ein wolf niemals werden und vor allem ecke war es nicht ecke war vielleicht 5 oder 6 jahre alt also auch nicht sonderlich alt für einen wolf allerdings war mir alleine durch rondos ausstrahlung bewusst dass es keinen sinn hätte weiter nach zu fragen antworten würden wir heute keine mehr bekommen es dauerte eine ganze weile bis langsam endlich die küste in unser sichtfeld kam die sonne hatte ihren zenith schon lange überschritten und war bereits kurz davor wieder hinter dem wasser erfüllten horizont zu verschwinden von allem was rondo würden wir diese wassermassen wohl überqueren eine welt bereisen die meines wissens nach seit jahrhunderten kein mensch erblickt hatte ich wusste nicht einmal ob jemals ein mensch dort gewesen war fünf andere kontinente alle bewohnt von tieren die vorstellung wirkte unglaublich wenn all diese kontinente alleine von tieren bewohnt waren müsste es dann nicht so viel mehr Tiere geben als Menschen müssten die Menschen nicht in einer unfassbaren Unterzahl sein wenn ein wahrer Krieg ausbrechen würde würden die Menschen nicht haushoch verlieren könnte die technische Weiterentwicklung meiner spezies doch all diese Gedanken mussten nun Platz machen das Ziel dieser Reise war nicht einen Krieg zu gewinnen sondern ihn auf friedliche Weise zu lösen für immer und unseren ersten Mitstreiter für diese Mission sollten wir irgendwo hier an der Küste treffen wo genau müssen wir hin Rondo was hast du dem ersten gesagt wo wir uns treffen Denkst du wirklich ich könnte irgendwem einfach sagen sei morgen mittag bitte hier das widerspricht all meinen Prinzipien und funktioniert außerdem sowieso nicht ich glaube die meisten der Tiere die wir antreffen werden werden wir selbst wenn wir ihnen begegnen erst überzeugen müssen wunderbare Aussichten gleich vom ersten Moment an aber ich hatte das ehrlich gesagt auch bisher noch gar nicht bedacht viele Tiere waren wohl bisher nie mit einem Menschen in Kontakt gekommen würden sie wirklich bereit sein für einen Krieg zu reisen in den sie nicht einmal verwickelt waren ich und ecke waren hier weil wir beide direkt von alledem beeinflusst waren aber andere Tiere und doch bräuchten wir alle Elemente eine unbekannte Sicht vor 100 Jahren in mitten einer kleinen Höhle im Untergrund lagerte ich für die Nacht der Krieg ging gut voran nicht nur fielen jeden Tag mehr der gottlosen Menschen auch ihr Fokus verlagerte sich seitdem ich den Kampf begonnen hatte starben weniger Tiere als je zuvor und viele von ihnen dankten es mir die Welt der Tiere stand wirklich zu großen Teilen auf meiner Seite doch niemand tat es so eng wie meine rechte Hand gerade in dieser Nacht kletterte er wieder hinab in die Höhle den Speer eines Menschen in seinem Maul du hast wieder einen erwischt sehr gute Arbeit komm geselle dich zu mir die Gegenwart ja sonst nicht wir entschieden uns der Einfachheit halber einfach an der Küste entlang zu wandern als Vertreter des Wasserelementes war es ja relativ gegeben dass unser potenzieller erster Begleiter im Wasser lebte somit war unsere Chance so auf ihn zu treffen die höchste die wir erreichen könnten und tatsächlich es dauerte nicht lange bis Ronde uns auf etwas aufmerksam machte dort drüben seht ihr das Wasser die Spuren die Macht mit welcher es bewegt wird die schiere Kraft der Wasserbändigung was er meinte war schwer zu übersehen Liter an Wasser wurden von einem Wesen welches unter Wasser am Schwimmen war verdrängt und in die Höhe geschleudert bereits dieser Anblick sorgte bei mir für Gänsehaut war das da unser erster Begleiter nach diesem Bild zu urteilen musste es sich um ein wahrhaftiges See Ungeheuer handeln mit so einem Wesen könnten wir doch niemals im Leben auf einem Level kommunizieren die Fontänen kamen näher und näher bis sie direkt vor uns am Ufer in die Höhe strömten doch noch schien das geheimnisvolle Wesen sich nicht offenbaren zu wollen ein paar Ehrenrunden zur Präsentation seiner Macht drehte es noch bevor es schließlich in hohem Bogen mehrere Meter hoch aus dem Wasser sprang mit einer kunstvollen Schraube landete das grazile Wesen und offenbarte seine weniger grazile Form er geschieht nicht überrascht zu sein als ich doch ehrlich gesagt war ich sehr froh darüber dass es kein riesiges See Ungeheuer war Hallöchen Freunde ihr müsst diejenigen sein von denen ich im Traum die Stimme gehört habe und wie war mein Auftritt wie fandet ihr es Ecke fand seine Fassung im Angesicht dieses doch eher breit gebauten Wesens schnell wieder also ich fand super nur die Landung war etwas unsauber 9 von 10 Punkten von mir tatsächlich wirkte unser neuer Freund etwas enttäuscht immer die Landung ich trainiere schon seit Wochen aber die bekomme ich einfach nicht hin schnell besserte sich seine Laune aber egal ich bin das Walross schwimmbar Künstler und leidenschaftlich rund wer seid ihr meine Freunde diese zwei Fälligen da sind Rubin und Jason die ersten zwei Mitglieder der Gruppe ich bin Rondo derjenige der dich hier einberufen hat du bist Rondo ich dachte du wärst sowas wie ein Halbgott oder so siehst aber eher nach einer Zwischen Mahlzeit aus isst mir etwas mehr du kannst es gut vertragen glaub mir wenn es um Essen geht bin ich Experte meine Überraschung hielt sich weiterhin doch wirklich im positiven Sinne ich hatte Rondo ehrlich gesagt nicht zugetraut jemanden mit Humor und einer entspannten Persönlichkeit für diese Mission einzuberufen Ich hätte eher gedacht dass er auf kühle Persönlichkeiten wie sich selber setzen würde als könnte er meine Gedanken lesen antwortete er tatsächlich auch auf diese Überlegung was wir auf dieser Reise brauchen ist ein gut gemischtes Team das erhält die Dynamik aufrecht und ist somit genau das was wir brauchen und ich bin auch nicht so emotionslos und humorlos wie man es vielleicht denken mag und win es gibt nun mal spezies die nicht gerade an den körper umfang deiner herankommen da ist trotzdem noch was drin glaub mir kumpel ich bin experte gilt übrigens auch für euch beide gerade du fuchs wer von beiden bist du ich bin jason freut mich sehr komischer name aber gleichfalls aber gerade du könntest mit was mehr auf den Rippen vertragen kommt ich lade ich reisen wie wärs ecke war definitiv dafür das wusste ich ja ich war persönlich eigentlich kein freund von fisch doch ich bemerkte irgendwo auch dass win recht hatte ich hatte wirklich einen riesen hunger aber ich wusste dass rondo sowieso keine zeit verlieren wollen würde gut dann besprechen wir dann den plan aber ich esse nichts von dem zeug ob du willst oder nicht nun ich kannte rondo offensichtlich wirklich nicht so gut wie ich hoffte und vor allem nicht so gut wie ich müsste um ein recht zu haben ihn zu bewerten man sollte wohl wirklich nie jemanden nach den ersten eindrücken bewerten so so machten wir uns also zu einer kleinen höhle direkt an der küste auf in welcher win anscheinend bisher erwartet hatte uns zu treffen denn es lag schon eine ganze menge an fisch hier bei seiner einstellung war ihm wohl auch klar gewesen dass seine neuen freunde recht wenig auf den Rippen hätten unser erster Kumpan war wirklich anders als ich erwartet hätte und auch wirklich ein seltsames wesen und doch wusste ich jetzt schon dass er diese reise definitiv bereichern würde kapitel 4 wo noch nie ein mensch gewesen ist so fanden wir uns als die sonne am höchsten stand in vins kleiner höhle wieder und aßen wenn in meinem fall auch etwas zögerlich etwas von seinem fisch rondo war völlig uninteressiert stattdessen war es für ihn die höchste priorität einen plan für unsere weiter reise aufzustellen allerdings war ich offensichtlich nicht der einzige dem es etwas schwer fiel sich auf all seine trockenen theorien zu konzentrieren also das mehr wird für uns kein problem werden darum müssen wir uns nicht kümmern auf der anderen seite erreichen wir dann einen anderen Kontinent Perinium er ist Irylius eigentlich recht ähnlich nur wärmer also viel Spaß euch beim ungewöhn ironischerweise treffen wir dort als erstes auf die Vertreterin des Eiselementes fragt mich nicht was sie dort macht den Teil mit dem Meer hatte ich ehrlich gesagt nur mit einem Ohr gehört da mein Fokus eher auf dem Gespräch mit unserem neuen Freund lag anschließend war mein Fokus jedoch größer gewesen groß genug damit ich Schlüsse ziehen konnte aus dem was ich bisher erlebt hatte und vor allem aus dem was ich gesehen hatte denn erst durch Vince Auftritt wurde mir wirklich bewusst die große Zeichnung in den Ruinen in welchen Rondo versiegelt war diejenige auf welcher viele Tiere und Elemente in einem Kreis gesammelt waren war anscheinend kein Zeichen der Vergangenheit sondern der Zukunft oder jetzt Gegenwart der Wolf sah Ecke so ähnlich da er es wirklich war der Fuchs auf der großen Zeichnung war ich selber auch Win erkannte ich wieder aus meinen Ernährungen konnte ich mir so erschließen wer wohl die Vertreterin des Eiselementes war sie ist eine weiße Wölfin oder ich erinnere mich an die Zeichnungen tatsächlich Victorondo ausnahmsweise mal zufrieden mit mir tatsächlich da hast du recht Jason wenn du es ganz genau wissen willst sie ist eine Polar Wölfin sie lebt im Wald auf Perinium also nicht weit weg von der Küste wir dürften sie dort relativ früh treffen bei der Erwähnung meines Namens blickte Win wieder recht interessiert erst jetzt fiel mir auf er wusste ja gar nichts davon dass ich eigentlich ein Mensch war doch ehrlich gesagt nun wo ich darüber nachdachte wirkte es irgendwie sinnvoll es dabei zu belassen Rondo hatte es selbst schon angedeutet es war durchaus möglich dass mancher unserer begleiter menschen in einem sehr schlechten licht sahen deshalb war es wohl besser wenn dieses geheimnis zumindest vorerst in unserem kreis der originalen drei blieb sag mal wo kommt ihr eigentlich alle genau her ich habe euch noch nie an der Küste gesehen ihr stammt aber von diesem Kontinent oder Win riss mich mit dieser frage aus meinen gedanken und irgendwie auch nicht denn entweder musste ich ihm nun mitteilen wer ich wirklich war und woher ich kam oder ich müsste ihn anlügen ecke hatte allerdings bereits seine pläne geschmiedet und offensichtlich hatte er denselben gedankengang wie ich jason kommt aus dem wald ich komme aus dem menschendorf aus dem menschendorf aber wie das denn von allem was ich gehört habe wundere nicht menschen würde es sonst so heißen schwach kopf einerseits war rondo nicht gerade sehr freundlich andererseits gab er meine gedanken doch ziemlich genau wieder stimmt da hast du recht aber wie kann das denn sein warum haben dich die menschen nicht vertrieben das ist eine lange geschichte aber ich habe tatsächlich bei menschen gelebt bevor diese reise begonnen hat sie sind nicht so herzlos wie viele tiere denken ohne diesen menschen wäre ich definitiv nicht mehr am leben kurz kehrte stille ein weder rondo noch ich schienen irgendetwas dazu sagen zu wollen und win wirkte zum ersten mal tatsächlich nachdenklich aber warum gibt es diesen krieg warum kämpfen menschen und tiere immer gegeneinander wenn sie sich doch vertragen könnten eine frage die ich mir selber schon mehr als oft genug gestellt hatte doch dadurch wie oft ich sie mir wirklich gestellt hatte hatte ich für mich selber auch eine antwort gefunden zumindest eine antwort die in meinen augen sinn ergab weil sie einander nicht verstehen so wie rubin und der mensch es taten und durch diese verständnislosigkeit sehen beide seiten nur wesen die dasselbe essen wie sie essen und auf dem selben land wie sie leben beide parteien sehen also konkurrenten die der eigenen gruppe die lebens grundlage nehmen deswegen sehen sie einander als feinde auch rondo schien dieses mal in gedanken versunken wenn also theoretisch menschen und tiere voneinander abgegrenzte eigene länder hätten würde es keinen krieg mehr geben nun dies ist schwer umsetzbar dafür sind menschen zu verbreitet und tiere ebenfalls menschen sind zu verbreitet ich dachte menschen gäbe es nur auf irilius zwar hatte rondo keine augen aber trotzdem fühlte ich mich als würde er mich intensiv anstarren du denkst wirklich dass es nur auf irilius menschen gäbe weißt du wie simpel dieser krieg dann wäre erzählen erzählen die menschen auf irilius solche lügen nein sie sind überall wie eine krankheit auf jedem kontinent gibt es streit und unterdrückung durch sie und ich hatte mir vorhin noch eingebildet vielleicht der erste mensch auf einem anderen kontinent zu werden aber natürlich ergab es sinn es war eben wie rondo sagte erst durch diese verbreitung entstand das problem ich hatte selber ja auch schon überlegt wie das alles überhaupt sein könnte gleichzeitig mussten wir nun hoffen nicht irgendwo anders auf menschen zu treffen es würde die reise einfach nur unnötig erschweren aber was genau passieren würde stand ohnehin noch in den stern nun war es erst einmal an der zeit für uns aufzubrechen rondo machte relativ eindeutig klar dass das meer bereits lange genug auf seine überquerung gewartet hatte wir verließen die kleine die wo wobei wir auch etwas von dem fisch zurück lassen mussten da wenn er in einem ausmaß gefischt hätte mit dem er viermal sich selber satt bekommen hätte er versuchte auch noch verzweifelt so viel er konnte zu transportieren schaffte letztlich aber nur ein maul voll fische welches ich bereits als wir an der küste ankamen nirgendwo mehr entdecken konnte wohin sie verschwunden waren war wohl eher ein offenes geheimnis weniger offen war jedoch das nächste große rätsel und jetzt wind kann schwimmen du kannst fliegen aber wie sollen jason und ich übers meer kommen ich meine ich schaffe vielleicht 100 meter im wasser und das auch sehr ungern ich bezweifle ehrlich gesagt enorm dass ich irgendwie eine Chance habe zu schwimmen dann streng dich mal an jason das ist dein job du hast das pflanzen element also kannst du eine brücke mit deinen ranken bilden dann mach das mal ich sollte eine brücke bilden ehrlich gesagt wusste ich nicht in wiefern rondo bewusst war dass ich tatsächlich noch nie meine element kräfte genutzt hatte aber es wirkte nicht so als würde es ihn sonderlich interessieren außerdem wenn ich das nun nicht hinbekommen würde wäre es gegenüber win nicht extrem auffällig denn welcher elementar beherrschte denn bitte sein eigenes element nicht glücklicherweise element kräfte sind einfacher als es klingt konzentrier dich auf das was du machen willst und gut mehr steckt nicht dahinter also an die arbeit konzentriere dich einfach auf eine brücke stück für stück wurzeln im meeres grund eine brücke über das ganze meer auf einmal wäre selbst für die mächtigsten ein problem das ganze hörte sich ja wirklich einfach an allerdings bezweifelte ich stark dass es das tatsächlich auch werden würde also versuchte ich meine gedanken genau zu fokussieren eine brücke zu erschaffen die ecke und ich passieren könnten und es war tatsächlich so einfach wie es klang gefühlt aus dem nichts erschienen ranken aus den tiefen des meeres und erstreckten sich über der wasseroberfläche etwas misstrauisch trat ich mit einer Pfote auf die ranken auf und tatsächlich sie wirkten stabil genug um mich zu tragen und sehr sicher auch ecke der jetzt nicht so viel schwerer war als ich sogleich tat er es mir auch nach und wie ich bereits vermutet hatte konnten die ranken auch ihn ohne große probleme tragen eine reise übers Meer nur zwei Tage zuvor hätte ich niemals erahnen können dass ich so etwas jemals erleben würde in weniger als 48 stunden hatte sich alles verändert es wirkte immer noch unfassbar surreal und doch wusste ich es war alles echt als fuchs war ich nun auf der reise um endlich die harmonie herzustellen nach der ich so lange hatte immer hatte ich gehofft dass es eines tages eintreten würde doch niemals hatte ich gedacht dass es wahrlich möglich wäre und schon gar nicht dass ich selber ein Teil davon werden würde und doch reiste ich hier über den Ozean getragen von meinen eigenen Ranken in Begleitung dreier besonderer Tiere anfangs war ich immer noch ziemlich nervös bezüglich meiner Brücke ich wusste wenn meine Konzentration abschweifen würde dann würden Ecke und ich einfach ins Wasser fallen was definitiv nicht angenehm werden würde ich konnte ja bereits als Mensch nicht schwimmen da es gerade auf einem Kontinent wie Irelius einfach nutzlos war deswegen rechnete ich wirklich nicht damit dass ich es als Tier schaffen würde allerdings merkte ich je mehr Strecke wir zurück legten wie einfach es eigentlich doch war die Brücke und somit den Weg weiter aufrecht zu erhalten ich konnte meine Gedanken wieder etwas schweifen lassen und mich in Gespräche verwickeln während die Brücke trotzdem ohne jegliche Probleme weiter bestehen konnte es dauerte einige Stunden bis wir in der Ferne und auch wenn ich bereits wusste dass dieser Kontinent deutlich wärmer war als Erilius wirkte dieser Anblick für mich unglaublich ich hatte noch nie zuvor einen grünen Wald und grüne Wiesen gesehen auf denen nicht eine Schneeflocke etwas bedeckte alles was ich je gekannt hatte war Schnee und Eis und all dies war nicht hier und gleichzeitig war die Temperatur so unfassbar ungewohnt anders als auf Erilius war es hier nicht eisekalt sondern zumindest für das Gefühl eines Fuchses der nur Eis und Kälte kannte unglaublich warm es war nicht eine Wärme die wahrlich auf der Haut brannte die Schmerzen verursachte sondern eine Wärme die angenehm wirkte auch wenn sie sich im ersten Moment so extrem anfühlte an der Küste angekommen erstreckte sich ein riesiger Wald direkt vor unseren Augen ich war vielleicht nicht der erste Mensch der diesen Kontinent je betrat doch ich war mir sehr sicher ich war der erste Irelianer der es hier her schaffte es fühlte sich an als hätte ich einen unfassbar großen Schritt getan doch ich wusste dies war erst der Anfang wir alle würden in die Geschichte eingehen wir würden Helden werden die Boten des ewigen Friedens das Adrenalin strömte durch meinen Körper und motivierte mich wie niemals zuvor los Freunde finden wir die nächsten Tiere der Wald war gleichzeitig die Küste und unser erstes Ziel hier lebt angeblich die Polarwölfin welche unserer Gruppe als zweites beitreten sollte den Sinn dahinter verstand ich zwar immer noch nicht immerhin war sie wortwörtlich eine Polar Wölfin aber ich sollte es wohl nicht hinterfragen die Atmosphäre im Wald selber wirkte jedoch etwas bedrückender als außerhalb die Temperatur fühlte sich an als würde sie wieder sinken es schien nicht viel Licht zwischen den dichten Baumgipfeln hindurch nahe eines recht großen Hügels begann ich langsam auch mich wirklich beobachtet zu fühlen doch erst als wir den Fuß des Hügels erreichten bestätigte sich dieses Gefühl elegant sprang ein Tier hinter der Spitze des Hügels hervor es gehört sich nicht in das Territorium anderer Tiere einzudringen wer seid ihr in den Sonnenstrahlen welche auf die Hügelspitze schienen zeigte sich prächtig unsere potenziell nächste Mitstreiterin eine Polarwölfin elegant wie die Blätter der Bäume im Wind stand dort und hieß unsere Gruppe an diesem Ort willkommen Kapitel 5 in den Tiefen des Waldes wisst ihr denn nicht dass man nicht in das Territorium eines anderen Tieres eindringt Territorien seid ihr in dieser Gegend wirklich so feindselig zueinander dort wo wir herkommen gibt es so etwas nicht mal die Neugier unseres neuen Gegenübers wirkte sofort geweckt dort wo ihr herkommt stand ihr etwa nicht aus dieser Gegend was macht ihr dann hier Rondo wirkte nicht als weilig war sofort sah man die Überraschung doch auch die Realisierung in den Augen der Wölfin dieser Traum war echt ich dachte es wäre wirklich nur ein Traum gewesen das heißt ihr seid die Gruppe um Rondo das sind sie und ich bin Rondo glaubst du dann vielleicht auch dass der Traum durchaus einen Sinn hatte oder hältst du ihn immer noch für eine Einbildung etwas trotzig antwortete sie ist wie die meisten träume ich nicht gerade selten weißt du wozu müsst ihr euch denn streiten am Ende klappt doch alles oder etwa nicht wieder einmal war win der erste der meine gedanken tatsächlich aussprach auch wenn ich ehrlich gesagt eher auf der seite unserer vermutlich nächsten Begleiterin stand ein Traum war wahrlich nicht das gewöhnlichste Kommunikationsmittel und schon gar keins das man wirklich beim ersten Mal ernst nehmen würde ich denke dass Walrus hat recht ich war zwar jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet auf irgendeine Reise aber mitkommen werde ich trotzdem wenn wir damit vielleicht tatsächlich Frieden bringen können und außerdem braucht ihr anscheinend jemanden der sich auf diesem Kontinent etwas auskennt wenn ihr sonst blind an andere Territorien rennt na gut dann so ich hoffe du hast nicht vor noch etwas aus deinem zuhause mitzunehmen denn wir wollen schnell weiter wir müssen zum plateau heute noch ich glaube nicht dass das irgendwie möglich ist ich hatte die zeit ehrlich gesagt komplett aus den augen verloren gerade hier im dunklen wald aber wo sie es nun erwähnte fiel mir auch auf wie rot bereits die sonnenstrahlen an der spitze des hügels waren die sonne musste bereits tief am horizont stehen die nacht nahte schnell das klappt nicht verdammt ich dachte bis zum plateau bräuchten wir höchstens zwei Stunden ich wusste nicht zwei stunden woher hast du denn die idee wenn man durchrennt schafft man es vielleicht in drei wenn ihr vorab normal zu laufen müsstet ihr mindestens mit sechs stunden rechnen zwei ich wollte jetzt nicht ausschließen dass Rondo es tatsächlich in zwei stunden schaffen könnte allerdings würde der rest von uns das nicht deswegen ging sein plan nicht auf und wir mussten uns eine alternative überlegen ich meinem lager bräuchte aber ich bin trotzdem dafür dass wir dort hingehen da sind wir in weniger als einer stunde und es liegt in richtung des plateaus ich gehe mal davon aus dass ihr heute schon recht weit gereist und müde seid überhalb Irylius das ganze Meer und durch den Wald du kannst drauf wetten dass wir schon eine Weile gereist sind Irylius was soll denn das sein hast du noch nie von Irylius gehört Irylius ist der Eiskontinent auf der anderen Seite des Meeres von da kommen alle von uns woher sollte ich den Namen dieses Kontinents kennen ich wusste bis gerade eben ehrlich gesagt nicht einmal dass dort überhaupt jemand lebt ich dachte es wäre unmöglich bei dieser Kälte dass viele Wesen Irylius nicht für den besten Lebensraum hielten war eindeutig und mir auch bewusst gewesen aber dass die Gedanken wahrlich soweit reichten dass manche glaubten es gäbe dort noch nicht einmal leben dieser Gedanke veränderte meine Sicht auf meine Heimat tatsächlich ein wenig es machte mir erst klar wie unwirtlich der Kontinent wirklich war alleine der Fakt dass Ecke der einzige Grund war aus dem wir überhaupt Pflanzen anbauen konnten gab mir nun zu denken ich hatte nie wirklich etwas unterfragt aber nun überlegte ich war das Leben wirklich so viel besser an anderen Orten und gleichzeitig fragte ich mich auch machte dieser Fakt das Leben auf Irelius weniger lebenswert doch gleichzeitig wusste ich dass eigentlich sehr bedürftig aussehendes Zweiggebilde erblickten zwar waren die Zweige eher unbeholfen ineinander verflochten allerdings war dieses kleine Lager zumindest ziemlich groß allerdings sah ich keinen großen Sinn in ihm es half eigentlich nur um abzugrenzen wo das Lager begann und endete Regen und Wind kämen ohnehin kaum so tief in den Wald hinein wenn sie es allerdings täten dann würde dieses Zweigger auch hier ist mein Lager macht es euch bequem wenn ihr das ohne euren Schnee überhaupt hinbekommt die Wölfin machte ihren Unmut gegenüber unserer Lebensweise nicht selten klar doch ehrlich gesagt es nervte mich sowieso jetzt schon allgemein wirkte sie im Ansatz nicht so sympathisch wie unser erster Kollege Winn den ich wirklich schon nach einigen Stunden als guten Freund sah aber trotzdem wollte ich nicht zu früh werden außerdem auch wenn sie etwas unkomfortabler in unserem Umfeld wirkte zumindest war sie sofort bereit gewesen der Gruppe beizutreten und uns zu helfen vielleicht musste sie sich einfach erst ein bisschen an uns gewöhnen ist ist es irgendwie möglich in diesem Gebilde ein Lagerfeuer zu machen oder brennt da direkt der ganze Wald nieder das hängt davon ab wie gut du mit deinem Element bist im Normalfall dürfte nichts abbrennen außer das Brennmaterial für das Lagerfeuer Ecke hatte offensichtlich nicht vor über sein Talent mit dem Feuerelement zu debattieren sondern zeigte schnell und einfach dass er durchaus die nötige Präzision hatte und begann ein kleines Lagerfeuer ich erwartete noch einen zynischen Kommentar der Wölfin allerdings kam nichts außer einem tatsächlich anerkennenden Blick auf das Feuer es ist mal etwas Neues für mich so am Feuer zu sitzen als allein lebende Eiselementarin ist das tatsächlich sonst ziemlich schwierig naja hier können wir die Nacht verbringen und morgen dann hoffen dass man Optimismus sich auszahlt Optimismus worüber denn vor etwa einer Woche hat es hier in der Gegend heftig gestürmt und die Brücke zum Plateau war schon immer recht marode es wäre kein Wunder wenn sie eingestürzt wäre und wenn das der Fall ist dann Gnade uns Gott entweder klettern wir dann in die Schlucht und wieder hoch und das schaffen wir einfach nicht oder wir nehmen einen Umweg und wenn ich Umweg sage dann meine ich wirklich einen Umweg wenn ihr versteht ehrlich gesagt verstand ich die Sorgen nicht so ganz selbst wenn die Brücke eingestürzt ist ich kann doch einfach mit Rankenersatz schaffen ich antwort vergiss es jason um Ranken aus steinen sprießen zu lassen braucht es viel mehr erfahrung als du hast und die schlucht und ihre umgebung ist völlig steinig wenn diese brücke tatsächlich weg ist macht euch nur bereit wir müssten die ganze schlucht umlaufen das würde uns mindestens eine woche kosten also betet lieber anstatt zu fantasieren zum ersten mal sprach nun die wölfen etwas dem ich vollkommen zustimmte es beten nicht auch nur herum fantasieren aber das ist wohl deine sache aber wo ich gerade deinen namen erfahren habe jason vielleicht sollten wir uns alle mal vorstellen oder nicht das wäre vermutlich sinnvoll wenn wir so eine große reise als team bestehen sollen also ich fange dann wohl einmal an mein Name ist Mira wie ihr bestimmt schon bemerkt habt bin Polarwölfin und Eiselementarin im prinzip gibt es nicht viel über mich zu sagen außer dass ich seit dem tod meiner mutter vor einigen jahren allein hier im wald lebe bis ihr hier angekommen seid ist eigentlich nichts besonderes hier passiert und ich habe auch hier in der runde gesehen ich habe zumindest ein beinahe art genossen hier in der runde mit wem habe ich es denn hier zu tun irgendwo war ihr interesse welches sich vor allem auf ecke bezog natürlich verständlich aber trotzdem war mir noch nicht ganz geheuer ehrlich gesagt konnte ich damals gar nicht wirklich sagen weshalb überhaupt auch wenn ich es später heraus fand auch wenn die gründe irgendwo deutlich tiefgehender waren als ich irgendwie hätte erraten können ecke selber schien jedoch kein derartiges misstrauen zu hegen ziemlich im gegenteil er selber merkte dass er mir mit seinem feuer tatsächlich bereits relativ beeindruckt hatte und war deswegen schnell über seinen beleidigten ehrgeiz weggekommen und außerdem war es für ihn wohl trotz allem auch noch ein beruhigender gedanke dass noch eine artgenosse in unserer gruppe beitrat mein name lautet rubin wie du bereits gesehen hast bin ich feuer elementar also pass auf dass du in meiner gegend nicht die pfoten verbrennst nach außen entwickle diese aussage vermutlich erst einmal ziemlich unhöflich doch ich und glücklicherweise offenbar auch die empfängerin der nachricht hörten den spielerischen unterton heraus keine sorge wenn es darum geht kann ich dir gut dabei helfen einen kühlen kopf zu bewahren wo wir gerade von kühl reden wer bist denn du Walross win stellte sich mir auch noch kurz vor bevor sie zu meiner überraschung doch noch einmal auf mich zukam also ja son deinen namen kenne ich inzwischen aber kannst du sonst vielleicht noch irgendwas sagen damit ich vielleicht besser weiß mit wem ich es wirklich zu tun habe und wieder brachte es mich in dieselbe tolle situation entweder erlog ich mir eine Lebensgeschichte oder ich erzählte etwas über meine Zeit als Mensch und gegenüber Mira wollte ich das noch weniger als gegenüber win aber mir fiel glücklicherweise noch eine Sache ein die weder eine Lüge noch zu viel Information war also ja so ein pflanzen elementar das weißt ja bereits sonst gibt es nicht viel über mich zu sagen ich bin Rubins bester Freund und naja im Prinzip bin ich wohl auch schuld daran dass Rondo wieder aus seinem ewigen Schlaf erwacht ist auch besagter mischte sich nun wieder ins Gespräch ein dass er nicht gerade der gesprächigste unserer Reisepartner sein würde war ja bereits anfangs klar gewesen aber ehrlich gesagt überraschte mich oft der Mangel an zynischen Kommentaren tatsächlich war er bisher beinahe durchgehend eine hilfreiche Begleitung gewesen zumindest solange er nicht schwieg ich denke mein Ruf eilt mir auch an diesem Ort voraus so dass ich nicht viel erklären muss habe ich recht im prinzip ja das stimmt auch hier kennt man deine geschichten vom krieg gegen die menschen das dir wirklich einiges geleistet ich muss aber auch sagen ich war sehr überrascht zu hören dass du dieses mal auf frieden aus bist ehrlich gesagt bin ich schon fast enttäuscht an sich bin ich wirklich gegen gewalt egal gegen wen oder was aber manche menschen verdienen nichts als den tod menschen sind einfach emotionskalt sie werden es nie verstehen da bin ich mir sicher in diesem moment war ich wirklich noch einmal froh meine wahre vergangenheit verdeckt zu halten war jedoch auch ziemlich gereizt von diesem plötzlichen Hass so sehr ich menschen selber hasste doch ecke schien bereits zu verstehen was wohl die Hintergründe des ganzen waren es hängt mit deiner mutter zusammen oder du hast ja schon gesagt dass sie vor ein paar jahren verstorben ist es waren menschen oder kurz wirkte sie von diesem schnellen verständnis tatsächlich schockiert ja du hast recht war es so offensichtlich sie sind einfach in den wald gekommen und es ist in ordnung du musst nicht mehr erzählen wenn du nicht möchtest ich denke alle hier verstehen weshalb du denkst wie du denkst immer noch wirkte mir etwas durch den wind doch ihre erzählung beendete sie ja danke es schien nicht so als lege irgendjemandem etwas daran diese unterhaltung nur noch fortzuführen wir alle begaben uns nun zur ruhe damit am nächsten morgen die reise weiter gehen konnte kapitel 6 erste spuren der zerstörung die nacht war bereits lange hereingebrochen und der mond stand hoch am himmel wolken zeigte die nacht nicht auf beinahe alle waren bereits am schlafen win jason und mira lagen alle um das kleine lagerfeuer herum und waren bereits weggedöst mir schwirrten aber immer noch zu viele gedanken im kopf herum und auch rondo war noch wach jedoch bezweifelte ich auch dass dieses eigenartige wesen jemals schlief er aß nicht trank nicht schlief nicht es war eindeutig kein normales lebewesen aber was genau ich wusste nicht ob ich es je wissen würde aber wenn dann nur dadurch ihn zu fragen sag mal rondo was bist du eigentlich wie was ich bin was meinst du denn damit jetzt naja du bist ja eindeutig weder ein mensch noch ein tier also was bist du wieder verursachte das schmetterlingsartige wesen ein eigenartiges gefühl in mir es war als würde es versuchen zu lachen es allerdings einfach nicht schaffen da er nun einmal war wie er war ich glaube du solltest dich wieder schlafen legen rubin das beantwortet meine frage nicht der wink mit dem zaunpfahl ist aber mehr als eindeutig es gibt dinge die man nicht wissen muss oder kann aber dass du bei so etwas nicht schnell ruhe gibst weiß ich ja ohnehin schon wieder fielen mir die dinge ein die rondo alle gesagt hatte kurz nachdem er wieder erwacht war er kannte mich erstaunlich gut gefühlt besser als ich selber wenn ich ihn irgendwann darüber ausfragen wollte dann wäre jetzt wohl der richtige zeitpunkt und woher woher weißt du all diese dinge über mich wieder das eigenartige lachende gefühl ob ich dir das heute schon erzählen sollte ich denke das ist eine sache für einen anderen tag aber wenn du dir selber den kopf darüber zerbrechen möchtest dann denk doch noch einmal darüber nach was ich schon sagte wir kennen uns von vor meiner versiegelung wir haben uns vor mehr als 100 jahren kennengelernt meine gedanken schwankten zwischen zwei seiten einerseits fragte ich mich wie zur hölle das sein konnte wölfe wurden im besten fall rund zwölf jahre alt und ich war gerade sechs jahre da konnte ich ja schwerlich vor mehr als 100 jahren schon gelebt haben allerdings fragte ich mich aber auch weshalb rondo über so etwas lügen sollte und es würde auch erklären woher sein wissen über mich kam wenn ich damals schon irgendwie gelebt und ihn getroffen hatte und danach mein gedächtnis verloren hatte es war einfach ein konflikt den ich ohne weiteres wissen nicht lösen konnte tja nun bist du in einer ganz schönen Zwickmühle nicht das ist es was geschieht wenn man einem Wesen wie mir solche Fragen stellt aber eines Tages wirst du es verstehen spätestens wenn der Gott der Harmonie zurückkehrt das verspreche ich dir doch bis dahin gibt es ohnehin andere Dinge auf die du dich konzentrieren solltest denkst du nicht? ehrlich gesagt war mir nicht ganz klar worauf er anspielen wollte seien wir ehrlich Rubin dieses Team welches langsam beginnt eine Form anzunehmen wird von dir geführt werden müssen du spürst es selber nicht? wir beide wissen dass ich kein geeigneter Anführer für diese Gruppe bin wenn ich alleine für das Ziel existiere es ist deine Aufgabe der du folgen wirst ob du selber es aktiv bemerkst oder nicht und glaube mir es wird keine leichte Aufgabe werden ehrlich gesagt hatte ich nicht offiziell gesehen dass ich diese Gruppe anführen würde doch ich hatte damit bereits gerechnet dass ich es inoffiziell tun würde wie schwer diese Aufgabe allerdings werden würde stand für mich in den Sternen es hing einzig und allein davon ab wie kooperativ und freundlich all die kommenden Begleiter werden würden doch Rondos Aussage hierüber half mir nicht gerade optimistisch zu bleiben genau kenne ich sie nicht Alaba ich rechne stark damit dass manche von ihnen durchaus eigensinnig und starkköpfig wären und ich würde an deiner Stelle gar nicht versuchen dich mit ihnen allen anzufreunden es wird dir nicht gelingen glaube nicht dass du so viel Glück wie mit den bisherigen beiden haben wirst auch wenn ich glaube dass Mira durchaus noch für Probleme sorgen könnte Mira das glaube ich nicht sie wirkt sehr zuvorkommend auch wenn sie etwas Zeit braucht um sich zu öffnen du meinst wohl sie bereits sehr gut zu kennen nicht nun ich habe zumindest das Gefühl dass ich sie besser verstehe als die anderen in der Gruppe und ich weiß genau worauf du hinaus willst Rondo du weißt wie der Lebensstil von vielen Tieren aussieht sie wird sehr wahrscheinlich meine Partnerin werden das wissen wir beide ja denn so ist es das Leben eines Wolfes ihr könnt nicht wissen ob ihr jemals wieder einen Artgenossen trefft somit habt ihr vielleicht nur diese eine Chance es kann wirklich eine schwierige Wahl sein aber ich merke noch bist du optimistisch dass ihr beiden gut auskommen werdet nicht und keine Sorge ich zweifle gar nicht daran nur hast du schon einmal überlegt wie sie zu deinem besten Freund stehen könnte und er zu ihr denkst du nicht dass es vielleicht Komplikationen geben könnte darüber was geschah wenn Mira herausfand dass Jason ein Mensch war hatte ich mir bereits Gedanken gemacht allerdings verstand ich nicht wieso Rondo dachte dass Jason auch etwas gegen sie haben könnte ja sie hegte eine Abscheu gegen Menschen doch wenn einer von ihnen dies verstehen würde dann wäre das doch wohl Jason niemals würde er sie deswegen verurteilen ich werde mich darum kümmern sobald Mira die Wahrheit erfährt bis dahin jedoch wurde ich unsanft von einem unerwarteten Ereignis unterbrochen wie aus dem Nichts begann der Himmel in Flammen zu stehen eine Art Welle aus Feuer breitete sich überall aus wie eine zerstörerische Schockwelle passierte sie auch uns richtete mir gegenüber glücklicherweise nicht wirklich etwas aus auch Rondo wirkte relativ unangetastet sofort darauf normalisierte sich der Himmel wieder und ich hörte panische Stimmen in unserem Zweiglager dieses Phänomen hatte natürlich auch meine Freunde geweckt und ihnen vermutlich nicht gerade gut getan gerade Jason und vor allem Mira hatten vermutlich durch die plötzliche Hitze sehr gelitten ich sah es als meine Aufgabe gerade wenn ich diese Gruppe wirklich anführen sollte sofort nachzusehen ob es allen gut ging im Lager an sich waren einige Zweige durcheinander gewirbelt ein paar vereinzelte glüten leicht Vin und Jason schien es recht gut zu gehen Mira hingegen seid was mitgenommen aus ist alles in Ordnung bei euch? ist jemand ernsthaft zu Schaden gekommen? keine Sorge es geht schon diese scheiß Hitze ist einfach nicht sonderlich angenehm ich erkannte eindeutig dass sie sich ein paar kleinere Verbrennungen zugezogen hatte kam aber nicht einmal dazu sie darauf anzusprechen bevor Rondo das Wort an sich riss das ist es wofür ihr kämpft ihr habt es gespürt die Hitze den Zorn der Sonne dieser Sonnensturm war ein Vorbote der ewigen Nacht die Sonne leidet da die Harmonie schwindet ihr Leid wächst und brachte diesen Sturm und mehr Zerstörung wird folgen wenn der Gott der Harmonie nicht wiederkehrt seht ihr nun wofür ihr kämpft das hier war der Anfang der Zerstörung die drohte sollten wir unsere Mission nicht erfüllen es war nur ein erster Schritt und bereits dieser war zerstörerisch gewesen gerade ein Blick auf Mira zeigt es mir erneut wir waren diejenigen die diese Welt retten konnten wir würden alles geben damit die Sonne nicht erlöschen würde und an der Spitze dieser Gruppe sollte ich stehen und im Namen aller die ich kannte war ich bereit für diese große Aufgabe auch wenn die Nacht noch nicht zu Ende war war ein Schlaf nun nicht mehr zu denken egal wie anstrengend der Vortag gewesen war also sind alle bereit weiter zu reisen niemand wollte Einspruch einlegen sie dachten alle dasselbe wie ich wenn auf so einer Reise erst wirklich klar war wofür man kämpft dann schwinden Zweifel und Schmerzen schneller als die Funken unseres Feuers im Wind das nächste Ziel sollte die Brücke zum Plateau werden damit wir auf der anderen Seite wohl unseren nächsten Begleiter oder unsere nächste Begleiterin treffen würden da keiner von uns wirklich wusste wo lang wir zur Brücke reisen mussten ließen wir Mira den Vortritt die diesen Wald besser kannte als jeder andere wie sie bereits angekündigt hatte folgten wir dem Weg gerade weiter in die Richtung welche wir bereits am Vortag eingeschlagen hatten auch wenn es mich ehrlich gesagt überraschte da ich bereits seit Ewigkeiten kein Auge zugemacht hatte war ich selber sehr energetisch weniger konnte man dies über Jason und Vin behaupten Mira selber wirkte auch nicht sonderlich ausgeschlafen wir hatten jedoch fest entschlossen diese Reise zu bestreiten und Rondo war nun einmal er selber nach rund zwei Stunden Laufzeit begann der Wald langsam sich englich zu lichten die ersten Sonnenstrahlen des Sonnenaufgangs schienen nun wieder durch die Wipfel hindurch und trafen den Boden zu unseren Füßen eine angenehme Wärme ging von ihnen aus auch wenn ich nicht den Eindruck hatte dass Mira sie genauso angenehm fand wie ich gerade nach der unschönen Überraschung letzter Nacht hatte sie verständlicherweise erst einmal genug von Wärme jeglicher Form allerdings wusste ich schon dass wir auf unserer Reise nicht nur an sonderlich kühle Orte gelangen würden aber ich war optimistisch dass sie sich daran gewöhnen würde genauso wie wir alle langsam schwanden im Verlauf unserer Reise auch die Bäume und unser Sichtfeld wurde weiter der Wald würde bald zu Ende sein und dann war es nicht mehr weit bis zur Brücke wir alle waren Mira stumm gefolgt bis zu diesem Punkt zum ersten Mal seitdem wir sie kennengelernt hatten sprach Jason wieder direkte Worte mit mir Rubin können wir kurz reden klar worum geht es denn Rondo hatte zwar bereits derartige Andeutungen gemacht doch es schockierte mich dass es tatsächlich wahr zu sein schien und vor allem dass es so schnell geschah Glaubst du wirklich wir sollten ihr so blind folgen sie könnte uns in eine Falle führen wir kennen sie nicht sag mal bist du bescheuert geworden Jason wenn wir diese Mission bestehen wollen müssen wir als Team zusammenstehen und Mira hat keinen Grund uns irgendwas schlechtes zu wollen bei Wynn hast du ja auch nicht so gezweifelt doch Jason blieb leider verständnislos natürlich habe ich an ihm nicht gezweifelt er war ja auch offenherzig und freundlich anders als Mira sie versteckt doch offensichtlich etwas und das ist ihr recht hast du keine Geheimnisse oder was seit wann bist du so misstrauisch gegenüber anderen weil sie deine Spezies hasst wenn du mich kennst weißt du dass ich der letzte bin der damit Probleme hat aber sie wirkt einfach nicht vertrauenswürdig merkst du das denn nicht es war klar dass wir diese Debatte noch endlos lang weiterführen könnten allerdings würde nichts dabei herauskommen also du wirst keine andere Wahl haben als ihr zu trauen wenn dir etwas daran liegt dass so etwas wie heute Nacht nicht zur Regel wird es wirkte so als würde Jason etwas erwidern wollen jedoch wurde er unterbrochen von der Stimme der Besprochenen verdammt wir hätten schneller sein müssen den Blick nur nach vorne gerichtet sah ich dass wir an einer großen Schlucht angekommen waren doch gleichzeitig sah ich dass ein glühendes Seil an der Kante herunter hing Reste einer Brücke sie hatte den Sturm neulich sogar überstanden nicht jedoch den Sonnensturm diese Nacht wir werden also einen Umweg gehen müssen eine Woche hieß es das war es was Rondo gestern erzählt hatte ein riesiger Umweg stand uns bevor und das gerade jetzt wo wir alle so schnell wie möglich reisen wollten soll ich nicht vielleicht doch versuchen eine Brücke zu erschaffen aus gerade auch noch heißem Fels das ist verlorene Liebesmyazon wir müssen einen anderen Weg suchen aber kein aber wir haben jetzt keine Zeit für derartige Experimente ich wusste durchaus dass Jason diese Aussage nicht gerade positiv aufnehmen würde aber in diesem Moment war es mir jedoch relativ egal ich war ohnehin frustriert dass er so misstrauisch war ohne jeglich logischen Grund deshalb interessierte es mich gerade ehrlich gesagt wenig wie er sich fühlte also dann Mira zeig uns den langen Weg kurz atmete sie durch und ich dachte sie würde zögern doch anschließend war sie schnell bereit gut dann folgt mir wir sollten uns wohl etwas beeilen dass sie recht hatte wussten wir alle die Reise verlief wahrlich nicht so wie ich es mir erhofft hatte aber wie sehr die Dinge noch aus dem Ruder laufen würden Kapitel 7 nicht alle sind gleich also begannen wir die große Schlucht die vor uns lag zu umrunden der Zeitverlust den dies bergen würde war immens doch eine andere Wahl blieb uns nicht wenn wir unser Ziel erreichen wollten also hieß es nun Augen zu und durch je schneller wir waren desto besser und wer weiß vielleicht hätte dieser Umweg ja nicht nur Nachteile zum Beispiel gab es mir mehr Zeit um Mira besser kennenzulernen egal was Jason davon dachte wie ich Rondo bereits erklärt hatte obwohl mir klar war dass er es bereits wusste war die Wahrscheinlichkeit dass sie und ich ein Paar werden würden sehr hoch es gab einfach nicht viele Wölfe und wir wussten beide dass die Wahrscheinlichkeit je wieder einen Artgenossen zu treffen gering war deswegen wenn wir uns letztlich nicht gerade hassen würden war es für beide vermutlich die einzige Chance die wir je hätten deshalb hoffte ich auch dass es gut enden würde dass ich und Mira uns gut verstehen würden auch wenn es wirklich noch ein Problem werden könnte wie sehr Jason sich ohne Gründe bereits gegen sie stellte doch dies war ein Problem der Zukunft einer Zukunft in der Mira und ich einander tatsächlich nahe standen und dazu musste es erst einmal kommen während sie also unsere Gruppe am Rande der Schlucht entlang führte entschied ich mich ihr Gesellschaft zu leisten der alleinige Fakt dass wir Feuer und Eis elementar waren war doch irgendwo ironisch aber trotzdem war ich durchaus optimistisch und ich wusste der erste Eindruck den sie von mir hatte war auch nicht allzu negativ ausgefallen und wie geht's dir so gut warum sollte es denn anders sein du brauchst von mir nicht so zu tun als hätte der Sonnensturm dir gar nichts ausgemacht ich sehe doch dass es dich ziemlich mitgenommen hat zunächst wirkte es als wollte sie widersprechen doch letztlich entschied sie sich offen mit mir zu reden ich merke schon dir gegenüber brauche ich nicht versuchen auf hart zu tun du schaust mich ja jetzt schon ständig obwohl wir uns gerade einen Tag kennen wie machst du das denn ehrlich gesagt viel ist mir schwer eine Antwort auf diese Frage zu finden ich hab keine Ahnung vielleicht hängt es damit zusammen dass ich schon seit ich denken kann mit anderen zusammenlebe dadurch fällt es mir einfacher die Gefühle anderer zu verstehen ich verstehe wo wir gerade von anderen reden und von deinen Freunden dein einer Freund der Fuchs Jason hieß er doch glaube ich er wirkt mir gegenüber so abweisend weißt du was er haben könnte habe ich irgendwas falsch gemacht genau wie Mira mich nicht anlügen musste wollte ich auch bei dieser Frage nicht lügen ja irgendetwas hat er anscheinend gegen dich aber ich weiß nicht weshalb ich kann selber nur raten aber ich hab mich vorhin schon mit ihm darüber gestritten es wird wohl mit deinem Hass gegenüber Menschen zusammenhängen mit meinem Hass gegen die Menschen aber warum was hat das denn mit ihm zu tun steht etwa auf ihrer Seite nun war doch der Punkt gekommen an dem die Wahrheiten nicht mehr ganz die richtige Antwort war nein wahrlich nicht er ist ein großer Feind von ihnen nur es ist wohl meinetwegen er denkt vermutlich dass dein Hass mich verletzen würde weil nun ich habe sehr lange mit einem Menschen zusammengelebt musst du wissen der Ausdruck auf Miras Gesicht verriet bereits mehr als jegliches Wort es könnte Verwirrung und Unverständnis parten sich im Verstand einer Wölfin welche nur auf eine Erklärung wartete es ist eigentlich keine lange Geschichte ich bin vor rund zwei Jahren vielleicht waren es auch drei mitten in der Eislandschaft auf Irelius aufgewacht schwer verwundet und ohne meine Erinnerung dieser Mensch hat mich gefunden und gepflegt ohne ihn wäre ich damals gestorben und als es mir wieder gut ging hatte ich keine Idee wohin ich ziehen sollte und so blieb ich bei diesem Menschen wir halfen einander und lebten zusammen erst zu Beginn dieser Reise ging ich von dort weg diesen Menschen verdanke ich mein Leben ich ich weiß dass du nicht lügen würdest aber ob ich dir das glauben kann ich habe zu viel Terror und Zerstörung von den Menschen gesehen sie sind keine guten Wesen und werden es nie sein genau hier Mira ich sage es wie ich es denke liegst du falsch du denkst zu eintönig auch wenn es aus deiner Perspektive Sinn ergibt aber genau wie wir beide unterschiedlich sind sind auch Menschen unterschiedlich es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen unbekannte Sicht vor 100 Jahren nahe des Dorfrandes hat sich der Mensch angegriffen ich sage es dir doch du sollst nicht alleine dorthin gehen es ist gefährlich mein Freund wirkte wenig beeindruckt wieder einmal jedes Mal beteuerte er dass er klarkäme doch dieses Mal hatte er anscheinend mehr als nur einen Menschen erwischt dieses Mal hatte er wichtige Informationen von ihnen aufgeschnappt auf Irelius ein Weg sie alle zu vernichten gut gut du führst mich zeige mir den Weg Gegenwart Rubins Sicht Mira schien wirklich zu schwanken nicht zu wissen ob sie sich nur auf meine Seite stellen oder mir widersprechen sollte doch recht schnell traf sie für sich selber eine Entscheidung wie sie die Menschen denn werten solle die Ausnahme bestätigt die Regel auch wenn es um solche Wesen gibt es gibt bestimmt auch gute Menschen doch sie sind nur ein paar unter Hunderten gute Wesen würden nicht all die Dinge tun die sie mir angetan haben nach allem was ich durchmachen musste Menschen sind abscheulich der Mensch der dich gerettet hat mag gut sein daran zweifle ich nicht aber er repräsentiert sie nicht alle auch wenn ich ungern zustimmte sie hatte nun einmal völlig recht mit dieser Behauptung leider stimmt das er selber war ein Feind seiner eigenen Spezies und vor allem ein riesiger Feind vom Gesetz der Natur dieses Gesetz ich hasse es so sehr ich kann der Menschen da vollkommen beipflichten dieses sogenannte Gesetz ist doch nichts als ein schrecklicher Versuch der Menschen ihre Taten zu rechtfertigen mehr steckt nicht dahinter es ist eine Erfindung die sie gemacht haben damit ihr ungebremster Hass logisch ergründlich scheint ob das Gesetz der Natur wirklich daher stammte keiner wusste es doch die genaue Herkunft dieses Fluches war vollkommen unbekannt aber irgendwie glaubte ich nicht dass es wirklich war was Mira behauptete ich bezweifle dass Menschen einfach ein Gesetz erfinden würden was sie in den Krieg zwingt und ich hatte es in Yasunsdorf doch auch schon bemerkt die Menschen trauten mir schnell abgesehen von Akadios sie alle wussten von vornherein dass ich keine Bedrohung für sie war sie wussten Tiere musste man nicht bekämpfen das einzige was sie dazu brachte war das Gesetz diesen Gedanken wollte ich nun auch mit meiner Reisegefährtin teilen jedoch kam ich nicht dazu meine Ausführungen zu beginnen ein lauter Knaller tönte ein fallender Baum ohne jeglichen Wind ohne Wettereinflüsse ich wusste dass es Menschen sein mussten Miras Reaktion bestätigte dies noch einmal Menschen wir sind nah an ihrem Dorf deswegen hasse ich diese Region bleibt alle vorsichtig und verbergt euch vor allem du Win ihr letzter Einschupen mag etwas gemein gewesen sein aber es war doch die Wahrheit als Valros war Win an Land nun einmal weder unauffällig noch mobil und seine Leidenschaft zu essen halb ihm dabei auch nicht sonderlich ja klar ich kann sehr grazil sein wenn ich möchte ich bin schließlich Showmaster da es Win gute Shows abziehen konnte hatte er bereits bei unserer ersten Begegnung bewiesen und an sich glaubte ich ihm auch dass er durchaus mobil sein konnte aber nun einmal nicht an Land dafür war er einfach nicht geschaffen aber viel anderes als weiter zu gehen blieb uns nicht es dauerte nicht lange bis sich die Geräuschquelle uns nährte und wir noch vorsichtiger wurden wir wollten natürlich möglichst vermeiden von den Menschen gesehen zu werden als wir allerdings an eine Lichtung kam auf der drei Menschen waren wurde die Lage kritisch zwei von ihnen waren Männer sie waren am Holzhacken und so positioniert dass sie uns nicht bemerken würden die Frau die Wache hielt allerdings schon sie hatte die Umgebung genauestens im Auge wir mussten uns irgendwie vorbeischleichen das größere Lücke welche gefährlich werden könnte leise wies sich die anderen an seid vorsichtig und schleicht euch durchs Gebüsch da vorne bei der Lücke wartet ihr bis sie weg blickt und geht dann aber ohne zu zögern ich sah wie die Männer begannen das Holz einzusammeln und überlegte kurz ob wir nicht einfach warten sollten doch ich war oft genug mit Jason Holz sammeln gewesen um zu wissen dass sie locker noch eine Stunde hier warten könnten selbst wenn sie kein Holz mehr benötigten wir entschieden uns Winn als Ersten zu schicken wenn jemand entdeckt werden würde dann er und ich muss ehrlich sein er bewies dass er tatsächlich eleganter sein konnte als ich es gedacht hätte nahezu geräuschlos schaffte er es unbemerkt durchs Gebüsch auf der andere Seite der Lichtung zu schleichen Problem wobei Menschen in der Regel sowieso auch keine Insekten jagten aber vielleicht hätten sie ihn ja erkannt Jason und Mira gingen beide noch vor mir beide auch mit vollem Erfolg ich war erleichtert und nahm die Lage so recht locker sie waren alle unbemerkt über die Lichtung gelangt nun musste nur noch ich zu ihnen stoßen allerdings nahm ich es wohl etwas zu locker als die Frau wobei ich jedoch nicht auf das Laub zu meinen Füßen achtete das begann laut zu rascheln sofort drehte sie sich zu mir und hatte mich fest im Blick fliehen konnte ich nicht mehr das wusste ich genauso wie meine Freunde ich zeigte ihnen allen an dass sie verschwinden sollten diese Situation musste ich alleine bewältigen war da irgendwas nein da ist nichts zumindest denke ich das geht schon mal zurück ich gucke mir das noch einmal an unbelapft verließen beide Männer die Lichtung während ich verwirrt stehen blieb warum schickte sie ihre beiden Kollegen weg ich hielt Blickkontakt und blieb kampfbereit als die Frau sich mir näherte im Augenwinkel sah ich bereits dass meine Freunde nicht auf mein Signal gehört hatten sie waren alle noch hier Mira sprang sofort zu meiner Seite und knurrte die Frau bedrohlich an jedoch wirkte sie nicht ängstlich habt keine Angst ich tue euch nichts ich habe die beiden extra fortgeschickt damit sie euch nicht sehen es war definitiv eine Überraschung doch in jeder Form eine Willkommene nicht nur ersparte sie uns viel Ärger es bestätigte auch gleichzeitig meine Aussagen gegenüber Mira erneut sollen wir dir das wirklich glauben Rondo antwortete ziemlich kühl du weißt schon dass Menschen Tiere nicht verstehen oder das stimmt die menschliche Sprache ist viel primitiver was es für Menschen auch fast unmöglich macht eure Sprache zu lernen und weshalb hätte ich ja das habe ich ich habe jahrelang heimlich gelernt um eure Sprache endlich zu verstehen gerade für Fälle wie diese hier was macht ihr denn hier ihr seid keine normalen Reisenden das sehe ich sofort sonst hättet ihr im Wald kein Walross dabei ja sonst schien diesen Dialog in unser aller Namen übernehmen zu wollen wir sind auf einer Mission die Frieden zwischen Menschen und Tieren bringen soll und die ewige Nacht verhindern die für die Sonnenstürme verantwortlich ist so groß ist eure Mission das ist ja unfassbar wenn es einen Weg gibt wie ich euch helfen kann dann sagt es mir für den Frieden würde ich alles tun ich hasse diesen ewigen Krieg und dieses Gesetz es gab also wahrlich Gleichgesinnte auch unter den Menschen außerhalb von Jason hast du hast du eine Axt Bäume an der Schlucht fällen kannst wir müssen auf die andere Seite und können uns so einiges an Weg ersparen kurz blickte die Frau sich um ja das kann ich für euch tun also ist die Brücke im Osten zerstört durch den Sonnensturm ja gibt mir zehn Minuten dann werdet ihr eine neue Brücke haben gesagt getan auch wenn sie etwas Mühe hatte das große Werkzeug effektiv und bildete für uns eine Brücke ich hoffe es hilft euch viel Glück auf euren Reisen ihr schafft das bestimmt vielen Dank wir haben dir einiges zu verdanken wir werden alles geben das verspreche ich auch in diesen Momenten wirkte Mira noch unsicher ob sie der Frau wirklich trauen sollte aber auch sie wusste dieser Mensch half uns wahrlich weiter und ich hoffte dass sie vielleicht zumindest irgendwie dass auch sie verstand was ich noch zuvor gesagt hatte Menschen sind nicht grundsätzlich böse Kapitel 8 Feinde unter Gleichgesinnten der Weg weiter stand uns nun offen es war für mich eine unfassbare Überraschung gewesen dass gerade ein anderer Mensch uns den Weg freigab welchen wir nun folgen konnten und noch dazu ein Mensch welcher sogar mit Tieren sprechen konnte ich hatte all die Jahre gedacht dass ich wohl der einzige Mensch wäre der Tiere überhaupt als Gleichgesinnte sah doch heute hatte ich den Beweis erhalten dass dies nicht stimmte und gleichzeitig schaffte es neue Hoffnung wenn wenn noch mehr Menschen an die Gleichberechtigung glaubten dann würde die Herstellung der Harmonie einfacher werden als ich es je zu glauben gewagt hätte aber noch standen wir dem Ziel der Reise nicht nah gerade einmal die Hälfte der Gruppe hatte sich bis hierhin versammelt und zwei von uns waren die jenigen die diese Reise begonnen hatten Rondo zähle ich bei diesen Rechnungen mal nicht mit also hatten wir erst ein Drittel unserer neuen Freunde und Begleiter gefunden aber bis wir den oder die nächste treffen würden würde es nun nicht mehr lange dauern und das alles dank dieser geheimnisvollen Frau vorsichtig traten wir alle heran an den Baumstamm nun alle außer Rondo der bereits auf die andere Seite geflogen war das größte Problem war eindeutig win Gleichzeitig müsste er irgendwie das Gleichgewicht halten und wir mussten hoffen dass der Stamm diesem Leichtgewicht standhalten konnte ich wollte gerade vorschlagen dass er als letzter gehen sollte damit falls der Stamm brach alle anderen schon auf der anderen Seite waren aber Ecke hatte andere Pläne der Stamm sieht recht stabil aus lasst uns einfach alle schnell rüber dann dürfte es keine Probleme geben ich hätte gern widersprochen aber natürlich war seine neue beste Freundin sofort da um ihn zu unterstützen gut je schneller wir uns von den Menschen entfernen desto besser auch Win schien keine großen Probleme zu sehen also wäre ich mit meiner Meinung ja ohnehin überstimmt worden Ich sah erst einmal zu wie Mira als erstes auf den Stamm sprang dicht gefolgt von Ecke auch Wind schaffte es sich hoch zu hieven und folgte erst oben auf der notdürftigen Brücke merkte ich erst wie tief und weit die Schlucht vor uns tatsächlich war wir mussten definitiv vorsichtig vorgehen aber auch während ich über dies nachdachte wurde ich schon wieder mental überstimmt als Wind ging die Sache langsamer an aber auch eher weil er einfach nicht schneller konnte doch schon nach wenigen Metern hörte ich ein leises knacksen ich glaub der Stamm ist morsch beeilt euch als hätte ich es herauf beschworen brach auf einmal der Baum unter uns ein es war eher ein Reflex als eine Reaktion als ich wie in Trance versuchte eine Brücke aus dem felsen wachsen zu lassen eine Aufgabe so schwierig dass Ecke es mich nicht einmal hatte versuchen lassen und es war keine schwere Aufgabe ohne große Mühe entstanden Ranken die unseren Sturz abfingen und nun eine Brücke nach oben auf die andere Seite bildeten während wir alle uns hoch bewegten sprach ich kein Wort ich versuchte meinen Fokus voll und ganz auf den Ranken zu halten was ohnehin schwierig genug war so wie meine Gedanken in diesem Moment kreisten erst als alle sicher am Rande der Schlucht waren sprach Ecke mit mir und löste meinen Fokus das war super Jason du hast uns das Leben gerettet endlich hatten meine Gedanken den Freilauf den sie gerade brauchten ja aus einer Situation in die wir ohne dich nie gekommen wären kurz wirkte er völlig perplex wie was meinst du wenn du nicht zu stolz gewesen wärst um es mich früher probieren zu lassen dann wären wir schon seit Stunden hier drüben und wenn du nicht so unverantwortlich losgerannt wärst auf diesem Baumstamm wenn du dich von der Frau nicht hättest sehen lassen wenn du einfach mal irgendwas richtig gemacht hättest ich erwartete nicht auf Verständnis zu stoßen und dies geschah auch nicht ja ich habe ihr vorhin und wenn ich etwas zu sagen gehabt hätte wäre der Stamm auch nicht gebrochen dass die Frau mich gesehen hat war ein Glücksfall du denkst nicht rational jason ich denke nicht rational rubin ich habe das Gefühl dass du selber gar nichts mehr mit bekommst du bringst uns in solche Schwierigkeiten aus reiner achtlosigkeit und ich denke nicht rational was ist in den letzten 24 Stunden mit dir passiert ich erkenne dich nicht wieder natürlich schalteten sich auch Mira und Vin in die Debatte ein Vin wollte offensichtlich einfach den Streit schlichten so schnell es ging es ist auch nichts passiert allen geht's gut und wir sehen's ja also lasst uns einfach weiter gehen Eckes neues Anhängsel stellte sich natürlich sofort wieder auf seine Seite du erkennst im Moment nur was du erkennen willst gib ihm nicht die schuld für alles schlechte was uns passiert kurz wirkte es noch so als Suche Ecke nach Worten jedoch schien er sie schnell gefunden zu haben wenn du mich nicht mehr wieder erkennst weißt du was dann das Problem ist dass du geglaubt hast mich zu kennen und es wirklich zu tun ich bin derselbe der ich immer war und wenn du das nicht akzeptieren willst dann werde ich nicht mein Problem daraus machen du lügst und das weißt du selber den Wolf den ich kannte Ecke gibt es nicht mehr und stattdessen bist nun du hier Ecke Sicht stattdessen bist nun du hier hatte ich mich so sehr an meinem besten Freund täuschen können wieso dachte er auf einmal so über mich ich hatte mich nicht verändert auch wenn er nun hier stand und es behauptete ohne irgendwelche Gründe ich verstand einfach nicht wieso er sich auf einmal so verhielt doch ich spürte in meinem inneren den Zorn aufkochen weißt du Jason wie wäre es wenn du einfach einmal logisch nachdenkst dass ich mich innerhalb von einem Tag so verändere oder dass du Erwartungen hattest die nichts als scheiße sind was hast du von mir gedacht dass ich immer genau deiner Meinung dachte nur dass du verantwortungsbewusst wärst aber ich habe mich wohl in dir getäuscht diese reise zeigt wohl das wahre Gesicht von den Wesen nicht zum ersten mal heute stimme ich dir zu wie anders die Dinge auf einmal aussehen ohne auf einer Erwiderung zu warten schritt ich nun weiter in Richtung des Plateaus dieses Gespräch war für mich zu Ende egal ob Yazo noch etwas zu sagen hatte oder nicht ich hatte genug gehört um zu wissen wie die Dinge nun standen und so düster die Lage auch war und so frustrierte ich mich auch fühlte es gab auch etwas positives ich denke dass Yazo genauso wusste wie ich dass ich am Ende der Reise eine Entscheidung treffen müsste wenn wir Erfolg hatten so wie Mira der Menschheit gegenüber stand müsste ich mich entscheiden bei Yazo zu bleiben oder bei ihr ehrlich gesagt wirkte diese Entscheidung bereits vorher sehr eindeutig für mich doch diese vorige Konversation half mir noch weiter denn nun müsste ich nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen haben wenn ich Yazo alleine zurück ließ als ich nun gerade über Mira und Yazo nachdachte gesellte sich erstere zu mir geht es dir gut Rubin ist alles in Ordnung ich glaube dass nicht alles in Ordnung ist muss ich dir nicht erklären aber ich werde drüber hinweg kommen also mach dir keine unnötigen Gedanken ich brauche einfach etwas Abstand von ihm ok soll ich dich auch in Ruhe lassen wenn du bleiben willst nicht ich kann wahrscheinlich etwas Ablenkung vertragen als ich ihre Freude über diese Aussage spürte wurde ich lockerer auch wenn ich Yazo als Freund wohl verloren hatte würde meinte Yazo eigentlich vorhin als er dich Ecke genannt hat ach ja so hat mein Mensch mich immer genannt ich bin ja ohne Erinnerung aufgewacht und kannte meinen Namen nicht deswegen habe ich bis zu Beginn der Reise den Namen Ecke getragen und so nennt mich eben auch Yazo und so kannte er mich was er damit sagen wollte war wohl dass ich mich in seinen Augen verändert hätte seitdem ich nicht mehr bei einem Menschen lebe aber selbst wenn das stimmt es ist doch nichts schlechtes oder etwa doch Menschen haben einfach keinen guten Einfluss sind schlechte Wesen nach den Dingen die erst vor Minuten geschehen waren ergaben diese Worte in meinen Ohren einfach keinen Sinn wie konnte sie immer noch alle Menschen für schlecht halten erst vor Minuten hatte eine von ihnen uns den Weg geebnet und uns Tage der Reise erspart und was war das gerade eben hat diese Frau uns geschadet nein das hat sie nicht geschafft aber versucht hat sie es sag mir jetzt bitte nicht dass du denkst dass es ein versehen war Rubin meine Nerven waren bereits genug strapaziert von allem was zuvor geschehen war so dass ich nicht ausweichen konnte ich ihm auch nicht natürlich war es das woher hätte sie denn wissen sollen dass gerade dieser stamm morsch war es ergibt keinen sinn was mich beinahe noch wütender machte als die behauptung selber war der traurige und verzweifelte unterton in ihrer nächsten aussage bitte Rubin du musst versuchen aus deinem verzerrten Weltbild zu entkommen deine Vergangenheit beeinflusst dich zu sehr natürlich beeinflusst mich meine Vergangenheit aber nicht mehr als dich du hast menschen weil sie dir deine familie genommen haben ich glaube an das gute in ihnen weil sie mir das Leben gerettet haben deine motivation ist nicht richtiger oder logischer als meine es war nur ein Mensch der dich gerettet hat es war eine Ausnahme ach und wie viele waren damals bei dem Angriff beteiligt ich kenne mal drei habe ich recht etwas verlegen gab mir zu zwei es waren zwei siehst du du musst doch selber merken dass deine argumentation einfach keinen Sinn ergibt dass ich menschen vertraue ist weder irrational noch verantwortungslos ich würde nie behaupten dass du menschen nicht misstrauen darfst nach allem was du erlebt hast also versuch nicht mir zu sagen ob ich ihnen vertrauen darf oder nicht es kam aufforderung stattdessen ließe sich etwas zurückfallen und gesellte sich wieder zur gruppe ich nun vollkommen allein an der spitze ich war selten mit so vielen wesen in einer gruppe gereist und trotzdem hatte ich mich nie so einsam gefühlt ich hatte das gefühl dass von ihnen nur hasse aus ging selbst diejenigen denen ich am meisten vertrauen sollte standen gegen mich auf dieser reise sollte ich wohl nicht glücklich werden aber so ganz stimmte meine aussage gerade auch nicht es gab einen von dem ich keinen ausdruck des hasses empfing er im gegenteil auch wenn er kein wort sprach bemerkte ich eindeutig verständnis und mitleid von demjenigen dem man am wenigsten damit verbinden würde rondo gerade er schien verständnis für mich beteidigte aber auf dieser reise war wohl alles anders als es zunächst schien würde ich glück finden würden wir erfolg haben mit der derzeitigen team moral standen unsere chancen alles andere als gut meine hoffnung lag in diesem moment auf völlig auf unserem nächsten begleiter den wir auf dem plateau treffen würden wenn es ein tier wäre mit einer persönlichkeit wie win welches jedoch auch seine stimme etwas öfter erheben würde könnte dies vieles ändern wenn wir allerdings auf ein tier treffen würden welches selber nur hass verbreitete ich bezweifelte stark dass wir die mission in diesem fall noch fortsetzen könnten aber andererseits konnten wir auch nicht einfach stoppen gerade nachdem wir die kraft des sonnensturmes gespürt hatten es durfte einfach nie etwas einfach sein unbekannte Sicht vor 100 Jahren in diesem tempel soll also der schlüssel zum ende der menschen liegen nun gut nun gut ich vertraue dir lass ihn uns betreten und ging ich und mein freund einen langen gang entlang der uns am ende in einen großen saal führte ein mächtig wirkendes podest mit einem seltsam glühenden kristall war in seinem zentrum so fort nahm ich das stück an mich doch ohne jegliche vorwarnung konnte ich mich nicht mehr rühren was soll das was ist dieser kristall das letzte was ich sah war ein blick voller mitleid und doch entschlossenheit bevor mehrere menschen in den saal stürmten der mein ewiges gefängnis werden sollte kapitel 9 blut an den krallen die begegnung mit unserem nächsten begleiter oder unserer nächsten begleiterin stand kurz bevor und ich wusste bereits dass diese begegnung sehr entscheidend werden würde vielleicht gar entscheidend für den ausgang dieser reise es konnte nicht weiter gehen wie in diesem moment mit der gruppe deren anführer mit niemandem zurecht kam rondo war der einzige der mit meiner art uns anzuführen einverstanden schien und immer mehr schwand auch meine entschlossenheit meine gedanken dass ich nicht alleine schuld an dieser lage war immer noch alleine trat ich vor der gruppe her als wir das plateau erreichten es war eine einzige riesige fläche auf welcher kaum bäume wuchsen was die suche nach einem lebewesen mehr als einfach machen sollte es gab auch nicht viele tiere an diesem ort wie sich schnell heraus stellte ein paar wenige sahen wir teils in der ferne gehen oder rennen doch keines von ihnen schien uns aufmerksamkeit zu schenken erst als wir uns einer der wenigen baum gruppen näherten schien rondo etwas zu bemerken sein fokus richtete sich auf ein großes tier in der ferne welches stumm in unsere richtung blickte sie ist es sie ist die art elementarin klarer hätte diese aussage rondos schwer sein können deswegen begaben wir uns direkt auf das große tier zu im vergleich zu allen die bisher in unserer gruppe waren wirkte sie wahrlich riesig selbst win übertraf sie größen technisch locker auch dem tier selber schien schnell aufzufallen dass wir uns in seine richtung begaben allerdings schien nach wenigen minuten kamen wir also an dass das riesige tier bereits wortwörtlich so wenig entgegenkommen war ließ bereits ein teil meines ohnehin stark eingeschränkten optimismus schwinden und auch die begrüßung war nicht sonderlich viel freundlicher seid ihr diese seltsamen tiere die mich hier abholen sollen hat lange genug gedauert rondo hatte euch schon für stunden früher angekündigt tut uns leid aber wir können nichts dafür dass die brücke zum plateau eingestürzt ist und wir einen umweg nehmen mussten es hätte auch länger dauern können von verständnis keine spur meine hoffnung auf eine bessere team moral schmolzen schneller als ein stück eis im sonnen sturm dieses tier war weder freundlich noch optimistisch dann habt ihr noch glück länger gewartet hätte ich nämlich nicht also wollen wir dann reden menschen ruhe aber wir werden doch menschen und tiere zu freunden machen dann werden hier ja noch mehr menschen auftauchen das plötzliche gelächter der stute erschrak nicht nur mich an so eine scheiße glaubt ja gegen das gesetz der natur wird ein gott nix ausrichten es ist durch sie gegeben wie Rondo einst versuchte wird der Sonnengott die Menschen ausrotten und Tiere werden endlich überraschend still gewesen doch diese aussage schien selbst in ihm etwas auslösen zu können doch nicht etwa der gedanke dass ein anderer gott seine arbeit verrichten könnte war der grund verwende noch einmal das wort gott gegeben im zusammenhang mit diesem verruchten gesetz und du wirst es bereuen ich bin ein gott und ich will nichts mit dieser schande der existenz zu tun haben keiner von uns hat es geschaffen und niemand wird es unterstützen was mich noch viel mehr schockierte als dieser plötzliche ausbruch war die eindeutig viel zugelassene reaktion ich wusste zwar dass du kein sonderlich guter gott sein kannst aber das ist doch sehr schwach aber glaubt ihr nur was ihr wollt am ende wird der gott der harmonie selber tun was er tun muss auch wenn ich Rondo noch leise mental fluchen hörte entschied ich mich das thema zu wechseln solange wir das selber erreichen wollen passt es ja aber trotzdem könntest du gerne die höflichkeit besitzen sich vorzustellen denkst du nicht im prinzip geht es euch eigentlich nichts an wer ich bin aber ich schätze wenn ich eine weile mit euch reisen soll dann meinet wegen meine freunde nennen mich Erra mein zumindest mal etwas also falls es dich interessiert ich bin keine Sorge es interessiert mich nicht also gehen wir dann endlich ohne auf eine Antwort zu warten stapfte sie einfach los das war offensichtlich auch genug damit Rondo seinen zweiten Ausbruch hatte du bleibst sofort stehen du arroganter Gaul wenn du in dieser Gruppe sein willst dann hast du auf uns zu hören rubin ist unser Anführer nicht du und ich bin Navigator wenn du also so freundlich wärst uns zu folgen und nicht in die gottverdammte falsche Richtung los zu rennen dann wäre ich dir sehr verbunden ne überraschender weise schien Erra die ich für die kürze und schlicht aus Prinzip so nennen werde keine Widerworte zu finden stattdessen begab sie sich als Rondo begann mir den Weg zu erklären gut auf diesem Kontinent haben wir damit alle unsere Begleiter gefunden nun fehlt nur noch Pentalan dort werden wir die letzten drei allesamt finden dafür reisen wir nach Westen ans Meer Westen nicht Norden wie Erra uns gerade vormachen wollte für dich heißt es nicht Erra sondern halt den Rand Mira sprach so ziemlich aus was wir alle dachten und glücklicherweise schien der Schockeffekt für Erra zu reichen damit sie Folge leistete zumindest für den Moment danke Mira also Rubin wir werden mal wieder einen Wald durchqueren müssen immer mal was Neues nicht und dann kommen wir an einen großen Felsenstrand ans Meer da hast du dann wieder deinen Auftritt Jason Auf nach Osten die Augen direkt wieder auf einen Wald gerichtet es gab viele davon aus unserem Weg und auch dieser würde nicht der letzte werden was ich mir allerdings gewünscht hätte vorher zu wissen war wie ewig der Weg dauern würde nach drei Tagen des Marsches waren wir nämlich immer noch im Wald des Inneren viel getan hatte sich in dieser Zeit nicht mit Jason hatte ich nicht ein Wort gewechselt was mich erleichterte war dass Mira zumindest manchmal ein paar Worte mit mir wechselte wenn auch eher distanziert und weniger als zuvor doch glücklicherweise muss ich zugeben obwohl ich es nie erwartet hätte die Team Moral schien etwas dadurch zu steigen dadurch dass er uns beigetreten war aber nicht durch ihre tolle Persönlichkeit unsere gemeinsame Abneigung gegen sie war nur eine Gemeinsamkeit die der gesamte Rest der Gruppe teilte selbst der sonst so neutrale Wind schien nicht mit einer Befürworterin des Gesetzes der Natur sympathisieren zu wollen die meiste Zeit verbrachte ich auf dieser Reise tatsächlich im Geheimgespräch mit Rondo das wir zu großen Teilen durch seine Fähigkeit leicht unabhängig führen konnten eines der wohl wichtigsten Gesprächsthemen war wieso er von all den Tieren R als Erdelementarin aussuchen musste seine Antwort war simpel und machte doch gleichermaßen Sinn ich hatte nach meiner Entsiegelung einen Tag um die Gruppe zu informieren deswegen habe ich mich hauptsächlich an Nachfahren alter Bekannter meinerseits gehalten und glaube mir Erras Vorfahren waren deutlich nettere Tiere als diese auch meine Vergangenheit wurde erneut zum Thema gerade da immer noch so viele Fragen offen lagen was hat es denn jetzt auf sich mit unserer Begegnung vor 100 Jahren Rondo tatsächlich war Rondo dieses Mal gewillt mir mehr Auskünfte zu geben als noch letztes Mal aber leider trotzdem immer noch nicht im Ansatz alles ich versuche immer noch zu verstehen was damals genau vorgefallen ist doch nun Rubin ich weiß dass Menschen dich damals einfingen damals vor 100 Jahren ich weiß es nicht genau aber ich bin mir sehr sicher dass sie Experimente an dir durchgeführt haben du könntest sonst nicht mehr am Leben sein da bin ich mir sicher als ich dann heraus fand dass ein Mensch dich aufgenommen hatte nach dem Verlust deiner Erinnerung und tatsächlich gut zu dir war es war doch sehr beruhigend für mich und es hat mich sehr beeinflusst in meinem Denken das ist definitiv wichtig aber woher kanntest du mich wie traten wir damals in Kontakt doch wieder einmal auch heute sollte diese Frage noch ohne Antwort bleiben am dritten Tag wurde eindeutig dass ich auch in der Gruppe Langeweile bereit machte Mira war schließlich die erste die aktiv dagegen vorgehen wollte wisst ihr was ich gehe vor und jage etwas wir treffen uns später wieder einerseits verstand ich ihre Langeweile aber mir war nicht wohl bei dem Gedanken dass ich die Gruppe aufteilen sollte auch eine Bemerkung Rondos vom Vortag ließ mich sehr vorsichtig werden vielleicht solltest du das besser sein lassen wir sind nicht zu weit von einem Wald zurück lassen danke für deine Sorge aber ich kann durchaus auch auf mich selber aufpassen Rubin die Ironie im ersten Teil ihres Satzes hörte man so deutlich raus dass es beinahe wehtat sie wartete nicht dann mal auf eine Antwort bevor sie einfach davon schoss vielleicht solltest du ihr folgen Rubin einerseits sorgte ich einander ich wollte ihr nicht noch derart aktiv entgegentreten und damit das verhältnis vielleicht noch stärker schädigen sie würde es mir nicht gerade danken sie wird schon alleine zurecht kommen auch wenn meine worte eher gezwungen waren an sich glaubte ich durchaus an sie mir war vernünftig und hatte viel erfahrung mit der Jagd nahe den Menschen deswegen dürfte eigentlich ja nichts schief gehen doch nur Minuten später ein panischer schrei halte durch den wald es war keine frage von wem er stammte noch vor allen anderen rannte ich sofort los in der hoffnung rechtzeitig zu kommen um ihr zu helfen der schrei selber leitete mir den Weg zu dem Punkt an welchem Mira sich nun befinden würde ohne wirklich auf meine Umgebung zu achten erreichte ich bald eine kleine Lichtung auf der ich sie sofort erblickte mit dem Bein eingeklemmt in der Falle eines Menschen und dem Menschen der sie gelegt haben musste direkt daneben wie die meisten Menschen schien auch dieser kein Wort zu verstehen von dem was Mira eigentlich sagen wollte nerv nicht dumme Töle nach diesen Worten packte er sie unsanft am Nacken ohne zu zögern sprang ich den Menschen an der sofort los ließ noch so ein Vieh verpisst dich ich will nur den weißen Wolf im Wissen dass kein Dialog entstehen konnte knurrte ich den Jäger nur an Mist Viecher ohne ein weiteres Wort zog er ein scharf schneidiges Messer vor hoffensichtlich bereit mich anzugreifen ähnlich wie während dem Sprint zu diesem Ort nahm ich meine Umgebung jedoch kaum war es war eine Art Zustand in welchen ich manchmal eintrat ein Zustand in dem ich eigentlich alles um mich herum ausblendete und nur einen Gedanken ans Licht trat diejenigen zu beschützen die mir nahestehen ohne 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 wirklich darüber nachzudenken sprang ich den Jäger erneut an dieses Mal aktiv mit einem Biss dem der offensichtlich eher träge Gegner nicht entging an diesem Punkt als sich das Blut des Menschen auf meiner Zunge schmeckte verschwamm alles vor mir meine Erinnerung an das was geschah sind undeutlich es war als hätte ich die Kontrolle einfach verloren und irgendetwas anderes hätte sie übernommen ich weiß nicht wie lang dieser Zeitraum der völligen Kontrolllosigkeit wahrlich dauerte doch irgendwann begann meine Erinnerung einfach wieder der Kampf zwischen mir und dem Menschen ist wie eine Erinnerung die mein Gedächtnis einfach löschte kaum war sie geschehen als ich wieder voll bei sinnen war und mich um sah sah ich meine Begleiter die die Lichtung inzwischen erreicht hatten auch sah schien die ich kannte Freude Trauer Erleichterung Angst und als ich mich wieder umdrehte sah ich den regungslosen Körper des Jägers welcher den Boden blutrot färbte aus seiner Kehle floss die rote Flüssigkeit er war eindeutig tot ich hab hab ich ich wollte doch mir wurde schwindelig die Welt um mich herum begann sich zu drehen egal ob Freund oder Feind ich wollte doch niemanden töten doch ein Blick zu meinen Füßen zu meinen blutbefleckten krallen verriet mir alles was ich wissen musste ich hatte die Kontrolle komplett verloren heute weiß ich selber nicht mehr genau weshalb ob aus Sorge vor den Reaktionen der anderen oder aus Angst vor mir selber doch in diesem Moment wollte ich nicht mehr bei ihnen allen sein und floh an meinen krallen klebte blut welches nicht vergossen hätte werden sollen Kapitel 10 Angst vor mir selbst Rondos Sicht Auf der Lichtung bot sich ein Anblick dar welcher wohl keiner von uns erwartet hätte Mira war eingeklemmt in einer ekel erregenden Schnappfalle eines Jägers doch der Jäger selber schien nicht mehr sonderlich aktionsbereit um es schonend auszudrücken Rubin stand seinem leblosen Körper geistesabwesend gegenüber Vin und Jason wirkten beide schockiert von diesem Anblick auch Erra wirkte überrascht jedoch weniger im negativen Sinne so gerne würde ich sie einfach aus diesem Team werfen doch die Zeit hatte es nicht zugelassen in Miras Augen spiegelte sich eher Angst als alles andere es brachte mich ins Grübeln was genau war hier vorgefallen es sah Rubin trotz allem wahrlich nicht ähnlich zu töten schon gar nicht auf so eine grausame und scheinbar beabsichtigte Weise nun beabsichtigt zumindest im Sinne dass man niemanden in einem Unfall so zurichten könnte doch dass Rubin dem Jäger gegenüber wahrlich die volle Kontrolle über sich selbst gehabt hatte ehrlich gesagt bezweifelte ich es stark noch einmal bestätigen tat sich diese Annahme im Moment als Rubin mental wieder zu uns stoßen zu schien und bereits nach wenigen Sekunden floh er alles okay bei der Mira was ist passiert immer noch wirkte sie etwas im Schock auch wenn ich mir durchaus vorstellen könnte dass dieser zumindest zum Teil auch von der Begegnung mit dem Jäger stammte ich ich war in diese Falle getreten ich habe noch nie so etwas wie sie gesehen deshalb war ich nicht vorbereitet und dann habe ich diesen Kerl gesehen diesen Menschen und ich habe ihn erkannt ihn erkannt diese Wendung der Dinge hatte ich doch nicht erwartet doch was genau sie meinen könnte ahnte ich bereits in dem Moment in welchem sie die Worte aussprach er war einer der beiden die damals bei mir zu Hause einfielen und und was gibt es etwas über das ich nicht Bescheid weiß Jasan antwortete noch bevor Mira überhaupt eine Chance dazu hatte Menschen haben mir ihre Familie genommen als sie jünger war und das war wohl einer der beiden Schuldigen als antwort auf diese erklärung nickte sie bloß und was ist mit Rubin mein interesse hierüber war in diesem Moment doch stärker als mein Verlangen Empathie zu zeigen er ist auf einmal hier aufgetaucht er hat den Menschen angegriffen und als der dann eine Waffe herausgeholt hat ich weiß nicht was in ihn gefahren ist er war auf einmal gar nicht mehr zurückhalten anders als ich von ihm gewohnt bin er war nicht vorsichtig oder strategisch er hat einfach angegriffen und nicht abgelassen bis er sicher war dass der Jäger tot war eine meiner alten Vermutungen kam wieder in mir hoch aber auch das Team und die Moral waren gerade wichtig deshalb musste ich schnell einen Plan machen Jason Win Erra ihr drei Hälften Mira aus der Falle heraus wartet dann hier oder such nach Kräutern falls du verwundet bist Mira ich gehe Rubin suchen auf Zustimmung wollte ich gar nicht warten alleine durch den Fakt das dass er anwesend war ich schlug direkt eine Richtung ein die Richtung der auch mein alter Freund bereits gefolgt war ich ahnte bereits wie er sich derzeit fühlte und was er dachte aber ich wusste bereits genau wie ich ihn wieder aufheitern könnte Rubins Sicht ich rannte bis ich einen Kliff am Rande des Kontinentes erreichte bevor ich wieder stoppte immer noch drehte sich die Welt dieses mal jedoch vor allem aufgrund meiner unnatürlichen Verausgabung was nun was sollte ich tun wenn ich mich so schlecht unter Kontrolle hätte würden dann meine eigenen Freunde sicher vor mir sein wie sollten sie es sein wie konnte ich wissen dass ich nicht einfach irgendwann durchdrehen würde ich kannte einfach keine antworten aber gleichzeitig wusste ich auch dass ich sie nicht so schnell finden würde trotzdem brauchte ich jetzt wirklich einige Minuten für mich allerdings endeten diese Minuten sehr schnell ich hatte mir bereits gedacht dass irgendjemand sich wohl aufmachen würde um mir zu folgen und dass es Rondo war machte wohl durchaus Sinn hier bist du also Rubin mir hat uns bereits erzählt was geschehen ist und warum bist du dann hier warum habt ihr euch schon lange geeinigt ohne mich weiter zu reisen du du glaubst selber nicht dass wir das würden Rubin vor allem nicht Mira oder ich ich weiß gut genug dass es nicht deine schuld ist diese behauptung ließ mich aufhorchen du weißt es dass es nicht deine schuld war bin ich mir sicher beim weshalb wanke ich noch zwischen den theorien aber ich habe dir nun doch bereits von den experimenten erzählt mit denen ich stark in deiner vergangenheit rechne nun ich bin sehr überzeugt dass du im Anblick der Waffe des Jägers einen Rückfall erlitten hast durch ein Messer was denkst wie viele davon ich gesehen habe während ich auf Irelius lebte mehr als genug es macht keinen Sinn dass dieses eine etwas auslöste die Musterung hier sind besonders und wenn ich bedenke dass wir uns auf diesem Kontinent zum ersten Mal trafen ich vermute dass genau diese Art der Klinge auch bei den Experimenten an die eine Rolle spielte und deshalb der Anblick dich verrückt machte irgendwo hoffte ich wirklich dass diese Theorie stimmte denn wenn ja dann würde ich niemanden gefährden der nicht mein Feind war doch gleichzeitig warf es viele neue wir haben uns auf diesem Kontinent kennengelernt ja damals als weißt du was Rubin vielleicht ist es an der Zeit dir die wichtigsten Dinge deiner Vergangenheit mitzuteilen ich glaube es würde dir ohnehin nicht schaden wenn du deinen Gedanken etwas anderem zuwenden könntest denn weißt du hier begann der Krieg meinerseits gegen die Menschen auf Irelius fand beinahe nichts von ihm statt aber sowohl hier als auch dort warst du ein Begleiter an meiner Seite du hattest dich mir früh im Krieg angeschlossen du warst ein Freund und Helfer bis du mich damals nach Irelius gelockt hattest in den Tempel im Untergrund weißt du du hast mich damals verraten du hast dich auf meine Seite gestellt um den Menschen zu helfen und am Ende warst du es der mich versiegelte ich soll es gewesen sein ich hatte vor 100 Jahren Rondo versiegelt ich hatte für die Menschen gekämpft ihm den Krieg gewonnen ich hatte Rondo verraten und betrogen und trotzdem schwebt er nun mir gegenüber als Freund trotz dass ich seine Pläne damals stoppte ich wusste schon damals du warst gutherzig und von reiner Seele die Menschen hatten dich als ihre Waffe missbraucht doch letztlich dieses Mal stehen wir beide auf einer Seite beide von uns sind nun für die Menschen und die Tiere es war nun genau der Fall eingetreten den ich von Anfang an befürcht hatte Rondo hatte mir alles geklärt mir alle Fragen beantwortet die meine Vergangenheit betrafen und die er beantworten konnte und doch fühlte ich mich nicht schlauer also irgendwie schon aber gleichzeitig nicht es war kompliziert wieder einmal es durfte einfach nie einfach sein nun kennst die ganze Wahrheit und den Grund aus dem ich dich auf dieser Reise brauche auch wenn du vielleicht nicht verstehst weshalb ich keinen Groll hege Rubin die Gruppe braucht dich sie sind noch alle auf der Lichtung komm wieder zu uns zurück kurz überleg dich wie ich nun handeln sollte ich wir sind ja ohnehin bereits am Meer dort wo wir hin wollen ich brauche etwas Zeit für mich aber ich werde hier warten sobald die anderen auch hier auftauchen und wenn sie es nicht anders wollen dann werde ich euch weiter begleiten das klingt vernünftig wenn Mira in der Lage ist nochmal zu reisen werden wir spätestens in einer Stunde hier sein ich würde sagen wir schlagen dann ein Lager am Waldrand auf und du kannst dich zu uns gesellen okay aber bitte geh jetzt okay er antwortete nicht an mal mehr sondern ließ mich mit sofortiger wirkung alleine er ließ taten folgen und verschwand sofort war ich wirklich so ungefährlich wie Rondo es versuchte zu versprechen ich wusste es immer noch nicht aber trotzdem war ich entschlossen solange mein Team nicht dagegen stimmte ich würde diese Reise mit ihnen beenden und was danach geschehen würde würde ich dann sehen den gesamten Sonnenuntergang verbrachte ich so alleine am Kliff mit dem Blick auf den Wellen hier leises rauschen in meinen Ohren der orange glühende Horizont beruhigte meine kreisenden Gedanken zumindest ein wenig erst als die Sonne bereits im Meer versunken war hörte ich wie sich jemand näherte doch zu meiner Überraschung war es nicht Rondo nicht Mira auch nicht die gesamte Gruppe allein Jason kam zu mir ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher ob ich mich freuen sollte oder nicht seit unserem Streit hatten wir nicht ein Wort gewechselt doch gleichzeitig konnte ich wahrlich nicht einschätzen wie er auf diese Ereignisse reagieren würde äh Rubin meine ich Rondo hat also die Wahrheit gesagt natürlich hat er uns auf dieser Reise bereits belogen Definitionssache als er sagte dass wir sechs Mitstreiter finden würden vielleicht er wirkt zumindest nicht als würde sie unter diese Kategorie fallen gut das stimmt aber es war definitiv keine bewusste Lüge also gibt es irgendetwas wofür du mich brauchst ich möchte halt mal wieder mit dir reden gerade nach allem was heute geschehen ist Rondo hat uns bereits erklärt was er denkt was sagst du selber denn dazu zu seiner Theorie mit meinen Flashbacks du müsstest doch am ehesten wissen ich kann dazu nichts sagen dazu fehlen mir die Erinnerungen nach allem was er mir erzählt hat und nach dem was passiert ist weiß ich noch weniger wer ich wirklich bin als vorher ich weiß nicht woher ich komme wofür ich stehe weshalb ich handle wie ich es tue trotz unserer Konfrontation zeigte sich dass Jason mich wohl doch besser kannte Er hat dir etwas über deine Vergangenheit erzählt oder er hat mir fast alles offengelegt angeblich war ich selber derjenige der ihn vor 100 Jahren versiegelt hat weil ich ihn verraten hatte das hat er gesagt und dass die Menschen mich durch Experimente verändert und als Waffe missbraucht hätten Schwachsinn gerade als ich gedacht hätte dass ich dieses Mal offen mit meinem ehemals besten Freund reden könnte begann er wieder an mir zu zweifeln Menschen würden niemals an Tieren experimentieren um sie als Waffe zu nutzen seit was lächerliches habe ich noch nie gehört diese ganze 100 Jahre Geschichte ist irre genug diesen Teil hatte Ronde uns aber auch gekonnt verschwiegen und was genau ist daran in deinen Augen so unrealistisch es würde so viel Sinn machen so viel es erklären nichts an alledem ist unlogisch hast du auf Irylius jemals ein Menschen Tierversuche durchführen sehen viele von ihnen sind verständnis und verstandslos aber sie sind nicht herzlos sind sie nicht und was ist dann mit denen die Mira ihre Familie genommen haben sie haben getan was sie für das richtige hielten wie alle Menschen dass du eines Tages anfangen würdest deine Spezies zu verteidigen weshalb das auf einmal du hast die doch immer alle für irre gehalten ich erinnere mich noch gut daran kurz nach unserer ersten Begegnung damals hast du mir selber gesagt kümmere dich nicht um die anderen Dorfbewohner sie sind alle durchgeknallt und auf das Gesetz versessen und dazu stehe ich bis heute aber herzlos sind Menschen nicht und letztlich bin ich eben einer von ihnen deswegen höre ich reise gegangen wären wäre ich selber noch einer von ihnen beschwer du dich jetzt ja nicht über diese reise jason ohne deine übermäßige neugier wären wir jetzt nicht hier rondo wäre nie befreit worden und die sonne würde erlöschen genau wie sie es wird wenn du so eine schau stellst du solltest mal unsere gruppe anführen aber anscheinnt hat rondo da ähnlich gut entschieden wie bei erra ich hatte gehofft dass wir uns vielleicht endlich vertragen würden doch nein es wurde alles nur noch schlimmer geh einfach du verstehst mich sowieso nicht du hast keine ahnung was ich alles durch machen muss du weißt einfach nicht wie es sich anfühlt angst vor sich selber haben zu müssen kapitel 11 immer noch ich selbst anscheinend hast du recht ich verstehe nicht wie du dich fühlst ich dachte einmal dich zu kennen rubin nach diesen worten verschwand Jason vom Cliff und ließ mich alleine zurück bereits vor diesem gespräch hatte ich mich schrecklich gefühlt und es hatte wirklich nicht geholfen wie konnte es sein dass Jason und ich so gute Freunde waren bis wir endlich miteinander konnten danach zerfiel alles alles was wir uns vorher erbaut hatten die Sterne standen nun bereits am Himmel die See war noch ruhiger geworden nur noch leises schwappen am unteren Ende des Cliffs blieb nichts nichts anderes war mir geblieben mein ehemals bester Freund hasste mich ich wusste nicht mehr wer ich selber war selbst die Sonne verschwand jeden Tag weiter ob Mira mir je wieder in die Augen blicken könnte nachdem welche Seite von mir sie an diesem Tag kennenlernen musste der einzige der noch etwas mit mir zu tun haben wollte schien Rondo zu sein hatte es so wirklich einen Sinn weiter zu machen wäre es vielleicht für alle besser wenn ich im verlaufe der nacht einfach unbemerkt verschwinden würde es wäre einfacher für sie alle einen anderen feuer elementar zu suchen als weiter mit mir in der Gruppe reisen zu müssen doch all meine düsteren Gedanken wurden unterbrochen als ich das Gebüsch hinter mir erneut rascheln hörte erst dachte ich dass es noch Jason wäre der am verschwinden war allerdings näherten sich nun erneut Schritte gab es noch mehr die mir klar machen wollten was ich alles falsch gemacht hatte inzwischen war es mir ehrlich gesagt ohnehin egal allerdings schien es als wäre ich dieses mal im unrecht mit meinen Annahmen als kühles Fell meine Seite streifte erahnte ich bereits wer mich nun besuchen kam hatte sie mich immer noch nicht aufgegeben oder musste sie es noch mit mir besprechen rubin geht es geht es dir gut kann ich etwas mit dir reden nein und ja ich habe mich selten schrecklicher gefühlt aber wenn du reden möchtest dann gerne wenn du lieber etwas Ruhe haben möchtest dann gehe ich wieder ich habe den Punkt erreicht an dem mir auch egal ist wie viel Ruhe ich habe zunächst wirkte Mira noch unsicher ob sie wirklich bleiben sollte entschied sich aber letztlich dafür weißt du ich wollte vorhin schon mit dir reden aber Jasen war schneller und ich bin ihm gefolgt also habe ich ich habe alles gehört worüber ihr geredet habt es dauerte einen Moment bis ich verstand was genau sie meinte warte warte du meinst du hast gehört dass Jasen ist also ein Mensch ja der Mensch der mir damals das Leben gerettet hat Rondo hat ihn am Anfang dieser Reise in einen Fuchs verwandelt damit er ein Element abdeckt und damit er nicht wegen seiner Spezies bei allen anderen verhasst wäre die uns begleiten sollten kurz wirkte Mira etwas abwesend ein Mensch in meinen eigenen Reihen ganze Zeit ich wusste ehrlich gesagt nicht wie ich reagieren sollte deshalb blieb ich stumm aus denselben Gründen hast du es auch geheim gehalten oder ja nur Rondo ich und natürlich Jasen wussten Bescheid niemand sonst aber das hat sich damit dann wohl auch erledigt also wieder schienen sie kurz zu überlegen Rubin wenn du wirklich möchtest dass es ein Geheimnis bleibt dann werde ich keinem Wort verraten auch wenn du dir bestimmt denken kannst dass mich der Gedanke nicht begeistert wirklich das würdest du tun trotzdem was du schon alles durchgemacht hast kaum hatte ich ausgesprochen wandte die Polarwölfin sich direkt an mich und blickte mir in die Augen nach allem was du heute durchgemacht hast kann ich es doch nicht über mich bringen dir das Leben noch schwerer zu machen Rubin ich weiß genauso gut wie alle anderen aus unserer Gruppe wie seit du heute gelitten hast und auch schon die letzten Tage hindurch ich weißt du ich schulde dir auch meine Mutter gerecht dieser Jäger war einer der beiden die sie mir damals genommen haben wirklich dieser Kerl war einer von ihnen an diesem Ort es hat mich auch schockiert aber ich bin mir sicher das Schicksal spielte oft wirklich kranke Spiele und auch dies war wohl wieder eines von ihnen noch dazu verdanke ich dir mein Leben und wir haben in den letzten Tagen so wenig geredet bis Rondo es vorhin erwähnt hat wusste ich ehrlich gesagt gar nicht wie sehr es dich getroffen hattest es tut mir leid dass ich dich so habe leiden lassen und was ich neulich alles zu dir gesagt habe ich blickte sie fragend an bei unserem Streit nachdem wir diese Frau trafen ich habe über die Dinge nachgedacht die du gesagt hast und ich habe einfach gesehen wie arrogant und ekelhaft ich mich verhalten habe ich habe mich danach nicht mehr getraut mit dir zu reden weil ich dachte du würdest einfach nichts mit mir zu tun haben wollen ehrlich gesagt fiel es mir im ersten Moment wirklich schwer ihr zu glauben nicht weil ich dachte sie würde irgendeine Ausrede suchen nicht weil ich dachte sie wollte mir etwas böses nicht weil ich dachte dass sie log sondern einfach weil der gedanke dass ich wirklich jemals so etwas denken könnte mir so fern lag mir so fremd vorkam in meinem kopf macht es einfach keinen sinn doch mira hatte offensichtlich nicht gewusst dass ich so dachte auf keinen fall ich würde niemals schlecht über irgendjemanden denken alleine wegen eines streits schon gar nicht über dich ich meine ich verstehe auch warum du dich so gefühlt hast und am ende habe ich meine sicht der dinge aufgezeigt auch wenn ich nervlich einfach zu fertig war um wirklich sachlich zu bleiben ich bin wirklich froh das zu hören auch wenn ich mich wirklich schuldig fühle wegen alledem aber wenn du wirklich so denkst dann lass uns einfach da weitermachen wo wir vor dem streit aufgehört haben ja ich kann und ich werde nicht so tun als wären diese dinge nie geschehen die Vergangenheit zu vergessen führt nur dazu dass wir ihre fehler wiederholen kurz dachte ich dass sie wütend werden könnte da ich ihr so widersprochen und vielleicht ihre aussage etwas umgedeutet hatte doch sie blickte einfach in die ferne hinauf in den stern himmel du hast recht das ist auch was Rondo gelernt hatte nicht war vor 100 Jahren hat er die Menschheit bekämpft im Bewusstsein dass ihre reine Existenz die Harmonie des Planeten stört doch als er dich wieder traf sah er die Fehler seiner Vergangenheit und lernte aus ihnen jeder kann lernen egal wie groß seine Fehler waren denkst du nicht auch die Weisheit in miras Worten füllte mich wieder mit Entschlossenheit ich stand auf und sprach meine Gedanken an wen genau sie nun gerichtet waren wusste ich selber nicht Mira den Himmel die Götter aber es war auch egal ja genau das glaube ich und genau dafür kämpfe ich mit Hilfe des Gottes der Harmonie können wir allen Wesen die Fehler ihres Krieges aufzeigen damit sie aus den Fehlern lernen können genau dafür werde ich kämpfen leise hörte ich Mira neben mir kichern siehst du das ist der Rubin den ich kenne das habe ich die letzten tage vermisst etwas beschämt über meinen eigenen Ausbruch ließ ich mich wieder nieder und geht es dir wieder etwas besser ja danke es hat wirklich gut getan wieder offen mit jemandem reden zu können ich weiß wirklich nicht was ich heute Nacht noch angestellt hätte wenn das nicht gewesen wäre dann ist ja wirklich gut dass ich gekommen bin wir brauchen dich nämlich noch in der gruppe weißt du durch diese worte schwand wieder ein kleines bisschen meiner guten laune hoffentlich ich habe mir aber selber schon geschworen wenn jemand von euch nach dem was ich heute getan habe das gefühl hat in meiner umgebung nicht mehr sicher zu sein dann werde ich nicht mit euch reisen niemand denkt so etwas da bin ich ganz sicher und selbst wenn dann soll ich im notfall selber dafür dass derjenige seine meinung ändert einen moment lang saßen wir beide einfach da die sterne im blick und keine sorgen im bewusstsein weißt du schon was du tun wirst nachdem wir diese reise beendet haben wenn endlich wieder frieden herrscht es wird alles anders sein das wissen alle von uns es wird so viele neue möglichkeiten geben und so viele neue freiheiten und vor allem so viele sorgen die einfach wegfallen kurz dachte ich über meine antwort nach doch relativ schnell war ich mir sicher was genau ich tun werde habe ich keine ahnung aber eigentlich ist es doch auch relativ egal ich hoffe nur was auch immer es letztlich sein wird dass ich dabei nicht alleine dastehen muss offensichtlich verstanden ihre genau was ich mit dieser antwort aussagen wollte sie stieß mir sanft in die seite und antwortete keine sorge mich wirst du so bald nicht mehr los ich habe gehofft dass du das sagen würdest ich weiß unser gespräch endete an dieser stelle letztlich auch wieder kehrte stille ein welcher nur welche nur vom wind und vom wasser durchbrochen werden durfte der mund sah aus als würde er heller strahlen als zuvor zumindest kam es mir so vor vermutlich war es aber nur meine einbildung ich weiß nicht wie lange ich noch da saß vermutlich nur einige minuten bis ich wieder kühles fälle an meiner seite spürte ein blick zeigte mir dass mir inzwischen eingeschlafen war es dauerte nicht mehr lange bis auch mich meine müdigkeit übermannte der tag der hinter mir lag war ein besonderer gewesen vielleicht war es der bedeutendste den ich in meinem leben je durchgemacht hatte ich hatte endlich die weit über meine vergangenheit rausgefunden auch wenn sie nur viele weitere fragen geöffnet hatte ich hatte mich noch weiter mit jason zerstritten als ohnehin schon obwohl ich mir vorgenommen hatte niemals so etwas zu tun klebte nun das blut eines menschen an meinen krallen zum ersten mal in meinem leben hatte ich wirklich das gefühl gehabt mir selber nicht vertrauen zu können zum ersten mal verspürte ich angst davor zu was ich fähig war wenn bedingungen es zuließen mira hatte erfahren was hinter jason's fassade wirklich steckte was ihn von allen anderen in dieser gruppe unterschied und doch war es nicht alles schlecht geworden denn trotz dass dieser tag mir all meine fehler und all meine schlechten seiten aufzeigte zeigte er mir auch dass es trotzdem immer noch jemanden gebe der auf meiner seite stünde als ich diese reise begonnen hatte hatte ich erwartet auf tödliche feinde und große abenteuer zu stoßen doch letztlich war die reise selber zum kleinsten teil des abenteuers geworden der kampf mit den eigenen emotionen neue freunde neue feinde neue liebe und neuer hass so viel war bereits passiert so viel würde bereits passieren und doch letztlich obwohl so viel geschah eines hatte mir der heutige tag klar gemacht ich war immer noch ich selbst und nichts und niemand würde dies jemals ändern können Kapitel 12 Rondos Mission ich wusste doch dass ich euch beide hier finden würde aufwachen ihr zwei Rondos Weckruf ließ mich aus meinen Träumen aufschrecken offensichtlich war ich noch am Kliff eingeschlafen genau wie Mira die neben mir gerade wach wurde es freut mich zwar dass ihr euch offensichtlich vertragen habt aber trotzdem müssen wir heute noch weiter ich habe vor innerhalb der nächsten zwei Wochen diese Reise beendet zu haben innerhalb von zwei Wochen solange wie es bis zu diesem Punkt gedauert hatte war diese Planung ziemlich knapp weil man bedenkt dass wir noch drei Tiere finden wollten wozu wir erst einmal einen anderen Kontinent bereisen mussten anschließend die Reise nach Irylius und die Beschwörung des Gottes der Harmonie aber es war auch verständlich dass Rondos Alec hatte mit seinen Plänen wo sind die anderen schon auf dem Weg zum Strand folgt mir damit die Gruppe endlich wieder zusammenstößt auch Mira wickte inzwischen hellwach da führt es wirklich Zeit also los Rubin die Gruppe braucht dich entschlossen stand ich ja auf nach Süden richtig exakt also auf wie vermutlich zu erwarten da wir uns immerhin bereits direkt am Meer aufhielten dauerte es nur Minuten bis wir einen weiten Kiesstrand erreichten der mitten ins Meer führte aus welchem die Sonne noch nicht ganz aufgestiegen war die drei restlichen Mitglieder der Truppe waren bereits hier gerade Win wirkte relativ erleichtert über unser Auftauchen du bist noch da Rubin ich dachte beinah du willst nicht wiederkommen ich rechnete bereits mit einer zynischen Bemerkung von Error doch tatsächlich schwieg sie Mira klärte mich flüsternd auf auch wenn sie es nicht zugeben will sie ist ziemlich beeindruckt von dem was du gestern getan hast gerade da sie ja so auf ihr Gesetz besteht sie will sich nur nichts anmerken lassen Jasons Reaktion hingegen zeigte mir nur erneut wie das Verhältnis zwischen uns wohl inzwischen aussah es überrascht mich auch ich dachte gestern Abend hätte gereicht um dich zu verscheuchen das hätte es auch fast aber zum Glück gab es noch jemanden der mir gezeigt hat dass nicht jeder mich für Schmutz hält der Schock in seinem Gesicht überraschte mich ehrlich gesagt ein wenig ein weiteres Wort kam jedoch nicht zumindest nicht von ihm also Jason wir sind am Meer du weißt was du zu tun hast ohne etwas zu sagen entstand am Rande des Meeres eine Brücke genau wie auf unserem Weg nach Perinium wir alle traten auf die Ranken und die Reise ging weiter nach Südosten müssen wir nun Rubin sobald wir da sind übernimmst du wieder die Führung ich denke die Wegbeschreibung großer Berg müsste genügen bereits durch diese Aussage hatte ich ein Bild vom letzten Kontinent welchen wir sehen würden im Kopf und nach einigen Stunden der Reise übers Meer zeigte sich dass dieses Bild korrekt war und auch Rondos Beschreibung mehr als genau bereits aus der Ferne war der riesige Berg das erste was ich von Pentalan erblickte wie ich bereits sagte dieser Berg ist unser Ziel brechen wir auf dann sind wir in nur wenigen Stunden dort diese Behauptung Rondos sollte sich als wahr herausstellen ich lief an der Spitze der Gruppe so wie Rondos wollte Mira direkt an meiner Seite der Rest war wieder einmal relativ unsortiert hinter uns die Reise zum Berg dauerte wirklich nicht lange doch das riesige Monument der Natur brachte in mir einige Fragen auf wie konnte etwas so mächtiges durch die Natur entstehen welche Wesen nannten so ein Ort ihr Zuhause und am allerwichtigsten wie zur Hölle sollen wir da rauf kommen es war recht offensichtlich dass auch andere aus der Gruppe meinen Gedanken teilten und damit meine ich alle außer Rondo beruhigt euch alle und hört mir erst einmal zu Stille kehrte ein gut wenn ihr mal kurz abwarten würdet dann wisstet ihr dass ich heute mal nett zu euch sein will ihr habt etwa 20 Stunden Erra war wieder einmal die erste um sich zu beschweren 20 Stunden bis da oben bist du komplett durch lass mich ausreden verdammt ihr habt 20 Stunden Pause auch wenn ich dich wirklich gerne mitschleppen würde Erra aber zumindest habe ich dann auch mal eine Pause von dir ich gehe da alleine hoch ich kann fliegen das macht es einfacher in spätestens 20 Stunden müsste ich wieder hier sein hat jetzt noch jemand Beschwerden nun ich denke es ist relativ eindeutig dass alle sich mit noch einer Weile Ruhe gut abfinden konnten dachte ich es mir doch aber wenn ich wieder hier bin sollen bitte auch alle versammelt sein klar ich werde dann eine neue Begleiterin mitbringen offensichtlich waren ihm Erras Gedanken vollkommen egal als er noch eine Frage beantwortete von der er wusste dass wir sie uns alle stellten und ich bin optimistisch dass sie unser Team mehr bereichern wird als unser letzter Zwischenfall bevor die angesprochene sich beschweren konnte war Rondo bereits weg einige Stunden Pause waren definitiv nichts was ich ablehnen wollte und es wäre eine gute Gelegenheit die Zeit nachzuholen die ich und Mira im Verlauf der Reise bereits verloren hatten Rondos Sicht die Lust auf irgendwelche Beschwerden war mir schon lange vergangen dementsprechend verließ ich die Gruppe bevor noch weitere von ihnen folgen konnten also bin ich wohl für den nächsten Teil dieser Erzählung dran also ich begann meinen Aufstieg so schnell ich konnte je weniger Zeit wir noch verloren desto besser zu schnell konnte ich allerdings nicht sein da ich dem Berg sehr nahe bleiben musste und nicht gerade nach oben fliegen konnte daran war der Wind schuld der in derartigen Höhen zu stark für einen schwachen Schmetterlingskörper war wenn ich doch endlich nur wieder wahr werden könnte aber egal mein Aufstieg begann es wäre einfach nur eine unnötige Zeitverschwendung jemand anderen mit auf diese Wanderung zu schleppen außerdem wusste ich dass einige von ihnen die Pause wirklich nötig hatten gerade Rubin ich wusste dass er selber nicht verstehen konnte warum ich handelte wie ich es tat er verstand nicht wie ich ihn nun unterstützte mit ihm mitfühlte nun wo er das Wissen hatte dass ich derjenige war dass er derjenige war der mich in mein Gefängnis verbannt hatte aus dem Jason mich befreite und ich erwartete auch nicht dass er es jemals verstehen würde niemand würde Gnade oder Vergebung von einem Gott der Dunkelheit erwarten kein Wesen konnte mich wahrlich verstehen aber alles hatte schon damals im Krieg begonnen ich stand mit einigen Tieren in gutem Kontakt viele von ihnen Vorfahren der heutigen Begleiter der Gruppe und immer noch frage ich mich wann in Eras Blutlinie etwas so schief gehen konnte und damals traf ich auch diesen Wolf einsam aber stark ein Feuerelementar wie er im Buche steht Rubin er war damals wahrlich ein undurchschaubarer Charakter gewesen geprägt von Narben seiner Vergangenheit was ihm jedoch alles zugestoßen war fuhr ich nie sicher vielleicht ist es aber auch besser so er war eines der wenigen Tiere die je selber auf mich zukamen ohne Angst vor meiner Macht er sagte er wolle sich mir anschließen im Kampf gegen die Menschen die ihm alles nahmen das waren seine Worte bereits damals erkannte ich eine gebrochene und doch reine Seele es war zugleich das erste Mal dass jemand wahrlich Teil des Krieges werden wollte von daher überlegte ich gar nicht erst wirklich ob ich ihn aufnehmen sollte das Feuer in Rubins Augen überzeugte mich der Wolf der sich als Rubin vorstellen würde wurde ein treuer Begleiter im Verlaufe des Krieges selten kämpften wir zusammen doch er brachte eine Sache in meine Existenz die auch diejenigen die ich manchmal sprach mir nicht bringen konnte ein Gefühl dass ich nicht alleine war und eine Bestätigung meine Taten waren rechtens er half mir die Botschaft meiner Prophezeiung in die Welt der Tiere hinaus zu tragen die Worte der Hoffnung für alle die Worte über eine gebannte Gefahr der Zukunft über Hoffnung für alle Tiere mir erzählte er mir etwas über sich doch ich fragte auch nicht es war schon immer meine Einstellung gewesen nur ein Wesen dass jemandem freiwillig etwas erzählt kann dies ehrlich mit Leib und mit Seele tun und dass Rubin nicht derjenige war der viel Vertrauen schenkte sah ich damals bereits auch machte er sich durch meine Worte und seine Art einige Feinde im Reich der Tiere doch es alles es alles schien ihm vollkommen egal und eines Tages geschah es dann dass er mir von einem Kristall erzählte welcher angeblich in der Lage sei das Schicksal der Menschen zu besiegeln er führte mich an diesen Ort und lockte mich in eine Falle all das Vertrauen das ich in Rubin hatte zerbrach in diesen Sekunden doch als die Kälte mich umschloss und mich in mein hundertjähriges Gefängnis sperrte hörte ich nun seine letzten Worte die er im Umkreis der Menschen aussprach die ihn nur nutzten doch nie verstanden und diese Worte waren es die mich über die einsame Ewigkeit begleiteten so nobel du sein magst und so viel sie mir auch genommen haben niemals werde ich zulassen dass eine Spezies aus Hass fällt diese Worte waren alles was mir durch den Kopf schwirrte in den Jahren der Versiegelung sie brachten mich zum Nachdenken es war offensichtlich er war kein schlechtes Wesen er stand nicht zu den Menschen da er mit ihren Taten sympathisierte er stand auf ihrer Seite da er offen war er akzeptierte selbst die die ihm alles genommen hatte genug um sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen es gar aufzugeben um ihre Vernichtung zu verhindern sie hatten ihm alles genommen und er nutzte sein ganzes gebrochenes Leben im geheimen Kampf gegen ihren Feind als ich Rubin so nach meiner Entsiedlung wieder traf war ich voller Freude ich hatte über seine Worte nachgedacht und verstandene doch es zeigte sich er hatte keine Erinnerungen mehr er war nicht mehr derselbe Rubin im Inneren nur körperlich und nun zu sehen was für ein Tier derjenige war dessen zerstörtes Leben ich einst sah erfüllte mich mit Freude immer noch brannte dieselbe Leidenschaft in ihm doch seine Seele war nicht mehr gebrochen dass nun die neunte Generation der Familie meiner alten Freunde der Berenus Blutlinie oder mehr simpel auszudrücken Mira an seiner Seite war verstärkte dieses Gefühl nur doch es schmerzte es schmerzte das Wissen zu haben was sie verlieren könnten sollten die beiden einen falschen Schritt gehen und diese Erzählung war letztlich auch genug um die ereignislose Reise auf den Berg komplett zu überspringen nahe dem Gipfel ersperrte ich bereits ein Nest in einer kleinen Aushöhlung und wusste ich war richtig bereits ihre Vorfahren hatten hier genistet und auch sie war nun hier ist jemand zu Hause? Hallo? eine leicht krächzige Stimme ertönte Rondo? bist du wirklich hier? eine kräftige Adlerdame trat aus der Höhle hervor natürlich bin ich das du musst Phönix sein nicht? der Name dieser Adlerdame kann nun leicht verwirrend wirken auf all diejenigen die den Phönix als einen Feuervogel kennen aber doch war dieser Adler kein Feuerelementar sie war die Vertreterin des Blitzes ja das bin ich meine Familie hat über Generationen hinweg Erzählungen über dich zu mir weitergegeben du suchst mich also auf damit ich Teil des Erwachens des Gottes der Harmonie werden kann ich sehe du bist gut informiert du machst es einfach also bist du bereit aufzubrechen die restliche Gruppe rastet am Fuße des Berges kurz schienen sie zu zögern doch natürlich brauchten manche einfach einen Moment vor einer derartig großen Mission natürlich lass uns losfliegen nur 9 Stunden hatte ich nach oben gebraucht 9 weitere würde es nach unten dauern die restlichen 2 Stunden würde ich der Gruppe trotzdem lassen sie konnten die Zeit sicher nutzen um Phönix schon einmal kennenzulernen sie würde bestimmt weniger Probleme machen als Erra also begann nun der Abstieg bald werden wir wieder bei der Gruppe und bei Rubin und seiner Freundin keine Sorge alter Freund ich habe deine Worte bis zu diesem Tag nicht vergessen auch wenn du selber es vielleicht hast ohne sie hätte die Reise nie begonnen und nie hätte ich die ultimative Einsicht gehabt bald wird die Welt die ultimative Klarheit erreichen die Fehler der Vergangenheit werden schwindende bald ist es soweit Kapitel 13 Die Schwäche der Sonne der nächste Morgen war inzwischen angebrochen und langsam wachten die Mitglieder der Gruppe auf einige wirkten besser gelaunt andere weniger ich denke die Zuordnungen sind recht offensichtlich es war bereits relativ spät jedoch waren die meisten von uns also alle außer Jason relativ lang wach geblieben die meisten von uns erzählten Geschichten aus ihrer Vergangenheit und es ist so seltsam ich es selber finde das zu sagen wenn man mal die richtigen Gesprächsthemen findet konnte selbst Errat zumindest erträglich sein zwar waren ihre Erzählungen weder offenherzig noch zeigten sie viel über ihre Vergangenheit aber zumindest waren einige von ihnen relativ unterhaltsam oft bestanden die Erzählungen zwar zu großen Teilen daraus dass sie sich über irgendwelche uns unbekannten Tiere lustig machte aber zumindest als unbetroffener konnte es auch relativ unterhaltsam sein gerade neben Miras noch eher düsteren Geschichten Win erzählte uns hauptsächlich von seinen großen Träumen und wie er auch hoffte dass unser Erfolg ihm dabei helfen würde dass er relativ gern eine ziemliche Schau abzog wussten ja zumindest bereits ich und eben Jason und Rondo die beide nicht anwesend waren nun aber erzählte er auch dass es tatsächlich sein großer Traum sei eine Art eigene Show vorzuführen bei der er mit seinen Elementarkräften Tricks zeigte Win, der grazilste Fettkloss des Nordens hatte Mira es treffend beschrieben und ob man es glaubt oder nicht Win meinte dass er überlegen würde tatsächlich diesen Namen für seine Show zu wählen also ich würde allein für den Namen zugucken es dauerte auf jeden Fall nicht lange bis am Himmel zwei Flugobjekte sichtbar wurden eines bekannter eines deutlich größer und unbekannt nur Momente später landete Rondo in unserer Mitte gemeinsam mit einem großen Vogel ich hoffe ihr habt eure Zeit gut genutzt es wird nämlich die einzig größere Pause bleiben aber die zwei Stunden die ich euch noch versprochen habe rasten wir noch macht euch idealerweise schon einmal mit eurer neuen Mitstreiterin bekannt bei dieser kleinen Vorstellungsrunde war die Gruppe wieder komplett vollzählig ein weiteres Mal stellte jeder von uns sich vor mal ausführlicher mal weniger ich war wirklich gespannt wie sich unsere neue Mitstreiterin geben würde nach Ära war klar es bereits der erste Eindruck wichtig war also mein Name ist Phoenix ich weiß nicht ob ihr meine Spezies kennt ich bin ein Adler Ron hat eine ziemliche Geschichte in meiner Familie deswegen bin ich hier eine wichtige Frage brannte uns allen unter den Nägeln doch Jason war der erste der sie stellte und wie stehst du zu Menschen wir haben da bereits ziemlich gemischte Meinungen in unseren Reihen ehrlich gesagt wusste ich nicht ob es wirklich eine so tolle Frage war gerade da es wirklich oft genug Streit über dieses Thema gab aber genau deswegen muss ich auch sagen gefiel mir Phoenix Einstellung relativ gut ehrlich gesagt ich habe so ziemlich mein ganzes Leben oben auf dem Berg verbracht nur manchmal hier am Fuß des Berges ich habe mir einen Menschen getroffen und möchte ehrlich gesagt nicht nur nach Erzählungen gehen deswegen bin ich eigentlich neutral was sie angeht eine weitere Einstellung gegenüber Menschen die uns in unseren Reihen noch fehlte doch zumindest in meinen Augen eine sehr willkommene im Prinzip fand ich eine breite an Meinungen immer sehr gut bloß Erra geht einfach schwer noch als Meinung und nicht als Propaganda durch alles in allem verlief diese kleine Vorstellungsrunde also tatsächlich relativ gut vor unserer Begegnung mit Erra hatte ich mich noch gefürchtet dass ein Wesen welches die Gruppe nicht zusammenschweißen könnte das Ende unserer Reise bedeuten könnte und auf keinen Fall traf Erra auf diese Beschreibung zu und nachdem dann noch so schreckliche Dinge geschahen war ich so kurz davor es alles hinzuschmeißen und meinen eigenen Weg zu gehen aber trotz all der Zwischenfälle war ich nun hier und diese Begegnung mit Phoenix war für mich ein Zeichen ein Zeichen dass die Dinge sich endlich bessern würden das Schlimmste war überstanden meine Hoffnung war nicht nur wiedergekehrt sie war sogar mächtiger als je zuvor scheitern es wirkte einfach nicht mehr möglich keine Hürde könnte größer werden als die Dämonen die ich bereits aus mir vertrieben hatte und so ging die Reise schon sehr bald weiter Rondo wusste natürlich auch schon wieder genau wohin wir uns nun begeben mussten also wollt ihr erst die gute oder die schlechte Nachricht hören natürlich würde jedes normale Wesen zuerst einmal die schlechte Nachricht hören wollen da sind wir uns wohl alle einig aber Erra antwortete am schnellsten und normal war bei ihr nichts die gute also was gibt's unsere nächsten Begleiter treffen wir noch heute wenn wir uns beachten es sind nur ein paar Kilometer bis wir überraschenderweise an einen Wald geraten ja sehr abwechslungsreich mal wieder und die schlechte Nachricht tatsächlich stellte sich sogar dies als positive Überraschung heraus ähm es gibt keine ich habe die Frage eigentlich eher aus Gewohnheit gestellt es gibt sonst so selten gute Nachrichten ohne eine schlechte ich denke es ist klar dass nicht einmal Erra sich über diese Gelegenheit beschweren würde und so machten wir uns auf mal wieder Mira und ich an der Spitze der Gruppe es geht nach Nordwest dort treffen wir bald auf einen Nadelwald in seinem Zentrum müssten wir den Wind Elementar treffen also Rubin führe uns an wie immer wenn alles gut lief würde uns noch am selben Abend nur ein einziger Begleiter fehlen und dieser lebte laut Rondos bisherigen Aussagen auch auf diesem Kontinent die Reise war tatsächlich schon beinah zu Ende die eigentliche Reise verlief dieses Mal einige Zeit lang problemlos ich bemerkte dass hinter uns Wind versuchte Jason aufzuheitern der irgendwie niedergeschlagen wirkte und Erra war davon genervt Rondo schwebte wieder eher in der Nähe von meiner Partnerin und mir und diesmal auch Phoenix die mit uns an der Spitze lief auch wenn ich mich jetzt ehrlich gesagt fragte weshalb sie überhaupt lief wo sie eben naja ein Adler war als ich sie darauf ansprach kam die Antwort kurz und in meinen Augen auch nicht wirklich sinnvoll aber letztlich ist wohl ihre Sache ich bin fast immer auf dem Berg da kann ich nicht viel anderes als fliegen es ist eine schöne Abwechslung endlich mal meine Füße auf festem Boden zu haben im Prinzip war das auch die einzige Frage die ich an sie stellte ein oder zwei unwichtigere Dinge eher Smalltalk mäßig kam noch von Mira aber hauptsächlich war es Phoenix die uns und vor allem mich ausfragte also Rondo sagte ja dass du die Gruppe auf den Reisen führst Rubini hieß du richtig? ich nickte wieso macht er das nicht selber? er kann fliegen, kennt die Richtung und ist doch eine Art Gottheit oder nicht weshalb lässt er so ein Wolf die Gruppe führen? das musst du wirklich nicht mich fragen ich verstehe nicht einmal weshalb er mich nicht hasst Rondo muss man nicht verstehen aber ich werde auch nicht einfach nein sagen der angesprochene selber schwebte immer noch Meter hinter uns und obwohl er uns eindeutig zugehört hatte schien er sich nicht zu einer Antwort verpflichtet zu fühlen dementsprechend blieb uns nicht wirklich etwas als einfach weiter zu reden und das Thema hinter uns zu lassen ich verstehe diese Art von Geheimhaltung passt wohl irgendwie auch zu einem Gott nicht und tut mir leid wenn die Frage vielleicht irgendwie unangebracht ist aber wie steht ihr beiden eigentlich zueinander ich meine ich bin erst seit ein paar Stunden hier aber ihr beiden wart in der ganzen Zeit nicht eine Minute auseinander ehrlich gesagt wusste ich nicht wirklich was ich dazu sagen sollte aber Mira selber hatte eine Antwort die meine Gedanken ganz gut zusammenfasste es ist in den letzten Tagen einiges passiert was uns beide ziemlich zusammengebracht hat wir kennen uns erst seit ein paar Wochen deswegen ist es für uns glaube ich auch etwas schwer jetzt schon so viel über unsere Beziehung zu sagen aber im Moment stehen wir uns auf jeden Fall sehr nah es gab für mich nichts wirklich zu ergänzen deswegen beließ ich es bei einem kurzen nicken na komm du brauchst doch nicht gleich so schüchtern zu werden was soll ich denn noch ergänzen du hast doch schon alles gesagt nicht nur Mira sondern auch Phoenix wirkten recht amüsiert jetzt hab dich nicht so ich mach doch nur Spaß ehrlich gesagt wusste ich wieder nicht wie ich reagieren sollte die Situation war für mich doch etwas unangenehm auch wenn ich selber wusste dass es nicht böse gemeint war doch bevor ich überhaupt die Chance hatte irgendetwas zu sagen unterbrach uns ein unheimliches Ereignis nach all den privaten Problemen und danach Erfolgen hatte ich den eigentlichen Grund unserer Reise schon beinahe vergessen bis es geschah wir aus dem Nichts drängten zwei Druckwellen uns zurück sie waren warm aber nicht so heiß wie der Sonnensturm beide von ihnen kamen direkt in Folge und Sekunden später wurde auf einmal alles um uns herum dunkel nicht der kleinste Funke erhellte die Umgebung zumindest nicht bis ich selber eine kleine Flamme erzeugte was ist los sind alle von euch in Ordnung ich hörte leise Antworten etwas hinter uns offensichtlich von Jason, Win und Erra Rondo hörte ich auch zumindest vermutete ich dass das Geräusch in meinem Kopf von ihm ausging doch es war ein heilender Schrei einige Sekunden später kehrte das Licht zurück die Sonne erstrahlte wieder normal am Himmel auch wenn ich das Gefühl hatte dass sie uns etwas weniger Licht spendete als zuvor nun wo ich meine Flammen auflösen und wieder jeden sehen konnte sah ich den teils schwarzen teils regenbogenfarbenen Schmetterling regungslos am Boden liegen Rondo was ist mit ihm können wir irgendetwas tun nur Sekunden später verschwand er einfach auf der Stelle als ich jedoch aufsah schwebte er dort wieder mir geht es okay aber die Sonne leitet Schmerzen wie nie zuvor wir hatten bereits einen Sonnensturm nun ist sie für Sekunden erloschen in spätestens einem Monat wird sie sterben ich fühle es entweder jetzt oder nie wir brauchen Dornamut so sehr ich es hasse wir brauchen Winn Winn sprach so ziemlich die Gedanken aus die auch ich hatte aber tatsächlich schien Jason Bescheid zu wissen ich habe schon von ihm gehört er ist wir haben keine Zeit für dieartiges Geschwätz heute Abend am Lager werde ich euch etwas über ihn erzählen aber jetzt müssen wir reisen dringender als je zuvor einerseits wollte ich Bescheid wissen über was auch immer Doronamut bedeuten sollte doch ich verstand Rondo vollkommen gerade da er offensichtlich selber unter dem Leid der Sonne litt also reisten wir weiter unsere Schritte nun noch etwas schneller zumindest bis uns auffiel dass anscheinend tatsächlich Rondo Schwierigkeiten hatte mit uns mitzuhalten wenn du dich beeilen willst dann halt dich ran es ergibt wenig Sinn wenn wir dann auf dich warten müssen nicht? natürlich war dies nicht gerade die freundlichste Weise ihm das mitzuteilen aber ehrlich gesagt musste ich schon irgendwo zustimmen sonst hatte Rondo mit Problemen gehabt mit uns Schritt zu halten und gerade jetzt trödelte er so wir warteten bis er uns eingeholt hatte wenn du doch von dem Sonnenausfall geschwächt bist dann kann ich dich auch tragen du bist immerhin nicht schwer ohne auf eine Antwort zu warten nahm ich ihn auf meine Pfote nur um sofort wieder abzulassen Idiot! du verstehst es nicht meine Pfote schmerzte beinahe als hätte ich sie mir verbrannt aber als Feuerelementar war das ja eindeutig unmöglich nicht? wie kannst du so glühen dass meine Pfote verbrennt? jetzt ist mein Element erstens ist das Feuer dein Element und zweitens würdest du deswegen auch nicht in die Sonne fassen nicht? ihr versteht nicht wer und wie ich bin es geht einfach nicht schneller dazu fehlt mir die Kraft und warum ihr mich nicht tragen könnt hat Rubin eindrucksvoll bewiesen morgen geht es hoffentlich besser aber heute werden wir es nicht mehr in den Wald schaffen so wenig ich das mag der Tag zeigt uns wieder einmal wofür wir wirklich kämpften der Sonne beide Schmerzen der Sonne hatten bereits jemanden verwundet der mir nahe stand so seltsam es bei Rondo auch klingen mochte und ich wusste beim nächsten Zwischenfall würden wir deutlich weniger glimpflich davon kommen Kapitel 14 der Sonnengott der Abend war inzwischen herangebrochen der Wald war bereits in Sichtweite doch wir entschieden uns noch eine Nacht zu rasten je nachdem wie sich der oder die nächste Begleiterin verhielt wäre es vermutlich gut Rondo bei vollen Kräften zu haben außerdem waren alle recht müde von der Wanderung bei diesen seltsamen Bedingungen und dazu kam unser aller Interesse an den Geschichten die wir hören wollten Geschichten über was auch immer Doron Amut sein sollte wer oder was dieses Wort fühlte sich irgendwie bekannt an und doch wirkte es fern wie die Sterne am Himmel also errichteten wir uns ein weiteres mal ein kleines Lager mit einem Feuer und warteten alle gespannt ab Rondo wusste genau was wir wissen wollten jedoch wirkte er nicht unbedingt in der Laune viel zu erzählen jedoch schien es auch hierfür eine Lösung zu geben also Jason du behauptest etwas über Doron Amut zu wissen dann erzähle uns doch mal etwas der angesprochene wirkte für einen Moment perplex hatte sich jedoch auch relativ schnell gefasst ah ja also ich habe einige Bücher gelesen in denen der Name erwähnt wurde Doron Amut ist der Name des Sonnengottes nicht wahr? exakt bestätigte Rondo und sonst viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht ich weiß dass er der Herrscher der Sonne und der höchste Gott dieser Welt sein soll er muss wohl mehr Macht haben als jedes andere Wesen wenn das alles war dann muss ich doch noch einiges erklären also das ist bereits gesagt Doron Amut ist der Sonnengott der höchste Gott dieser Welt er beherrscht die Sonne weshalb auch er unser Ansprechpartner sein muss er ist derjenige den ich auch immer als den Gott der Harmonie bezeichne er hat immer an das beste Ende geglaubt und war vom völligen Frieden überzeugt auch wenn ich denke dass die Ereignisse ihn etwas verändert haben zum Glück denn letztlich ist alles was hier geschieht seine Schuld er hat Menschen und Tiere gemeinsam leben lassen gesagt sie würden sich schon vertragen lächerlich einfach lächerlich doch um ihn zu beschwören brauchen wir den Naturbaum ein Spross der auf der Spitze des Berges in Erylius wächst doch nur die Sammlung aller Elemente kann ihn vollständig machen ihn auswachsen lassen wenn der Naturbaum blüht dann kann Doron Amut zurückkehren mit seiner wahren Macht auch wenn ich keine guten Erinnerungen an diesen Narren habe er ist der einzige der die Sonne retten kann die er selber verkörpert Doron Amut war also der Gott dessen Erscheinen unser aller Ziel war doch was meinte Rondramid dass alles was hier geschah seine Schuld war sein Name stammt aus der antiken Sprache der Natur in ihr steht das Wort Doron für Sonne und Amut bedeutet Gott simpel nicht die Sprache der Natur was meinst du damit es ist eine Art universelle Sprache die Welten übergeht jeder Gott nutzt sie und sie ist gleichzeitig so simpel vor allem die Antithesen welcher überall in der Natur eine große Rolle spielen werden stark hervorgehoben so nehmen wir zum Beispiel Wasser oder auf dieser Sprache Gaharan sein Gegenstück das Feuer ergibt sich eigentlich indem man einfach nur die letzte Silbe nach vorne stellt Rangaha so stellen sich viele Worte leicht und doch effektiv zusammen denkt ihr nicht ein simples Muster doch sofort erkannt sich eine tiefere Bedeutung also meinst du zum Beispiel wenn Sonne dann Doron bedeutet dann heißt Mond ein lachender Schalter in meinem Bewusstsein auch die anderen schien zu verstehen dann heißt Mond Rondo exakt clever gedacht mein Freund Moment auch wenn Rondo eigentlich eine Kurzform ist theoretisch wäre ich Rondo Amut Phoenix zog bereits Schlüsse aus dieser Feststellung also bist du im Prinzip das Gegenstück zu Doron Amut ja nein es ist debattierbar erzähl uns mehr was ist es zwischen dir und diesem Sonnengott Doron Amut war ein Narr eigentlich eigentlich ist ich doch ohne die Realisierung er glaubte an das Ewiggute in allem und jedem die Hoffnung auf den ewigen Frieden er hatte nie gedacht dass die Lebewesen seiner Welt Böses tun könnten doch auch er er von allen am meisten wird aus diesem Geschehenes lernen müssen also kannst du ihn und hast dich gegen ihn gestellt ich habe all dieses Leid auf dem Planeten gesehen und ich habe mich losgerissen ich bin ihm entflohen dem narrischen Optimisten Doron Amut so viel Macht doch so viel Realismus es war das Beste für alle ehrlich gesagt glaubte ich nicht dass ich der Einzige war der nicht wirklich verstand was Rondo hiermit meinte ihm entflohen war er eine Art Gefangener aber diese Theorie ergab wenig Sinn im Vergleich dazu wie Rondo den Sonnengott beschrieben hatte Rubin Jason einet ihr euch beide noch an den Tempel aus welchem ihr mich befreit habt Jason sprach aus was wir wohl beide dachten natürlich weshalb ich kann nicht beurteilen ich kann nicht beurteilen wie genau ihr die Bilder dort betrachtet habt wenn ja ist euch vielleicht ein Wesen ins Auge gefallen auf vielen von ihnen war ein Wesen im Zentrum oder am Rande zu sehen eine Art Pferd ist es euch aufgefallen? persönlich hatte ich ehrlich gesagt nicht einen Blick auf diese Malereien geworfen von denen hier die Rede war aber anscheinend war Jason neugieriger gewesen ich habe es gesehen gerade die Zeichnung die den Krieg zwischen Menschen und Tieren zeigte es thronte auf einer Wolke über dem Geschehen und blickte einfach herab genau diese Art von Pferd nennt man simpel wie die Sprache der Natur ist Einhorn dieses Einhorn welches auf all den Bildern war dieses Doronamut der Gott der über allem steht und hinabblickte auf den Krieg doch sich entschied nicht einzugreifen der Narr der Schuld an allem ist Ära wirkte von dem Gedanken tatsächlich amüsiert also ist er im Prinzip wie ich nur mit Horn und du meintest du wärst göttlich Rondo das bin ich auch du nicht so sehr ich Doronamut erachte auf eine Stufe mit dir stelle ich ihn dann bestimmt nicht mit diesem Ausbruch war das eigentliche Thema dann auch beendet und es stellte sich nichts mehr als ein Streit zwischen den beiden ein der Rest von uns ignorierte es so ziemlich wir kannten Error schon gut genug oder naja sagen wir zu gut somit endete auch dieser Tag und der nächste brach an recht früh am Morgen erwachte ich im Angesicht einer Sonne welche wieder ein wenig an Licht verloren hatte die Uhr tickte offensichtlich die Sonne war schwach und jeden Tag würde sie schwächer werden sobald unsere Zeit abgelaufen war würde sie erlöschen und unsere Welt würde verenden es war viel Druck der auf unseren Schultern lastete doch ich hatte Hoffnung keine Herausforderung könnte größer sein als das was wir bereits erlebt haben und nichts konnte unsere Gruppe stoppen und heute würde die Gruppe definitiv wachsen nur glaubte ich irgendwie nicht so ganz dass es problemlos klappen würde wir hatten erst einen Menschen getroffen der uns Böses wollte ehrlich gesagt glaubte ich nicht daran dass es dabei bleiben könnte aber ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen Rondo fühlst du dich heute besser als gestern eine wichtige Frage für unser aller Vorankommen welche jedoch glücklicherweise nach meinen Hoffnungen beantwortet wurde ich bin stark wie zu Beginn der Reise brechen wir auf auf das sie bald enden möge wir folgten seinen Worten genau die Stimmung wirkte gut abgesehen von kleineren Ausnahmen die ich denke ich gar nicht erst benennen muss und der Wald war bereits in Sicht dort würden wir auf Nummer 8 treffen wenn man Rondo dann zählt obwohl er kein Element vertritt Wind und Schatten fehlten noch wobei Schatten in diesem Wald deutlich logischer wäre allerdings hatte Rondo bereits gesagt dass wir Wind im Wald treffen würden und ich hatte Wind eigentlich vorher bereits auf dem Berg erwartet deswegen sollte ich wohl besser nicht darüber nachdenken wir erreichten den Wald in unter einer Stunde Reisezeit und kaum lief die Gruppe nun mit mir und Mira wieder an der Spitze zwischen den Bäumen hindurch spürte ich wieder ein Gefühl wie letztes Mal kurz vor der ersten Begegnung mit der Wölfel an meiner Seite es fühlte sich an als würden fremde Augen unsere Schritte beobachten unsicher wie sie in unserer Präsenz handeln sollten bald darauf raschelte das erste Mal das Gebüsch irgendjemand war hier offensichtlich darauf bedacht unauffällig zu bleiben genau deswegen war es das Schlauste für uns dem Wesen zu folgen wenn es nicht entdeckt werden wollte dann konnte es für uns schwerlich bedrohlich werden wenn wir es entdeckten so meine Gedanken deswegen folgten wir dem Rascheln durch den Wald bis wir in einer Lichtung ankamen etwas Suspekt wirkte es schon aber ehrlich gesagt machte ich mir keine Sorgen unsere vereinte Gruppe konnte niemand im Kampf schlagen jeder hier war ein Elementar wie schon beinahe zu erwarten begann bei unserem Tritt auf die Lichtung die Büsche überall um uns herum zu wackeln und Wölfe traten hervor dass es sich tatsächlich um Artgenossen handelte war für mich ehrlich gesagt eine ziemlich Überraschung jedoch änderte es nicht wirklich etwas an der Lage zwei von ihnen traten zu Mira und mir ihre Augen leuchteten grün es schienen zwei Pflanzen elementare zu sein sechs andere Wölfe waren mit ihnen auf der Lichtung anscheinend ohne Elementkräfte das hier ist unser Territorium weshalb seid ihr hier geht wir gehen sobald wir haben was wir brauchen wir suchen einen Wind elementar Wind in unserem Wald in diesem Wald soll nichts leben außer uns auch wenn mein Gegenüber versuchte bedrohlich zu wirken machte ich mir wirklich keine Sorgen lasst die Spielchen bleiben ihr habt hoffentlich nicht wirklich vor euch mit uns anzulegen guckt euch eure Gruppe an und dann unsere wir wollen euch nichts böses solange ihr uns in Ruhe lasst glaubt ihr wir hätten Angst vor ein paar Dahergelaufenen das hier ist unsere Heimat und wir verteidigen sie auch wie aus dem nichts ertönte zynisches Gelächter Rondo trat zu uns an die Spitze ein derartiges Verhalten war von ihm definitiv etwas Neues für mich du musst scherzen oder du kannst nicht tatsächlich an eure Überlegenheit glauben ihr seid zwei Pflanzen elementare und sechs Wölfe ohne Kräfte wir haben ein Wasser ein Pflanzen ein Eis ein Blitz ein Erd und ein Feuerelementar und dazu noch einen finsteren Demigott lasst uns das ganze hier friedlich beenden oder kurz geht mir aus dem Weg ich sah eindeutig den Zorn in den Augen unseres Gegenübers doch auch die Furcht in den Augen seines Begleiters welcher ihm sogleich etwas zuflüsterte kurz schwieg der offensichtliche Anführer des Rudels doch fand bald darauf die richtigen Worte für seine Aussage eure Kampfkraft ist beachtlich das muss ich euch lassen und ich sehe auch dass zwei starke Vertreter unserer Spezies in euren Reihen sind deswegen möchte ich mit ihnen verhandeln nicht mit dir Rondo du kennst mich und wachst es trotzdem dich zu widersetzen aber es ist ohnehin egal wir wollen nicht verhandeln wir wollen ein Tier in diesem Wald finden und dann gehen von der Sturheit des Anführers hätte selbst Ära noch etwas lernen können nicht dass ich wollte dass sie das tat aber möglich wäre es gewesen aber nicht in unserem Territorium zumindest nicht ohne eine Erlaubnis unsererseits dann gib uns die Erlaubnis oder wir holen sie uns dass es zum Kampf kommen würde war für mich ehrlich gesagt bereits gegeben es war eindeutig dass wir mit Logik oder auch offensichtlicher Überlegenheit keine friedliche Entscheidung herbeiführen könnten ich will meinem Rudel keiner Gefahr aussetzen deswegen werde ich euch nicht bekämpfen aufgrund meiner Einstellung überraschten mich diese logischen Worte aber gleichzeitig kann ich nicht wissen welche Gefahr von eurer Präsenz in diesem Wald ausgeht deswegen ich glaube nicht dass ihr selber kämpfen wollt begibt euch von hier aus nicht nach Westen der Osten des Waldes ist von hier aus viel größer doch im Westen liegt unser Lager bleibt von dort fern und am besten von allen Rudelmitgliedern dann werden wir eure Präsenz tolerieren ohne auf eine Antwort zu warten verschwand er und seine Gruppe mit ihm und jetzt? solange wir eine andere Möglichkeit haben vermeiden wir die Konfrontation wir gehen nach Osten wenn wir dort nicht fündig werden dann müssen wir wohl wieder herkommen zum ersten Mal standen uns also nun nicht nur Menschen als Feinde auf der Reise da nein dieses Mal waren es auch Tiere Kapitel 15 die 8 Elementare also machten wir uns im Osten des Waldes auf die Suche in der Hoffnung ohne größere Schwierigkeiten den Wind Elementar finden zu können wenn die Behauptungen des Rudelanführers stimmten dann hätten wir den größten Teil des Waldes frei zur Suche was definitiv ein Vorteil wäre ein Kampf gegen diese anderen Wölfe wäre in nichts als Zeit und Energie Verschwendung je weniger sie uns bemerkten desto besser im Prinzip unterschied diesen Wald nichts von den anderen die wir bereits auf dieser Reise gesehen hatten abgesehen davon dass es am Boden düsterer wirkte als in anderen Wäldern und wenn man nach oben blickte sah man noch dass dieser Wald rein aus Nadelbäumen bestand was unsere Suche exakt gar nicht beeinflusste dementsprechend war es ein Unterschied den wir einfach ignorierten ansonsten war es einfach wie immer ein Labyrinth aus Bäumen in welchem man schnell die Orientierung verlieren konnte wenn man keine fliegenden Tiere dabei hätte die über den Baumkronen Ausschau hielten allerdings hatten wir davon sogar zwei weshalb wir uns darum keine wirklichen Sorgen machen mussten zumindest wussten wir durch sie immer in welcher Richtung wir unterwegs waren und wo der Wald für den Notfall endete wir reisten einige Stunden so durch den Wald ohne wirkliche Spuren ich war mir bereits sehr sicher darüber dass unser nächster Begleiter wohl ein sehr kleines Tier war was der Grund dafür wäre weshalb wir wirklich nirgends eine Spur fanden diese Theorie ließ sich allerdings auch recht schnell wieder fallen als wir nämlich auf einen massiven zerbrochenen Ast stießen dieses Ding hätte kein Leichtgewicht brechen können schon gar nicht mit Absicht und ich ging optimistisch davon aus dass es in diesem Wald niemanden gab der aus Langeweile Äste zerbrach Hallo? Irgendjemand hier? Zwar wusste ich nicht gerade nach der Begegnung mit meinen weniger freundlichen Artgenossen ob es wirklich so sinnvoll war dass jemand derart Aufmerksamkeit auf uns zog doch gleichzeitig wusste ich selber dass es auch nicht mehr Sinn hätte noch Stunden in dieser Gegend umher zu irren was mich jedoch tatsächlich verwunderte war dass wir eine Antwort bekamen allerdings von einer schon bekannten Stimme Ja, aber niemand der euch begegnen will für einen Moment erschrak ich sollte noch jemand wie Erra der Gruppe beitreten es war das letzte was ich wollte aber in dem Moment wurde mir klar wer hinter dieser Stimme wirklich steckte auch wenn ich mich fragte was der Wolfsanführer auf einmal hier machte was willst du hier? du sagtest im Osten könnten wir suchen also lass uns in Frieden ich wollte sicher gehen dass ihr dir im Wald nicht schadet nun, jetzt wo wir uns hier begegnen kann ich es wohl erläutern in diesem Fall lebt irgendetwas das der Natur ständig schadet ich habe vermutet dass ihr dahinter steckt aber dass ihr selber jetzt erst hier auftaucht dann hat sich doch alles geklärt vermutlich handelt es sich bei deinem gesuchten ohnehin um den Wind Elementar den wir finden wollen wenn er uns begleitet dann verschwindet er aus dem Wald und ihr habt eure Ruhe ihr erwartet dass ich ihn einfach so ziehen lasse egal wer dieses Wesen ist er gefährdet das gesamte Rudel seit Wochen ach und was genau hat er getan? erst vor wenigen Wochen mitten in der Nacht ein glühender Wind ist durch den ganzen Wald geweht er hat Bäume umgerissen Wölfe verletzt und es war Wind es ist definitiv seine Schuld die kleine Hoffnung dass wir mit diesem Wolf vielleicht irgendwie doch auskommen könnten war bereits wieder fort dann hast du Unrecht das wovon du redest war ein Sonnensturm er war überall auf der Welt entstanden dadurch dass die Sonne stirbt die Sonne sterben? ihr glaubt an Märchen? so etwas kann gar nicht geschehen und wenn dieser sogenannte Sonnensturm wirklich von der Sonne stammen würde dann wäre der Wald vollends niedergebrannt ein Märchen du redest mit einem Sonnengott denkst du wirklich nicht ich wüsste was mit diesem Himmelskörper geschieht Sonnengott? ich dachte Rondo wäre das exakte Gegenteil aber vermutlich wollte er nur den Anführer überzeugen also geh wieder zu deinem Rudel und lass uns unsere Arbeit verrichten klar ihr erwartet wirklich dass ich euch einfach mit diesem etwas gehen lasse ich glaube euch kein Wort und ihr seid immer noch im Territorium meines Rudels also habt ihr mir zu gehorchen und wie willst du uns zwingen verdammt nochmal wir können im Kampf dein ganzes Rudel ohne Probleme bezwingen willst du uns alleine bekämpfen denn wir werden uns von dir nicht umstimmen lassen offensichtlich war der Anführer sehr zwiegespalten womit nehmt euch das Recht heraus in meinem Territorium so mit mir zu sprechen und euch mir zu widersetzen denkt ihr ihr werdet so wichtig? unsere Mission ist wichtiger als die Existenz deines gesamten Rudels und deine Sturheit wird dir noch schaden wenn du nicht bald nachgibst du hast 30 Sekunden um zu verschwinden diese letzte sehr eindeutige Aussage schien endlich genügend zu sein um diesen Wolf zumindest für den Moment loszuwerden und unsere Suche ging weiter jedoch nur für rund 45 Minuten denn nach dieser Art Zeit erklangen nicht weit von uns Geräusche sie klang wie lautes Rufen ein Streit der entfacht war und warum glaubte ich nur bereits zu wissen welcher Wolf dieses Mal wieder beteiligt wäre wir machten uns logischerweise direkt auf zur Quelle der Geräusche denn mitten der Bäume ersperrten wir so bald ein Wesen wie ich es noch nie gesehen hatte es war so riesig selbst Ära wirkte im Vergleich nicht mehr groß und natürlich der Wolfs Anführer gegenüber woher nimmst du das Recht meinem Rudel was anzutun erkläre dich ehrlich gesagt fragte ich mich wirklich wie es dieser Sturkopf überhaupt wagen konnte sich so einem Monstrum zu stellen jedoch zu seinem Glück wirkte der Riese alles andere als aggressiv ich weiß nicht wovon du reden könntest Junge du musst dich irren ich suche an diesem Ort nach Freunden alleine diese Aussage war genug ohne dass Rondo noch etwas sagte dieses Monstrum war der Windelementar sie stecken also wirklich mit dir unter einer Decke weshalb lügt ihr alle mir ins Gesicht und erwartet dass ich es nicht bemerken würde an diesem Punkt war es auch wieder einmal Zeit dass Rondo die Beherrschung völlig verlor sag mal bist du taub oder vollkommen blöd du dämliche Töle wann wirst du endlich verstehen was du für eine Scheiße von dir gibst nun schienen auch die Streitenden uns zu bemerken Rondo hier seid ihr alle ich habe schon gedacht ich würde euch nicht mehr finden könnt ihr euch nicht endlich aus mein Angelegen raushalten nerviges Pack du bist derjenige der sich in unsere Angelegenheiten einmischt und es reicht entweder verschwindest du sofort und trittst mir nie wieder vor die Augen oder ich muss überzeugender werden langsam erwartete ich schon dass er wieder zu feige wäre oder vielleicht einfach klug und deswegen verschwinden würde aber tatsächlich stien er dieses Mal entschlossen nah jetzt wo ich diesen Kerl gefunden habe werde ich nicht einfach verschwinden ich hatte erwartet dass Rondo zunächst einmal erst etwas weiter herum brüllen würde doch nein dieses Mal war es anders stattdessen wurde er plötzlich sehr ruhig Nylon Freunde tretet ein paar Schritte zurück er wandte sich wieder an den Wolf du willst also wirklich nicht aufgeben du willst weiter ein nah sein uns im Weg stehen ist es das was du willst nun wirkte der Stuhlkopf wieder etwas unsicherer versuchte aber sich nichts anmerken zu lassen wenn ihr meinem Rudel schaden wollt dann ja anstatt nun zu brüllen wurde Rondo nur noch ruhiger und ehrlich gesagt war dies viel Furchteinflößender als wenn er laut war so ist das du willst deinen Rudel verteidigen willst nicht dass wir ihn schaden auf einmal erloschen die Farben in Rondos Adern aus dem bunten Schmetterling wurde eine schwarze Einheit niemand von uns hat vor deinem Rudel etwas zu tun der Einzige der behauptet dass wir das würden bist du der Einzige der Lügen erzählt und andere verflucht der sein eigenes Wort über das andere stellt das bist du auf einmal strahlten die Adern in einem blutigen Rot und ich lasse mir das nicht mehr gefallen du behandelst einen Demigott wie einen minderen Narren ich zeige dir weshalb Menschen mich fürchten die Gegend rund um Rondo wirkte auf einmal verzerrt eigenartige Schallwellen durchquerten die Luft und endeten erst kurz vor mir mein Artgenosse stand jedoch inmitten ihres Einflussbereichs was soll das ist das Magie eine seltsame Art von Lichtstrahlen ging von Rondo aus gezielt mitten auf den Wolf wir alle realisierten zum ersten Mal sahen wir nun wirklich die Macht die Rondo wahrlich inne wohnte die Macht die aus einem äußerlich gar lächerlichen Insekt eine Bedrohung für die gesamte Menschheit gemacht hatte verwirrt versuchte sein Gegner sich zur Wehr zu setzen jedoch ohne jegliche Chance er schien keine Ahnung zu haben wo Rondo sich überhaupt befand du hast einen schwachen Geist nicht einmal die simpelsten Spiele mit dem Verstand überstehst du das Licht kehrte wieder doch dieses Mal hinterließ es deutliche Brandspuren auf dem Fell des Feindes ein leises Winseln ertönte von ihm Rondo es reicht Mira war die erste die tatsächlich einschritt was wieso dieser Na will es nicht anders er hat seine Lektion gelernt zumindest hoffe ich das für ihn und sein Rudel braucht ihn noch trotz allem sie sind nicht schuld an seiner Sturheit trotz seines Zorns schien auch Rondo die Wahrheit in Miras Worten zu erkennen und die seltsamen Wellen schwanken ohne irgendwelche Worte oder jegliches Zögern verschwand der Anführer sofort im Gebüsch hoffentlich hat er seine Lektion wirklich gelernt während Rondo sich noch aufregte trat das große Tier bereits zu uns dann seid ihr also die Gruppe welche Rondo versammelt hat es freut mich sehr ich bin der alte Elch Nylon meines Zeichens Windelementar ich wollte bereits anfangen unsere Gruppe vorzustellen als eine seltsame Stimme zwischen den Bäumen und sie unterbrach sind das etwa Fremde im dunklen Wald hehehehe raschelndes Laub erklang überall auch Rondo wirkte wieder aufmerksam auch wenn es schwer war seine Miene zu lesen Mangels Gesicht glaubt ihr alle denn wirklich dass an so einem Ort die Schatten nicht sehen was sie tut die Schatten du musst nicht in der Mehrzahl reden zum Glück gibt es von deiner Sorte nur ein nach diesen Worten Rondos trat ein eigenartiges Wesen aus den Schatten eine Art Reptil beinahe pechschwarz doch anders als Rondo hatte er zumindest ein Gesicht lass mir doch mal einen Spaß hast du denn ihre Gesichter nicht gesehen zu köstlich trotzdem brauchen wir keine Zeit zu verschwenden aber dass du hier bist ist wirklich eine tolle Neuigkeit Kumpel Kumpel wieso redete Rondo so vertraut mit diesem Wesen also Team ich habe wieder eine gute und eine schlechte Nachricht welche zuerst gibt es dieses Mal wirklich eine schlechte nein das hier ist Schatten bei dem langweiligen Namen hört man schon er ist Schattenelementar der Witzbold sollte eigentlich im Felsenmeer ein paar Stunden entfernt warten aber jetzt ist er hier und die Gruppe ist vollständig die eigenartige Echse begann mich seltsam zu eugen Rubin bin ich blöd oder bist du das? ähm kennen wir uns er hat keine Erinnerung an damals Schatten an damals? hieß das du bist über 100 Jahre alt? hehehehe ja was dagegen? ich kannte Rondo schon damals gut und dich kannte ich auch Rubin dich hier zu sehen ist überraschend ich bin ehrlich zumindest konnten wir uns da wohl recht sicher sein wenn Rondo dieses Tier persönlich kannte konnte er nicht allzu schlimm sein und auch Nilon wirkte zwar betagt aber freundlich Error blieb tatsächlich der einzig negative Zwischenfall was Gruppenmitglieder anging also wo wir nun tatsächlich alle versammelt sind wir machen uns auf nach Erylius die Reise endet bald nutzt die Zeit um einander kennenzulernen denn bald werdet ihr in die Geschichte eingehen eine Woche denke ich dann sind wir am Berg eine Woche ein volles Team die Reise war beinahe zu Ende es war beinahe geschafft es gab nur noch so wenig zu klären und bald würden wir Doronamut wieder in diese Welt bringen den höchsten aller Götter auch wenn ich nach all den Erzählungen hoffte dass er und Rondo sich nicht allzu schlecht vertragen würden Kapitel 16 keiner von ihnen 8 Elementare und ein Gott das war alles was wir benötigten um den höchsten Gott wieder auf diese Erde zu rufen all dies hatten wir bereits erreicht und nun stand nur noch die Reise nach Erylius zum Berg der Sonne an rund eine Woche verblieb so hatte Rondo erzählt Zeit die wir nutzen konnten um auch die neuesten Mitglieder unserer Gruppe kennenzulernen dass wir tatsächlich beide von ihnen auf einmal getroffen hatten war wirklich eine positive Überraschung gewesen ganz zu schweigen vom rein effizienten Nutzen des Ganzen laut Rondos Aussagen wäre zwar auch Schattensfels mehr nur ein paar Stunden entfernt gewesen aber diese konnten wir uns nun zweimal sparen durch den Mangel an Hin- und Rückweg und so bestritten wir diese letzte Wanderung Schnell wurde wieder klar wer sich mit wem aus der Gruppe gut verstand Nylon war so ziemlich der klischeehafte alte Mann der eigentlich mit jedem gut auskam Error wirkte etwas von ihm genervt aber das war weder ein Wunder noch etwas Neues Schatten hingegen war schon etwas problematischer dieses seltsame Wesen legte nämlich allen Wert darauf andere zu verarschen ich persönlich stand dem Ganzen relativ neutral gegenüber Mira und Phoenix schienen allerdings eher genervt Nylon konnte ich ehrlich gesagt nicht einschätzen Jason wirkte zu Gedanken verloren um sich irgendwie dafür zu interessieren und Vin und tatsächlich Error hatten tatsächlich ihre Freude daran man merkte bereits dadurch wie anders unser letzter Begleiter war dass Error ihn nicht zu hassen schien wobei ich inzwischen das Gefühl hatte dass sie auch Jason zumindest nicht zu schlimm fand gerade Rondo, Mira und mich allerdings aber keine Sorge es beruhte auf Gegenseitigkeit An sich verlief die Wanderung nicht anders als die meisten anderen Mira und ich ging gemeinsam an der Spitze und verbrachten die Zeit zusammen teilweise klinkten sich Phoenix oder Rondo ein der Rest der Gruppe lief wie immer etwas dahinter wobei Vin versuchte gute Laune zu verbreiten inzwischen jedoch unterbrochen von irgendwelchen Streichen die das einzige waren was Error zum Lachen brachte Erst am Abend des zweiten Tages am Lagerfeuer sollte zum ersten Mal etwas besonderes geschehen es kam wie aus dem Nichts alle saßen einfach da manche aßen, manche sprachen und auf einmal erhob jemand seine Stimme kann ich vielleicht kurz etwas sagen nachdem Jason gefühlt kaum gesprochen hatte seitdem wir unseren letzten Streit hatten wollte er jetzt eine Rede halten oder was irgendwie hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl bei der Sache aber es wäre wohl ungerecht ihm keine Chance zu lassen ok also in ein paar Tagen werden wir hier als Gruppe die Geschichte verändern wir alle kennen einander kaum mit nur wenigen Ausnahmen ich spürte wie Blicke auf mich fielen fragte ich mich ob sie dabei an Jason oder doch eher an Mira dachten und inzwischen besteht genau deswegen aber auch wegen einigen anderen Zwischenfällen kein Teamgeist deswegen haben wir uns eigentlich auch nie Team genannt und ich bin nicht dämlich wirklich ändern wird sich das auch nicht mehr aber trotzdem habe ich überlegt und egal wie wenig es manchen hier gefallen wird manche Sachen sollten innerhalb der Gruppe wohl besser klar sein bevor es zu spät ist in diesem Moment begann ich langsam zu ahnen worauf er wirklich hinaus wollte Miras Blick verriet dass sie dieselbe Vermutung hatte in dieser Gruppe sind verschiedenste Tiere versammelt ein Walross, zwei Wölfe, ein Pferd, ein Adler, ein Elch, eine Echse und ich aber ich bin kein Fuchs an diesem Anblick ist Rondo schuld der mir am Anfang der Reise eine Elementarkraft gab denn ob ihr es akzeptieren werdet oder nicht eigentlich bin ich ein Mensch Stille kehrte ein Rondo, Mira und ich warfen uns einige Blicke zu als die drei die bereits eingeweiht waren Du bist ein Mensch? willst jetzt auch irgendwie witzig sein oder ist an diesen Worten wirklich irgendetwas dran Rondo? Kurz schien er zu zögern doch schließlich antwortete er Ja, es ist wahr Ja, sonst ist der Mensch welcher Rubin aufgenommen hatte dass Rubin bei einem Menschen lebte wussten ja zumindest die meisten schon und dieser Mensch war niemand anderes als Jason Deswegen waren sie so gute Freunde Die Betonung auf Waren schien vor allem Jason einen Stich zu versetzen Ich hatte mich inzwischen damit abgefunden Über die Runde verteilt waren die Reaktionen sehr gemischt Es wunderte mich, dass nach dieser Antwort Error tatsächlich stumm blieb Sie schien tatsächlich nichts zu dieser Lage zu sagen zu haben oder zumindest nichts dazu sagen zu wollen Die drei neuesten Mitglieder unserer Gruppe kannten Jason noch nicht sonderlich gut deswegen saß der Schock nicht zu tief Schatten wirkte eher gesagt sogar amüsiert Ein Mensch in Rondos Gruppe? Sag mal, bist du irgendwie krank, Alter? Die Zeiten ändern sich wohl Phoenix kannte Jason nicht nur schlecht sie hatte ja bereits ihre Neutralität gegenüber den Menschen preisgegeben Milon wirkte recht gedankenversunken wohl eher mit der Lage an sich beschäftigt als mit der Person Jason Die einzigen beiden die von den Nachrichten wirklich umgehauen wurden waren eindeutig Error und Win Du bist ein Mensch? Das ergibt so viel Sinn? Ich hätte es wissen müssen Deswegen wusstest du nicht, wie du deine Elementkraft nutzen kannst Warum habe ich das nicht bemerkt? Die Reaktionen im Gesamten waren doch wirklich deutlich harmloser und hoffnungsbringender als man es vielleicht erwartet hätte Doch trotzdem wirkte Jason niedergeschlagen Und Hast du auch etwas dazu zu sagen, Mira? Wo du doch Menschen gerade so hast Es hat mich durchaus kalt erwischt Als du dich das letzte Mal mit Rubin gestritten hast Seitdem weiß ich Bescheid Zunächst schien ja gar nicht ganz verstehen zu können Was Mira soeben gesagt hatte Du wusstest es? Seit so vielen Tagen und trotzdem Hast du nichts gesagt? Seit dem bedeutenden Abend Von dem so oft bereits die Rede war War das Verhältnis zwischen Mira und Jason noch mehr abgekühlt Das wusste ich, wenn auch nur von Miras Seite Weniger tatsächlich aufgrund des Faktes, dass Jason ein Mensch ist Sondern eher aufgrund des Verhältnisses zwischen mir und ihm Ich wusste genau, dass Mira sich Sorgen machte Wegen meinem damaligen mentalen Zustand Und sie wusste, dass Jason keine unbedeutende Rolle gespielt hatte Dass es so weit kam Genau diese Kühle zeigte sie auch in diesem Dialog der beiden Glaub nicht, dass ich es deinetwegen getan hätte Rubin hat mich darum gebeten, es geheim zu halten Ansonsten hätten alle anderen es sofort erfahren Offenbar hatte Jason nichts mehr zu erwidern Weshalb er sich einfach ein wenig von der Gruppe entfernte Anscheinend mit dem Gedanken, dass die Gruppe ihn nur noch für sein Element brauchte Zum ersten Mal seit einiger Zeit Fühlte ich mich etwas schlecht, da ich ihn so sah Und ich entschied mich ein kleines Risiko einzugehen Ich werde mal mit ihm reden Offensichtlich war meine Wegbegleiterin nicht allzu begeistert von diesen Gedanken Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Vielleicht lässt er jetzt endlich wieder einmal normal mit sich reden Und wenn nicht, dann werde ich mich auch nicht länger in seiner Nähe aufhalten als nötig Keine Sorge, jetzt lasse ich mich wirklich nicht mehr in irgendeinen Streit verwickeln Kurz schienen sie noch widersprechen zu wollen, entschied sich jedoch dagegen Stattdessen nickte sie nur kurz und ich verließ das Lager Jasons Spur zu folgen war wahrlich das kleinste Problem an der Sache Er hatte nicht versucht unbemerkt zu bleiben und das merkte ich eindeutig Ich fand ihn schnell, alleine auf einem weiten Feld Offenbar hatte er denselben Gedanken, den auch ich nach meinem Kampf gegen den Jäger gehabt hatte Ein paar ruhige Minuten unter den Sternen Jason, kann man mit dir reden oder soll ich gleich wieder gehen? Ich... Ja, ich wollte dringend auch nochmal mit dir reden Ehrlich gesagt machte mir diese Aussage keine Hoffnung, nachdem wir unsere letzten Debatten endeten Warum... Warum hast du dich auf einmal entschieden, den anderen die Wahrheit zu sagen? Macht es einen großen Unterschied? Sie würden es ohnehin erfahren und so gibt es zumindest keine großen Geheimnisse mehr, wenn wir in die Geschichte eingehen Nun... Es gab wirklich nichts an dieser Logik zu bemängeln Er hatte Recht Du wolltest noch über etwas anderes reden, oder? Nein Okay, also Doch Also Es dauerte eine Weile, bis er die Worte fand, welche er suchte Hör zu, es tut mir leid, okay Alles Die ganze Scheiße, die ich abgezogen habe, seitdem wir Eurylius verlassen haben Was? Woher kommt das denn auf einmal? Ich... Ich habe erst an dem Morgen, an dem du der Gruppe wieder beigetreten bist, wirklich verstanden Welche Konsequenzen meine Aktion hatten Als du mir sagtest, dass du weitermachen kannst, da du weißt, dass es noch jemanden gäbe, der sich um dich sorgt Es... Es ist schwer zu erklären Ich habe dir ja schon am zweiten Tag gesagt, dass Mira mir suspekt sei Ich hatte weder einen Grund, noch das Recht sie so zu beschuldigen Es hat viel zu lange gedauert, bis ich selber überhaupt verstanden hatte Ich bleibe... Ich bleibe bei dem, was ich damals sagte Seitdem du sie kennengelernt hast, hast du dich verändert Aber Veränderung ist nicht schlecht oder unnormal Ich... Konnte sie nur nicht akzeptieren Wir kannten uns für Jahre und mit Mira Ich habe mich einfach gefühlt, als wäre es alles auf einmal vergessen Weil es all die Jahre nur wir beide waren Es gab niemanden sonst in unserer eigenen kleinen Welt Zumindest niemanden relevanten Das Problem war einfach Ich... Konnte Mira nicht akzeptieren Weil sie dir wichtig ist Und ich kannte dieses Gefühl nicht Diese... Eifersucht Dass nach all den Jahren auf einmal eine Wölfin da war, die dir so wichtig sein könnte Kurz gesagt Ich war zu eigensüchtig, um zu akzeptieren Dass du nicht immer auf mich angewiesen bist Nicht zwingend zu mir gehörst Erst als du am Morgen diesen Satz gesagt hast Habe ich erst bemerkt, wie schrecklich ich mich eigentlich verhalten habe Und... Ich... Habe zum ersten Mal auch realisiert Wer Mira wirklich ist Das war jetzt vielleicht etwas viel Vielleicht ergibt es für dich auch keinen Sinn, aber... Zumindest bin ich es endlich losgeworden Er hatte durchaus recht Es war wirklich etwas viel, um es so schnell zu verarbeiten Aber... Im Groben glaubte ich zumindest zu verstehen, was er mir sagen wollte So ist es also wirklich Es ist... Wohl ganz schön zu wissen, dass du mich trotz allem nicht hast Auch wenn ich ehrlich sein will Deine Motive rechtfertigen die Dinge, die du getan und gesagt hast nicht Ich weiß Ich weiß das Rubin Genau deshalb erwarte ich auch nicht, dass irgendjemand mir mein Verhalten verzeiht Trotzdem war es mir wichtig, dass du letztendlich Bescheid weißt, was mit mir los war In meinem Unterbewusstsein schwankte ich enorm Wie sollte ich nun handeln? Was wäre die richtige Reaktion? Ich... schätze deine Ehrlichkeit Ich hoffe, dass du inzwischen wirklich verstehst Wie wichtig Mira mir inzwischen geworden ist Ohne sie wäre ich heute nicht mehr hier Ich weiß und... Es wäre nicht zu einem kleinen Teil meine Schuld Es war da an sich noch alles, was ich sagen wollte In ein paar Tagen werden sich unsere Wege ohnehin trennen Es war für mich irgendwie doch eine Erleichterung, dass er selber bereits Bescheid wusste Ja Wenn nichts Großes passiert in den nächsten Tagen Ich meine natürlich wird Großes geschehen, aber... Ich meine innerhalb von der Gruppe Kurz zögerte Yasun doch Letztlich schien er doch noch etwas sagen zu wollen Ich weiß Ich bin nicht in der Position um dich, um irgendetwas zu bitten, aber... Können wir diese letzten Tage dann bitte nicht wie Feinde verbringen Das letzte was ich möchte ist, dass du gehst und mich auf immer als ein Feind im Gedächtnis behältst Ehrlich gesagt verstand ich zwar nicht ganz, was mit dieser Anfrage wirklich gemeint war doch Auch wenn ich immer noch unsicher und... Auch wütend war Entschied ich mich zuzustimmen Gut Für diese letzten Tage Und nur solange du auch Mira nicht behandelst wie eine Feindin Ich habe zu viel gelernt, um das noch zu tun Sie hat getan, was eigentlich meine Pflicht gewesen wäre Wenn ich ein guter Freund gewesen wäre Kapitel 17 Das Oberhaupt im Eis Bald darauf kam der große Tag Wir erreichten das ewige Eis All die mir so bekannten Landschaften In der Ferne erstreckte sich der Berg der Sonne in die Höhe Bis er beinah die Wolken erreichte Der Schein der Sonne wirkte gezwungen, nicht sonderlich stark Die letzten Tage der Reise waren doch anders verlaufen, als ich je erwartet hätte Die Gruppe reiste immer noch recht gespalten Nun reiste mit uns an der Spitze noch Jason und... Ob ihr es glaubt oder nicht auch Erra Zunächst war Mira von Keim der beiden erfreut Jedoch erzählte ich ihr von meinem Gespräch mit Jason und Wieder einmal war sie bereit ihn zu akzeptieren Allein meinetwegen Weshalb genau Erra jedoch zu uns an die Spitze kam War nicht nur mir zunächst ein Rätsel Doch die Überraschung kam erst als wir langsam begannen zu verstehen Anscheinend Hatte Jason es mit seiner distanzierten und unfreundlichen Art Welche er hatte seit wir Erra trafen Es tatsächlich geschafft sich irgendwie bei ihr beliebt zu machen Und aufgrund dessen schien Erras Weltbild über Menschen als naturgegebene Todfeinde wahrlich zu wanken Genau deshalb versuchte sie nun mehr über das Leben der Menschen zu erfahren und das aus direkter Quelle Also von Jason selbst Diese neue Gruppenverteilung steigerte auch die Laune in der zweiten Untergruppe Da Nylon der einzige war der sich an den Scherzen von Schatten und Wind nicht zu stören schien Der einzige dessen Laune nicht gut wirkte war Rondo Er blieb beinah die ganze Reise stumm mit den Gedanken offensichtlich an einem anderen Ort Erst an diesem letzten Tag als wir frühmorgens an der Küste von Irelius standen War er auch mental wieder voll bei uns Der Tag ist gekommen Heute werden wir die Welt verändern Es wird nie wieder sein wie zuvor Die Geschichte wird umgeschrieben Das Ende verhindert Also brechen wir auf Zum Berg der Sonne Gesagt getan Niemand hatte etwas anderes vorgehabt Wir alle wollten es hinter uns bringen Jeder mit seinen eigenen Motiven Erra entschied sich letztlich trotzdem bei ihrem Weltbild zu bleiben und Jason als die Ausnahme der Regel zu sehen Also kämpfte sie für das Ende der Menschen Mira und ich kämpften dafür ein neues Leben in Frieden beginnen zu können Jason kämpfte gegen das Gesetz welches er seit Jahren verfluchte Schatten und Phönix kämpften beide hauptsächlich für Rondo Und Nylon kämpfte um etwas zu bewegen Selbst in seinem Alter Jeder hatte andere Motive und doch alle dasselbe Ziel Nur noch wenige Minuten trennten uns vom Berg Als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand Der Himmel glühte rot Die wahren Ausmaße des Berges zeigten sich uns auf Doch der menschengeschaffene Aufgang würde die Besteigung an Leichtes machen Doch natürlich sollte es nicht so einfach werden Wir hatten schon beinahe die Treppe erreicht Als wie aus dem Nichts ein Pfeil aus dem Gebüsch geschossen kam Ein Mensch hatte uns entdeckt Mit einer Gruppe wie unserer wäre es jedoch kein großes Problem Wenn wir denn alle versammelt waren Ein Schütze trat aus dem Gebüsch Seine Atembrust bereits wieder im Anschlag Sein Blick auf unsere kampfbereite Gruppe gerichtet Du Ecke Verachtung ging von seinem Blick aus Gebündelt auf das eine Tier welches er kannte Mich Der Fakt dass es sich bei diesen Menschen um Arkadios persönlich handelte Würde den Kampf nur schwerer machen Um einiges Nicht nur war er der stärkste Krieger der Kolonie Gleichzeitig Könnten wir ihn doch nicht wirklich verletzen Er war trotz allem Jasons Bruder Du treibst dich also in der Nähe des Heiligtums herum Ich wusste sowieso dass du mit Jasons verschwinden zusammenhängst Dann ist wohl endlich der Zeitpunkt gekommen um dich zahlen zu lassen Ära war mal wieder ganz schnell mental dabei Der Kerl kennt dich und Jason? Woher? Er ist der Anführer der Kolonien der wir lebten Und mein Bruder Dieser Kerl ist dein Bruder? Ich dachte Geschwister werden sich auch bei Menschen ähnlich Manchmal aber nicht immer Egal es scheint so als wäre er auf der Suche nach mir Rondo du musst ihm sagen was los ist Wie auf Jasons Kommando erhob sich der dunkelste Gott aus unseren Reihen Zügele dein Zorn Mensch Der Ausdruck auf Arkadios Gesicht verriet dass ihm bereits der Anblick reichte Um den Schänder der Menschheit wieder zu erkennen Anders als bei Jason damals Rondo du lebst Wie bist du deinem Siegel entkommen? Ich sagte du sollst deinen Zorn zügeln Ich bin nicht dein Feind Genauso wenig wie diese Wesen Du suchst deinen Bruder nicht Nun Er hat den Tempel entdeckt Und das Siegel gelöst Du lügst Sorge dich nicht Mensch Ich habe ihm kein Haar gekrümmt Im Gegenteil Er und Rubin oder Ecke wie du ihn nennst Haben wir die Hoffnung In die Menschen erneut geschenkt Wir sind auf einer Mission die Sonne zu retten Wir müssen auf den Berg Um Doron Amut zurück zu bringen und diese Welt zu retten Wenn du das alles behauptest Wo ist dann mein Bruder? Sag es mir Für die Beschwörung Doron Amuts benötigen wir 8 Elemente Doch ich entschied mich es einfach zu machen Jasan ist hier doch Er ist kein Mensch Für diese Reise Habe ich ihm die Form eines Pflanzen Elementars gegeben Ich bin das Arkadios Erkenn mich doch verdammt Offensichtlich verstand der Anführer der Kolonie kein Wort von dem Was sein Bruder sagte Du behauptest also dieses Tier dort wäre mein Bruder Nenne mir einen Grund weshalb ich dir Glauben schenken sollte Du hast einst versucht meine ganze Rasse zu zerstören und nun soll ich dir eine derartige Geschichte abkaufen Ohne Vorwarnung zog er ein Speer hervor Vergiss es Ecke und du ihr beide steckt hinter seinem Verschwinden Das weiß ich Und ich werde euch nicht ziehen lassen Jetzt sei nicht so dumm Arkadios Realisier doch dass er die Wahrheit sagt Immer noch kam kein Wort bei seinem Empfänger an Ich habe zu viele Kriege gekämpft Um nicht gegen eure Gruppe anzukommen Rondo du wirst wieder fallen So wie damals Meine Vorfahren haben dich nicht versiegelt Da du die Welt retten wolltest das ist sicher Und so Entflammte eine Schlacht Unnötig wie keine Andere Zuvor Und keiner aus unserer Gruppe wusste Wie sollten wir vorgehen Wenn wir nur Irgendwie Arkadios davon überzeugen könnten Dass Rondo die Wahrheit sagte Könnten wir den Kampf auf der Stelle beenden doch Ohne dass er unsere Worte verstand War es unmöglich Ja sonst gibt es irgendetwas was du tun kannst Durch das er dich erkennen wird Wenn ich etwas wüsste hätte ich schon längst angefangen Glaub mir aber Ohne Worte habe ich keine Ahnung was ich tun kann Sehr schnell war klar Dass Arkadios es speziell wirklich auf zwei von uns abgesehen hatte Rondo und mich Die beiden mit denen er tatsächlich etwas verbinden konnte Die beiden Die er hassen konnte Ob er es sich nun einbildete oder nicht Die drei Waffen die der Anführer mit sich führte machten ihn zu einem vielseitigen Gegner Eine seiner größten Stärken Leider hatte ich ihn in meiner Zeit im Dorf beinah nie im Kampf erlebt Ansonsten könnten wir nun einen Vorteil haben Und auch Jason wusste nicht viel über die Kampftechnik Da er immer abgelehnt hatte sich im Krieg lehren zu lassen All die weniger Beteiligten in unserer Gruppe versuchten einfach ihn zurückzuhalten Und wenn möglich zu entwaffnen Jedoch hatte er nicht nur einen stählernen Griff an seinen Waffen Sondern auch einen schweren Schild welchen er effektiv führen konnte Rondo versuchte zunächst dieselbe Technik welche er bereits gegen den letzten Anführer Den der Wölfe genutzt hatte Jedoch schienen die eigenartigen Wellen nicht viel auszurichten Gegen den letzten Feind hatte Rondo davon geredet dass der Wille des Wolfes zu schwach gewesen war Und er deshalb von den Wellen beschadet wurde Eindeutig war Arkadios Wille deutlich stärker so wie auch er selber Natürlich machte das ein gottgleiches Wesen nicht wehrlos doch es glich die Bedingungen an Der Kampf wurde fairer es war kein sicherer Sieg für Rondo mehr Mein Feuer war ebenfalls wenig wirksam Vor allem aufgrund des massiven Schildes Welches von den Flammen vollkommen unbeschadet wirkte Unsere Zurückhaltung in dieser Schlacht war unsere größte Schwäche Denn keiner von uns wollte diesen Menschen wirklich zu sehr verletzen Jason wirkte den ganzen Kampf in Gedanken versunken Offensichtlich darauf bedacht Irgendeine Möglichkeit zu finden sich erkennbar zu machen Auch nach einigen Minuten schien der Krieger nicht nachzulassen Ja im Gegenteil Er passte sich an die Dinge an die wir taten und konterte sie um selber einen Vorteil zu bekommen Auch nutzte er immer neue Techniken eine schlaue Strategie seinerseits Er versuchte offensichtlich uns auszupowern auf Zeit zu kämpfen und seine wirklich starken Techniken erst zu offenbaren wenn wir bereits ausgelaugt waren Wirklich eskalierend tat der Kampf jedoch Als er begann mehrere Waffen zur selben Zeit zu nutzen Teilweise sie sogar zu kombinieren An einem Punkt spannte er auf einmal statt eines Pfeiles seinen Speer in die Armbrust und schoss ihn hoch in die Luft Auf diesen Angriff fokussiert merkte ich erst zu spät dass Arkadius nur noch ein Schwert ausgepackt hatte und erwischte mich kalt Mira die die Lage sofort erkannte kam mir zu Hilfe Beinahe meine gesamte Flanke hatte er erwischt Ich spürte die Seite kaum noch Nur Blut spürte ich welches an meinem Fell herunter lief In diesem Moment war ich so ziemlich hilflos Doch gerade als Arkadius siegessicher wirkte Offensichtlich mit dem Plan mich auszuschalten Schaltete Jason sich zum ersten Mal aktiv ins Geschehen ein Er stand knurrend und schützend vor Mira und mir Was Arkadius tatsächlich zu verwirren schien Weshalb bist du bereit dich mir so gegenüber zu stellen? Für einen simplen Wolf! Was ist los mit dir Fuchs? Außer Knurren bekam er keine Antwort Jason hat es aufgegeben sich irgendwie verständigen zu wollen Arkadius senkte sein Schwert So dass die Spitze direkt auf Jason zeigte Geh mir aus dem Weg Ich will den Wolf Niemals! Kurz verblieben beide Brüder in ihrer derzeitigen Position Doch tatsächlich Zog Arkadius sein Schwert anschließend zurück Kann es wirklich sein dass du das bist Jason? Wer sonst würde Ecke Rubin Wer auch immer So mit seinem Leben schützen Abgesehen von seiner Gefährtin Bist du es wirklich? Sich der Lage bewusst versuchte Jason irgendwie Zustimmung auszudrücken Mit Hilfe von Bällen und Nicken Ich! Sag mir Jason! Sagt Rondo wirklich die Wahrheit? Will er helfen? Dasselbe Prozedere Unsicher blickte der Krieger sich in unseren Reihen um Acht Tiere Acht Elemente und Rondo Das Ritual zum Wachstum des Baumes der Natur Und ich habe selber die Schwäche der Sonne bemerkt Also es ist wahr Jason Du warst auf einer Reise um diese Welt zu retten Eine Reise für die Harmonie Was die Sonne sterben lässt Ist der ewige Streit Deswegen Wollte ich einst die Menschen vernichten Ich sah sie als Auslöser der Zerstörung Doch ich erkannte dank Jason Dass Menschen und Tiere wahrlich gleich sind Also wollt ihr den Sonnengott beschwören Den höchsten aller Götter damit er Menschen und Tiere eint Und das soll möglich sein Trotz des Gesetzes der Natur Das Gesetz der Natur ist nichts als eine Untat der Wesen Eine Liege der Kreation Niemals Waren Tiere zum Krieg untereinander bestimmt Sie selber Erschufen sich diese Illusion Um einen niederen Instinkt Und unrechte Taten zu rechtfertigen Ich Ich glaube ich verstehe Gut ich lasse euch passieren Besteigt den Berg der Sonne und beendet diesen Krieg Wenn es das ist was ihr tun müsst Dann werde ich euch nicht im Weg stehen Und Sein Blick fiel auf mich Und wenn ihr irgendetwas braucht Dann sagt Bescheid Rondo Kurz spürte ich einen Blick des Finsteren auf meiner Haut Rubin Kannst du voranschreiten Ich versuchte mich wieder zu erheben Es war etwas schwierig aber ich schaffte es Ich denke schon Natürlich wirkte Mira etwas besorgt Bist du sicher? Du bist verletzt Es ist nicht so Als würde uns noch ein großer Kampf bevorstehen Er Wird ihm die reine Präsenz der Honamut sogar helfen Wenn er den Berg besteigen kann Dann wird es gehen Also Akadios Anführer der westlichen Irelia Wir werden nun aufbrechen Deine Hilfe ist nicht weiter von nöten Nach diesen Worten verschwand Jasons Bruder nahezu sofort Nach einem letzten Blick zu seinem Bruder Kapitel 18 Sonne und Mond Der Vollmond erstrahlte hoch am Himmel Als wir endlich mühsam die Spitze des heiligen Berges erreichten Hier oben wirkte der Mond so riesig dass man meinte er würde den ganzen Himmel bedecken Der Aufstieg war trotz des freien Weges kein leichtes gewesen vor allem jedoch für mich Meine Verletzung hinderte mich immer noch daran mich effektiv zu bewegen Ich Brauch kurz Ruhe Rondo im Gegensatz hierzu wirkte unermüdlich Sobald wir hier fertig sind wirst du wahrlich Ewigkeit zum Rune haben Rubin Es ist soweit Im Zentrum der Bergspitze befand sich Nichts Wir alle hatten zumindest einen Spross des legendären Baumes erwartet Doch nichts dergleichen war hier Folgt meinen Anweisungen Und wir lassen gemeinsam den Baum wachsen Wie eine Art Rezept trug Rondo die nächsten Schritte vor Wobei wir alle seinen Anweisungen schlicht folgten Ebene den Grundärer Sodass der Baum wachsen kann Schatten Füge die Dunkelheit in die Öffnung im Boden Auf dass es die Nahrung des Sprosses sein möge Jason Pflanze den Samen Der alles verändern wird Vin Gieße den Sprössling Auf dass er gedeihen möge Sofort als er in den Kontakt mit Wasser kam Schien der Setzling zu wachsen Nun haben wir einen gesunden Doch leider normalen Baum Er muss dem Stand halten Was die Elemente bieten Rubin Phönix Feuer und Blitz sollen den Baum stellen Gegen alles was die Natur bieten kann Mira Nylon Löscht das Feuer durch eure kühlenden Kräfte Alles war vollbracht Jedes Element wurde genutzt bei der Geburt dieses mächtigen Baumes Und Zwar wirkte er inzwischen vollkommen ausgewachsen Doch Macht schien nicht von ihm auszugehen Und nun zum letzten Streich Rubin Du hast diese Gruppe geführt Durch gute und schlechte Zeiten Du hast mehr erlebt als alle anderen Was dem Baum fehlt zur heiligen Vollkommenheit Ist der Geist der Lebewesen Fokussiere dich auf all die Dinge die du erlebt hast Auf die Dinge die du gesehen und gespürt hast Und bündle all diese Gedanken Egal ob gut oder ob schlecht In diesem Baum Ehrlich gesagt verstand ich nicht so ganz was Rondo wirklich wollte doch Trotzdem versuchte ich mein Bestes All die Ereignisse Die Freude Die Trauer Die Angst Ich erinnerte mich an alles Und versuchte Alles für mich abzuschließen An diesem Ort Mit diesem Baum Würde die Reise enden Die zwar nur Wochen dauerte Doch sich anfühlte wie Jahre Und Als würde ein Regenbogen geboren werden Begannen all die Blätter Des monumentalen Gewächses In verschiedensten Farben zu leuchten Ein Strahl aus Orangenem Licht Stieg von der Spitze des Baumes empor Mitten in den Himmel Das ist es Die Macht des Sonnengottes Doronamut Ich ließ dich hinter mir Vor so vielen Jahren Heute schuldest du es dieser Welt Wiederzukehren Und die Fehle wiedergutzumachen Die du einst begingest Es wird Zeit Das Rondo wieder verschwindet Dahin zurückkehrt woher er stammt Doch das Wissen eines anderen Lebens Für die Ewigkeit behält Vollkommen ohne Warnung Schwebte auf einmal der Schmetterling Welcher dieser Reise erst begonnen hatte Mitten in das Licht welches von dem Baum ausging Im Inneren des Strahles Schien sich etwas zu vollziehen Es wirkte wie ein Kokon welcher sich im Rondo bildete Eine Art Metamorphose Obwohl er bereits ein Schmetterling war Eine Verwandlung In ein anderes Wesen Ein Wesen mit Macht Die selbst die des finsteren Gottes Rondo Bei weitem überstieg Und nach etwa einer Minute entschwand das Licht Dort wo soeben noch ein riesiger Kokor geschwebt war Schwebte nun ein Wesen Wie ein weißes Pferd Edel und groß Doch an seiner Stirn hatte es ein Horn Es war so wie Rondo ihn beschrieben hatte Doron Amut Der höchste aller Götter war Wieder auf dieser Welt Rondo was Erklär uns was geschehen ist Die Stimme des mächtigen Gottes halte durch den Raum Es fühlte sich an Als würde sie die gesamte Welt erfüllen Ich habe euch alle getäuscht Vergebt mir für dies Ich vermag euch nun dazu bieten Was einst geschah Ich Doron Amut Der Gott der Sonne Blickte hinab auf diese Welt über die ich zu wachen vermochte Ich erblickte Schmerz und Trauer Leid in der gesamten Welt Und doch vermochte ich nicht die Wahrheit zu sehen Sie sind alle gute Wesen Bald werden sie sehen welches Unrecht ihre Taten sind Und Harmonie wird herrschen Das ist es was ich mir sagte Doch als die Zeit schwand Die Generationen verendeten Blickte ich hinab Und ich erblickte dasselbe Chaos Und ich erkannte Die Folgen meiner Taten Ich erblickte nun Eine Dunkelheit welche ich blind war zu vernehmen Und traf die Entscheidung Die wahre Göttlichkeit zurückzulassen Und auf diese Welt zu reisen Mit der Göttlichkeit Hinterließ ich Doron Amut Die Quelle allen Übels Die ewige Sonne welche ich sah War nicht mehr mein Ich widmete mich Hass und Dunkelheit Als Herr des Mondes Als mein eigenes Gegenstück Als Rondo Amut Einen Krieg führte ich Gegen die Spezies der Menschen Was nun im Krieg geschah Ist kein Geheimnis für die Wesen dieser Welt Ich erkannte die Wahrheit Und kehrte nun wieder Dank die Hilfe Euer Allah Und nun Habe ich eine gute Und eine schlechte Nachricht Die gute Nachricht lautet Dass der Tag angebrochen ist Die Sonne wird leben So wie vor dem Sturz der Harmonie Das Licht wird scheinen Wenn all die Fehler vergehen Geschichte wird sich ändern Die Welt nie sein Wie sie einst war Im Verlauf all unserer Reisen War Rondo selber also der Sonnengott gewesen Wessen Macht die Harmonie zu bringen vermochte Und wir hatten ihn gut genug kennengelernt Um seine Aussage deuten zu können Und eine schlechte Nachricht gibt es nicht Wir haben es geschafft Leute Doch Nicht immer kennt man jemanden wahrlich so gut wie man glaubt Dies ist nicht korrekt bin Heute Wahrlich Gibt es eine schlechte Nachricht Nicht für einen Doch für viele Alle ihr Die hier versammelt sind Und noch so so viele mehr Ich trat einst hinab in diese Welt Um anzuzetteln den Krieg gegen die Menschen Sie waren alles was den Frieden verhinderte All die anderen Spezies Waren reinherzig Nicht in der Lage zu niederen Taten So glaubte ich Ich traf Rubin und Jason Und ich begann zu überlegen Waren Mensch und die anderen Spezies so unterschiedlich Waren sie nicht doch alle gleich Und vieles geschah auf dieser Reise Viele Begegnungen Durfte ich erleben Und all dies Führte nun zu meinem Entschluss Ob Mensch Ob Wolf Ob Pferd All diese Wesen Sind identisch Nicht die Menschen Waren schuld am Krieg Waren schuld am Krieg Sie wurden bloß der gemeinsame Feind Aller anderen Spezies Doch Harmonie Ware Harmonie Ja so lehrt ihr alle mich auf dieser Reise Es ist nichts Wozu sterbliche Wesen Wahrlich in der Lage sind Solange Es Leben gibt Wird die Sonne leiden Eure Willen sind schwach Gebeugt von Instinkt Und deswegen Entschied ich mich schon vor längerer Zeit Dass ich nie wieder den Mensch als Feind sehen dürfte Nicht alleine Alle Lebewesen sind es Was der Harmonie im Wege steht Meine Fehler Muss sich nun beheben All das Leben Von der Oberfläche dieses Planeten Muss schwinden Damit dieser Ort Eine zweite Chance erhalten kann Niemand Darf überleben Und ihr alle Ihr werdet die Ersten sein Und auf euch Werden sie folgen All die anderen Wesen Doch Rubin Du Bist anders Viel hast du mich gelehrt Treue und Gnade Konntest du mir zeigen Dort wo ich selber sie nicht mehr finden konnte Du hast viel Hass erlitten Schmerz Und Trauer Du spürtest schon oft Den Hass aller Wesen Deswegen denke ich Nein Ich weiß Dass du wahrlich Verstehst Weshalb ich nun bin Rubin Du bist nicht wie sie alle Schließe dich mir an In meiner Größten Mission Du Und Mira Ihr beide verdient es verschont zu werden Von der Endzeit welche heute anbricht Werdet der Grundstein einer neuen Welt welche geboren wird Helf mir In diesen letzten Tagen des Chaos Es war wieder so viel was alles auf einmal geschah Doronamut wollte das Ende aller Lebewesen durch all den Hass und all das Leid Sie alle seien unfähig in Frieden zu leben und mich sei er als den der ihn verstehen würde Und der Wolf im Wald Was mit Jason alles geschah Der Jäger Ära Akadios Beinah die gesamte Kolonie der Menschen Doronamut sagte er wüsste dass ich ihn verstand Und er hatte Recht So viel hatte ich erlitten So viel getan Um mit Undank belohnt zu werden Für eine Harmonie gekämpft Die die Wesen nicht einmal wollten All diese Gedanken in Verbindung mit den Worten des Gottes erfüllten mich mit Zorn Zorn Heißer als die Flammen der Sonne Beinahe glaubte ich mich selber zu verlieren in der endlosen Hitze Es war wie damals als ich auf den Jäger traf und sein Leben beendete Ich war eine Kampfmaschine Blut klebte an meinen Krallen Alles durch die Menschen welche ich vor 100 Jahren traf Nur eine Sache war dieses Mal anders als bei der Begegnung mit dem Jäger Mein Wille war stärker als jemals zuvor Nach allem was geschehen war Dieses Mal Konnte ich für mich selber sprechen und handeln Nicht als willenloser Kämpfer So viel Blut wurde vergossen ohne jeglichen erfindlichen Grund So viel Schmerz gibt es in der Welt Durch Taten die niemand rechtfertigen kann So viel habe ich gelitten in beiden meiner Leben Ich wusste Du bist der dem ich wahrlich vertrauen darf Rubin Schon damals Ich ließ ihn nicht zu Wort kommen Als der Zorn aus mir heraus brodelte So viel habe ich durchgemacht um heute hier zu stehen Weil ich all die Zeit Hoffnung hatte Hoffnung dass Mensch und Tier Frieden schließen könnten Im Glauben dass niemand sterben müsste Auch meine Partnerin schon erschrocken von meinen Worten Rubin was redest du da du kannst doch nicht Du hast all dies gesehen und erlebt Rondo Um heute hier zu stehen und zu denken mein Wille wäre schwach Ich wäre so feige wie du selber Ich habe all die Jahre gekämpft All dies getan weil ich wusste dass es diesen Hass gibt Doch ich hatte Hoffnung dass ich dies ändern könnte Ich habe all die Wesen niemals aufgegeben und Nun stehst du hier als Wächter allen Lebens und Gibst all die Wesen auf welche du seit Jahrtausenden begleitest Niemals werde ich so schwach sein wie du in diesen Momenten Niemals werde ich aufgeben Für den Frieden zu kämpfen Alle um mich herum verstummten Ich spürte Mira die sich an meine Seite drückte Sie war wie all meine Begleiter froh dass ich diese Worte gesprochen hatte Mich nicht gegen sie alle entschieden hatte Doron Amut hingegen wirkte schockiert Trotz allem was du verspüren musstest All dem Elend All dem Schmerz Hast du wahrlich noch Hoffnung in diese Wesen Was ist es das dich antreibt Ist es Mut Ist es Hoffnung Oder ist es schlichte Sturheit Doch egal welches es nun ist Ich hatte mich seit langem vor dieser Entscheidung gefürchtet Ich betete dass du richtig wählen würdest Um euer beider Willen Doch Ich sehe Meine Gebete Blieben unerhört Wenn ich keine andere Wahl habe So werde ich auch euch entfernen Von der Oberfläche meines Planeten Keinen großen Kampf würde es mehr geben Das hatte Rondo am Fuße des Berges gesagt Ob er uns täuschen wollte oder wahrlich nicht damit rechnete dass wir uns wehrten Das wusste ich nicht Doch trotz meiner Wunden war ich wild entschlossen Und ich blickte zu der Gruppe die ich all die Zeit führte Team Hört mich an Wir alle haben eine große Reise bestritten Jeder mit anderen Motiven aber Alle mit einem Ziel Auch wenn wir uns alle nie gut verstanden haben Nie wirklich ein Team waren In diesen Minuten verbinden uns zum ersten Mal Ziele und Motive Lasst uns wahrlich ein Team sein In dieser letzten Schlacht Lasst uns gemeinsam kämpfen für unsere Zukunft Egal welches Element Egal welche Spezies Wir stehen jetzt alle zusammen In unserer letzten Schlacht Also Wer ist dabei? Wie soll ich Showmaster werden wenn wir alle verschwinden? Natürlich kämpfe ich Mein Leben ist mir wichtig Trotz allem was hier passiert Einmal stehe ich auf eurer Seite Das ist nicht der Rondo den ich aus Geschichten kenne Jeder hat ein Recht zu leben Ich habe zu viel erlebt Um heute alles enden zu lassen Viele Generationen sollen diese Welt noch erleben Rondo war für mich ein Freund Weil er ein Freund der Tiere war So etwas wie das was er nun will kann ich nicht unterstützen Auf mich kannst du sowieso zählen Und auf mich sowieso Rubin Lass uns diese Schlacht gewinnen Für unsere gemeinsame Zukunft Für die Zukunft aller Lebewesen Für die Wesen unseres Planeten Kapitel 19 Ewige Hoffnung Eine letzte Schlacht um das Schicksal einer ganzen Welt zu entscheiden Eine Schlacht gegen ihren eigenen Gott Der seine Welt aufgab Noch ist es nicht zu spät Dass du deine Entscheidung zu verändern vermagst Rubin Jederzeit erlaube ich es euch noch Dir und Mira Mir in meiner Mission beizutreten Für die Harmonie der Erde Noch ist eure Wahl nicht zu spät Doch solltet ihr weiter zögern Euch mir anzuschließen So mag es euer Ende bedeuten Niemals würde ich mich einer Mission wieder sein anschließen Darin hatte ich mich schon lange entschieden Und dies erkannte auch Dorona Mut Die Wahrheit liegt noch verborgen vor deinen Augen Ich spüre es genau Doch auch wenn mir die Allwissenheit nicht obliegt Die Sonne die mich leitet Erblickt alles was je geschehen ist Sodass deine Vergangenheit Dir Weisheit geben mag Ohne jede Warnung schoss ein Strahl aus seinem Horn hinab auf mich Die Welt um mich herum verschwand und ein Wald bildete sich Ein Wald der denjenigen in dem die Frauenzeif sehr ähnelte Und ich verstand was nun geschah Die Sonne welche Dorona Mut vertrat Hatte alles gesehen Und nun bot mir der Gott meine Erinnerung an mein altes Leben In der Hoffnung dass es mich umstimmen würde Und all der Schmerz der mich sofort durchfuhr Lies meine Gedanken still stehen Überall war Blut, Leib und Seele schmerzten mir Vier leblose Wölfe lagen um mich verteilt Zwei von ihnen offensichtlich Junge Die anderen beiden ihre Eltern Jäger standen überall um mich herum Ihre blitzenden Messer blendeten meine Augen Doch auch ein Mädchen war hier und stellte sich schützend vor mich Ein junges Menschenmädchen Welches mit den Jägern sprach Lass den armen Welpen in Ruhe Verunsichert zögerten die Jäger und die Szene veränderte sich Ich fand mich in einer kleinen Hütte Meine Schmerzen nun gemindert Das Mädchen war hier und reichte mir einen Fisch Allerdings bin ich zurück nicht bereit etwas anzunehmen Ich weiß kleiner Welpe du fürchtest dich Ich verspreche dich sie werden dir nichts mehr tun Erneut erblickte ich eine andere Landschaft Das Mädchen wirkte etwas älter Es musste einige Zeit vergangen sein Meine Scheu war auch verflogen Noch immer blickten mich die anderen Menschen an wie ein Monster Doch ich erwiderte es Dieser dunkle Gott ist zu mächtig für uns Er will alle Menschen ausrotten und wir haben nichts um ihn zu stoppen Ich hörte sie sprechen Ihre Stimme erfüllt von Sorge Und in diesem Moment schien es alles zu leuchten Eine farblose Welt wurde bunt Eine gebrochene Seele lebendig Ich konnte etwas bewirken Ich konnte den Menschen helfen gegen ihren tödlichsten Feind Wenn ich ihnen doch nur meine Gedanken vermitteln könnte Wie genau ich es tat wusste ich nicht Doch ich würde es auch niemals erfahren Denn erneut erblickte ich ein neues Bild Ich kehrte zurück ins Dorf nach einem Treffen mit Rondo Dem dunklen Gott Das Mädchen begrüßte mich in Freude Doch Sorge zugleich Ich war Rondos Helfer doch stand nicht auf seiner Seite Und wir hatten bereits einen Weg gefunden Es war ein wichtiger Tag Die Dorfbewohner hatten seit Wochen an einem Tempel gebaut Zu dem ich nun einen Edelstein brachte Du willst es wirklich tun, oder Welpe? Sie verstand meine Zustimmung Gut, gut, aber bevor du gehst Du bist kein Welpe mehr, nicht? Wenn du auffliegst, dann kehrst du vielleicht nie mehr hierher zurück Aber pass ja auf, klar? Der Stein Hatte seine Mission erfüllt Ein Stein an einer Schmetterling schmückte den Altar des Tempels Rondo war versiegelt Der Plan hatte funktioniert Und die Menschen feierten Doch ich Ich hatte mein Ziel erfüllt Alles, was ich je wollte Die Menschen hatten mir alles genommen Aber das Mädchen hatte mir bewiesen, dass sie Güte kannten Ich hatte mich revanchiert Und nun Ich konnte nicht weitermachen So sehr ich versuchte, einen Grund zu finden Ich konnte es nicht All die Jäger, welche Rondo mit mir versiegelt hatten Die legendären Helden, von denen auf Eurylius oft geredet wurde Blickten mich erstaunt an, als ich aus dem Tempel stürmte Hier auf diesem mir damals fremden Kontinent Durch Eis und Schnee rannte ich, bis ich eine Höhle fand Hier war der Ort Frost durchzog sie Die Temperatur lag weit unter dem Gefrierpunkt Hier Endete die Reise Und hier wartete ich Bis die Kälte mich umfasste Meine Vergangenheit hatte sich offenbart Nie hatten Menschen an mir experimentiert Sie hatten mich meine Familie gekostet Sie alle getötet, aber Mich aufgenommen Ich revanchierte mich im Kampf gegen Rondo Doch gab anschließend auf Doch festgefroren im ewigen Eis Verließ ich diese Welt nicht Genau wie Rondo versetzte es mich in einen ewigen Schlaf Und aus diesem erwachte ich 100 Jahre später Ohne Erinnerung an die Vergangenheit Es war nun alles so eindeutig Es machte alles Sinn Es kombinierte sich perfekt Und mit all diesem Wissen Fand ich mich wieder Auf dem Heiligtum der Sonne Der Kampf tobte Der Gott zürnte und Ich war nun entschlossen Haltet ein Alle Es wirkte beinahe unreal für mich Dass sie tatsächlich auf meine Worte hörten Der Kampf stoppte So hast du nun die Wahrheit Deiner Vergangenheit ablicken möge Die Waffe, welche du einst warst Für die, die dir alles nahmen So wäre es Wäre meine Vergangenheit eine andere Doronamut Die Menschen nahmen mir Heim und Familie aber Auch nahmen sie mich auf Und ich alleine entschied mich für sie zu kämpfen Du irtest von Anfang an Selbst damals nahm ich ein Mensch auf Bereits vor 100 Jahren Bevor ich mich selber In einen ewigen Schlaf verdammte Fast so ewig wie der Deiner Ich kämpfte damals aus dem Glauben Und auch heute tue ich es noch Keine Experimente, keine Waffen Ließen mich meine Beherrschung verlieren Wie bei dem Jäger Das einzige was mein Zorn erweckt Ist wenn jemand die bedroht Die mir am meisten bedeuten Willst du nun sehen, dass du im Unrecht bist Oder bleibst du bei deiner Forderung Deine gesamte Vergangenheit Soll nicht sein, welche ich mir ausgemalt hatte Die Sonne offenbart Dinge, die dich nicht von meiner Meinung überzeugen Doch gar im Gegenteil So muss ich wahrlich meine Meinung ändern Doch nicht über die Lebewesen Sondern über dich Rubin Du bist doch nicht anders als der alte Doronamut Du bist nichts anderes als ein Idealist Blind für die düstere Wahrheit Ich glaubte in dir jemanden gefunden zu haben Der wahrlich versteht Doch nein Ich irrte Niemals Hättest du verstehen können Ihr alle sollt fallen unter meiner strahlenden Göttlichkeit Nun begann der Kampf also auch für mich Doronamut hatte mich für einen Freund gehalten Alleine weil er meinte meine Seele zu verstehen Doch das hatte er nie getan Und nun wo auch er dies merkte War ich sein Feind Aber Rubin Wir haben diese Reise bestritten um die Sonne zu retten Wenn wir jetzt den Sonnengott töten Wenn wir dann nicht doch alle verenden Es ist närrisch von dir Mira Dass du wahrlich den Gedanken vertrittst Dass Sterbliche euren Maßes wahrlich in der Lage wären Einen Gott zu töten Niemand kann dem Unsterblichen das Leben nehmen Ich habe Rondo einst mit einem Rubin versiegelt und Heute werden wir Doronamut versiegeln Wenn er uns keine andere Wahl lässt Dann werden wir für unser Leben kämpfen Trotz dass der Vollmond hoch am Himmel stand Spürte ich die Kraft der endlosen Sonnenstrahlen Überall um uns herum Wenn wir diesen Kampf gewinnen sollten Wäre diese Reise vollkommen umsonst gewesen Immer noch würde die Sonne leiden Immer noch würde die Harmonie fehlen Doch wenn wir nun scheiterten Dann wäre alles vorbei Wochen und Monate die alles veränderten Und doch am Nullpunkt enden Sollten wir Erfolg haben Doch zuerst mussten wir einen Gott niederstrecken Für Sekunden versuchte Doronamut wieder seine Technik Welche er bereits als Rondo beherrschte Bei welcher die seltsamen Wellen den Raum erfüllten Doch sofort hörte er auf Im Bewusstsein Dass diese Technik gegen uns nutzlos wäre Wir waren nicht so schwach Doch trotzdem schien er keine Sorge vor seiner Niederlage zu haben Und Irgendwo war es verständlich Denn ich selber wusste nicht Wie wir ihn wieder versiegeln könnten Und wenn er wahrlich unsterblich war Wie konnten wir diesen Kampf gewinnen Auch schien der höchste Gott keine Gnade mehr zu haben Gegenüber niemandem Selbst seine Sympathie mir gegenüber war verendet Nach so vielen Jahren Doch es war mir recht Ich wollte nicht mit einem Wesen schwach wie ihm verbunden werden Natürlich war es nicht körperlich Natürlich war kampftechnisch gesehen Doronamut das stärkste aller Wesen doch Trotzdem war er für mich der Schwächste den ich je getroffen hatte Er gab alles auf worüber er war zu wachen Während selbst Hass geprägte Tiere wie ich noch voranschritten Der Kampf fand nun seit rund 10 Minuten statt Und Doronamut schien unzufrieden Mehr mit jeder vergehenden Minute Woher ist es Dass ihr euch das Recht nehmt Meine Welt zu bevölkern Euch mir zu widersetzen Wenn ich bin Weshalb ihr seid Frag dich selber wie du es dir herausnehmen kannst Alles Leben beenden zu wollen Kein Wesen, Gott oder nicht Hat das Recht über alles Leben zu richten Ruhe Deine närrischen Ideale des ewigen Friedens sind es Was all dies erst begonnen hat Nur weil ihr in dieser Schlacht Helden seid Heißt dies nicht, dass ihr die Guten seid Zwar mag ich der Böse sein Dies sehe ich selber Doch was ihr nicht akzeptiert ist Dass das was ihr Böse nennt Nicht immer das Schlechte ist Dass ich einst dachte du könntest verstehen Rubin War einer der größten Fehler des Heldentums im Inneren Entschwinde meiner Welt Naives Tier Erneut strahlte die Sonne aus dem Horn des Gottes heraus Dieses Mal jedoch als Angriff Nicht wie letztes Mal um mir letztlich zu helfen Jedoch war es für mich kein Problem einfach auszuweichen Ehrlich gesagt wirkt es beinahe lächerlich dass Doronamuts Zorn wuchs Nur weil ich einem seiner schwächsten Angriffe entgangen war Deine Art mir gegenüber zu treten Ist eindeutig zu entschlossen für das Was ich von dir an Respekt verlange Säulen aus Feuer schossen aus dem Boden hervor Und trennten die Mitglieder unseres Teams teils voneinander So sei es Rubin Wenn dein Wille sei mein Feind zu werden Und du nicht deine Entschlossenheit fallen lassen möchtest Dann werde ich dich Schmerz spüren lassen Schmerz Welcher dich in deinen letzten Minuten zerreißen wird Du glaubst wirklich dass du mir etwas antun kannst was schlimmer ist als die Dinge die ich schon erlebt habe Glaube mir du hast nicht die Macht dazu Deine Stärke mag dich auszeichnen Doch ich weiß dich zu brechen Ich kann dir antun was ich will Dies ist mir bewusst Doch was Wenn ich dir nehme was dir am meisten bedeutet Als ich gerade erst die Pläne des Sonnengotts realisierte Schnellte er bereits durch sein eigen geschafftes Labyrinth der Feuerwände Ich versuchte ihm zu folgen doch seine Geschwindigkeit übertraf die meine bei weitem und Er erreichte Mira sofort die zwischen mehreren seiner Säulen werlos gefangen blieb Erneut leuchtete sein Horn auf und ein weiterer Sonnenstrahl entsprang Und er traf Jedoch nicht sein Ziel Es war für mich unmöglich gewesen meiner Partnerin schnell genug zur Hilfe zu kommen Doch mein besten Freund war es das nicht Jason was tust du warum hilfst du mir Narr Weshalb bist du bereit dich selber aufzuopfern Für einen simplen Wolf welcher dir so viel Leid bescherte Hast du all die Dinge vergessen welche geschahen Die brennende Kraft der Sonne war gegen den Pflanzenelementar weniger effektiv als gegen eine Eiselementarin gewesen Doch trotzdem waren die Verbrennungen auf Jasons Fell deutlich sichtbar Ich habe mir mein Leid selber beschert Mira war nur diejenige die dafür gesorgt hat dass mein einziger Freund nicht darunter zerbricht Ich bin es ihr schuldig Wie Wie vermagst du es so zu denken Nach allem was geschehen ist Ihr alle Seid Narren Folgend Einer Ideologie Der Lügen Genug Ein weiterer Pfeil schlug direkt zwischen Doronamut und meinen Freunden ein Ein weiterer traf den Gott direkt in den Kopf Eine glühende Flüssigkeit welche Lava ähnelte Strömte aus der Wunde Als der Gott auf die Knie ging Und mehrere Menschen das Kampffeld betraten Kapitel 20 Harmonie der Tiere Vier Jäger strömten auf das Kampffeld Ihr Anführer war unser alter Bekannter Arkadios Doronamut Ich weiß nicht was hier oben geschehen ist Aber ich weiß dass ich mir diesen Wahnsinn nicht mehr ansehen werde Niemand wird durch dich sterben Langsam versuchte der Gott sich wieder zu erheben Doch sofort war ich bereit ihn abzuhalten Bleib am Boden Versuch gar nicht erst dich zu erheben Der Zorn des Gottes war spürbar Überall auf dem Berg Doch wehren konnte er sich nicht mehr Zum ersten Mal gesellte Arkadios sich tatsächlich zu mir Und hielt die Spitze seines Schwertes direkt auf Doronamut Erkläre dich was ist geschehen Und denke nicht daran irgendwelche Versuche zu machen Ja alle Alle Tiere Sind dasselbe Von Anfang gewesen Mensch und Tier Es war nie eine Unterscheidung Wo ist der Unterschied bedeutender Zwischen Elch und Wolf Zwischen Mensch und Wolf Menschen sind auch nur eine Spezies der Tiere Waren es schon immer Niemals sah ihr es Ihr Tiere der Erde Ihr wart alle gleich Alle verdorben in euren Wurzeln Doch die Sonne kehrt wieder Ich spüre es Die endlose Macht Die endlich eure Existenzen verenden lässt Sofort nachdem er fertig ausgesprochen hatte Verschwand er einfach vor unseren Augen Orangene Partikel flogen in die Höhe Näherten sich dem Mond Welcher glühte als wäre es die Sonne Überall um uns herum schossen Strahlen in den Himmel Offensichtlich von der Sonne auf der anderen Seite des Planeten Sie alle sammelten sich vor dem Mond in einem einzelnen Punkt Wie gezeichnet formten sich so Linien Eine Silhouette direkt vor dem Mond Ein langer Schweif Zwei Flügel Ein mächtiger Kopf Eine Zeichnung eines gar übermächtigen Wesens Und als der Künstler diese Zeichnung vollendete Erwachte sie zum Leben Die Sonne war stark wie niemals zuvor Der Sonnengott hatte neue Kraft gewonnen Und kehrte nun wieder In einer Gestalt mächtiger als jedes Einhorn Mit seinen mächtigen Flügeln Erhob sich das Monstrum in die Höhe Nur um kurz darauf im Sturzflug auf dem Berg zu landen Von nahem wirkte das Reptil doch noch etwas kleiner als aus der Ferne zu vermuten Doch trotzdem war es bestimmt noch dreimal so groß wie das Einhorn zuvor Endlich Die höchste Macht Der Sonnekraft in meinen Adern Mächtig als wäre sie nie fort gewesen Vermag mein Wille euer Ende zu besiegeln Denn nun kehre ich wahrlich wieder Und doch nicht Mit Kraft die ich selbst in Zeiten vor dem Leben niemals hätte finden können Der Drache der Gerechtigkeit und Harmonie erwacht Um ewigen Frieden der Erde zu bringen Immer noch Gab er nicht auf Im Gegenteil Der Kampf entflammte nun erneut Dieses Mal auch mit den Dorfbewohnern an unserer Seite Doch einem noch mächtigeren Doronamut gegenüber Es schien auch als habe der Gott aus seinen Fehlern gelernt Und seine größte Schwäche abgelegt Die Offensichtlichkeit seiner Angriffe Sie waren alle immer auf mich abgezielt gewesen Doch nun Schien er seinem blinden Zorn entronnen zu sein Und einen wahren Kampfgeist zu entwickeln Das Ziel nun keine Rache Sondern seine Scheingerechtigkeit Und uns erschwerte dies den Kampf Als Gruppe zumindest Für mich alleine wurde es so zumindest simpler Trotz all dieser Macht Auch neue Techniken schienen der Sonnengott In dieser mächtigsten Form zu beherrschen Der größte Unterschied zu zuvor war Das es nun wirkte als könnte er mehr kontrollieren Als nur die Sonne Beinahe könnte man glauben Dass er nun ein Herr aller Elemente war Und so kämpften wir weiter Seite an Seite Weiter und weiter Uns selber verloren wir beinahe aus den Augen Unsere einzelnen Schicksale waren egal Wenn jemand fallen würde von uns Für diesen Sieg dann wäre es das wert für sie alle Für alle Tiere Denn es war wahrlich wie Doronamuth es sagte Menschen waren nichts als eine weitere Spezies der Tiere Nur die Sprache trennte uns Mehr war es nicht Tiere müssten Hand in Hand miteinander leben Alle in Harmonie um der Sonne ihre Kraft erneut zu schenken Welche sie im Verlaufe der Jahre verlor Die Schmerzen welche die Personifikation der Sonne Doronamuth durch all dies erlitt Der Wahn in das es ihn trieb Es blendete ihn Es blendete ihn so sehr Dass er die Wahrheiten nicht mehr erblickte Selbst wenn sie so offensichtlich war Doch auch ich hatte sie erst sehen müssen bevor ich wahrlich verstand Beende diesen Wahn und hör mich an Doronamuth Nein Es ist zu spät für eure verzerrten Willen die Wahrheit vor meinen Augen zu beschmutzen Ich sah nie klarer als in diesen Minuten Und spüre die Gerechtigkeit meiner Taten Du hast deinen Nutzen überlebt naiver Wolf Selber verstand ich nicht was wahrlich geschah doch Ich fühlte erneut meine Wut aufkochen So wie bereits einige Male zuvor Nein Ich sag dir du beendest diesen Wahnsinn Du bist blind wie niemals zuvor Merkst du es denn nicht So schweige in meiner Anwesenheit Ich habe genug gehört von deinen Worten Auf dass du endlich schweigen mögest Für die Ewigkeit Die Welt um mich herum begann zu verschwimmen Erst dachte ich dass dies ein Werk des Gottes wäre Doch ich spürte bekannte Emotionen So wie bereits zuvor einmal Im Anblick des Jägers All meine Kontrolle wollte wieder schwinden Mein Zorn mich blind in den Kampf treiben Doch ich wusste genau Dieses Mal könnte ich nicht gewinnen Nicht gegen Doronamut Nicht alleine Die innere Dunkelheit durfte mich nicht mitreißen Nein, 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 nein Siehst du es nicht Doronamut Sag mir Woher diese neue Kraft kommt die du in dir trägst Sag es mir los Kurz verstummte er tatsächlich Sie Sie stammt von der Sonne Es ist die Kraft meines Symboles Ja Und nun sage mir Woher kann dir eine Sonne so viel Macht geben Die stirbt da es keine Harmonie gibt Wie kann die Kraft der Sonne so gewachsen sein Als die Dorfbewohner zu uns stießen Mir und meinen Freunden halten War es War es die Harmonie zwischen allen von uns Die Harmonie Welche du behauptest wäre niemals möglich Für Wesen wie uns Aber Nein Es kann nicht Ich Kann nicht Dies war der Moment Ein Moment der in mir ein Gefühl auslöste Welches ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen werde Das Gefühl Das die gesamte Welt nun in meinen Händen lag Meine Worte Alles verändern würden Ob nun im Guten oder im Schlechten Doronamut Du blicktest auf uns herab Seit ewigen Jahren Du sahst endlosen Krieg Endlose Leben die zerstört wurden All diese Anblicke ließen dich versinken In Zweifel und Verzweiflung Doch lange glaubtest du trotzdem Dass keine Tiere böse waren Und dies hast du getan Da es wahr ist Nur müssen die Tiere es selber erst erkennen Vor Jahrhunderten erlegten sich Lebewesen ein Gesetz auf Von welchem sie sich selber überzeugten Welches ihren Hass und ihre Wut antrieb Menschen und alle anderen Spezies Er schufen Gedankengut Welches sie zu Feinden machte Welches sie nie überkommen konnten Dafür kämpfe ich Und kämpfte ich schon in meinem ersten Leben Das sogenannte Gesetz der Natur muss schwinden Und alle Wesen realisieren Dass es keine wahren Feinde gibt außerhalb der Nahrungskette Und für diese Einsicht der Wesen ist es nicht zu spät Im Gegenteil Ich behaupte Dass der Zeitpunkt gekommen ist Noch immer wirkte der Gott unsicher Welche Entscheidung nun die richtige sei Aber Ihr versteht es nicht Ihr könnt nicht verstehen Ihr seht nicht die Fehler welche ich verschulde Alles was ihr behauptet hattet bis an diesen Punkt Waren Lügen denn Ich wachte nicht nur über diese Welt Vor tausenden von Jahren war ich selber es Der der ersten Generation das Leben gab Ich kreierte die ersten Tiere Ich kreierte alle Tiere Euer aller Vorfahren entstammt meiner Kreation Und ich kreierte sie alle mit diesen krankhaften Instinkten Ich kreierte all die Fehler die zum Krieg führten Ich muss wieder gut machen was ich einst erschuf Uns allen war an diesem Punkt klar Dronamut wollte nicht mehr kämpfen Noch versuchte er irgendwie an seinen Idealen festzuhalten doch Nur weil er selber sah dass er im Unrecht war Alles Leben ist dir entsprungen aber Wie kann das sein? Es ist der Grund weshalb euer aller Mangel der Harmonie Die Sonne quälte Die erste Generation war geschaffen aus der Kraft der Sonne In jedem Wesen steckt das Licht des Himmels Und somit Somit steckt auch in jedem Wesen ein Teil von Dronamut All diese fehlerhaften Gestalten als Abbild meines Selbst Ich war zu stolz um einzusehen Dass auch ich Macken hatte genau wie ihr alle Doch ja Vor tausenden und tausenden von Jahren Kreierte ich Leben aus der Kraft der Sonne Wieder strahlte der Mond in einem grellen Orange Spiralen der Funken drehten sich am Himmel Wieder sammelten sie sich alle in einem Punkt Doch dieses Mal war der Punkt nicht der Sonnengott selber Sondern ein Ort zwischen ihm und uns Und aus den Funken Entstand ein Tier Ein Wolfswelpe Die Sonne ist Leben Aus der Sonne entsteht Leben Seit 7000 Jahren Ist dieser Welpe das erste Wesen geschaffen von der Sonne direkt Dies ist die Macht der Kreation Dies Ist die Kraft die mich zum obersten Gott machte Die Kraft des Lebens Also erschufst du damals alle Spezies Egal ob Wolf, Mensch, Fuchs oder was es sonst so gibt Viele von ihnen entspringen meine Hand Andere entstanden im Verlauf der Jahre Polarwölfe wie unter anderem Mira Deine Spezies waren nie in der ersten Generation vertretene Erst als schlichte Wölfe Irelius beheimateten Entstand diese Unterart Und nun Stehe ich in euer aller Schuld Nicht nur brachtet ihr wahrlich Harmonie Ihr liestet auch mich das Licht wiedersehen welches sich aus den Augen verlor Und doch Die Botschaft des Lichtes und der Hoffnung muss erst in die Welt getragen werden Ohne nachzudenken traf ich eine Entscheidung Und dafür werde ich sorgen Ich bin ein Friedenskämpfer seit dem Tag meiner Geburt Und nun wo der Frieden erreicht werden kann Ist es meine Pflicht die Nachricht zu verbreiten So sei es Ich werde dich begleiten Und Jason Eigentlich müsste ich dir wohl die Kraft nehmen welche ich dir gab als diese Reise begann doch Andererseits Welches Recht habe ich dazu Erhalte deinen menschlichen Körper zurück Doch den des Fuchses werde ich dir nicht wieder nehmen Sei das Symbol für unsere Wahrheit Dass Mensch und Tier wahrlich eins sind Wieder flogen Funken überall durch die Luft Dieses Mal spendeten sie Jason die Macht seines alten Körpers Also wirklich Jason Du warst das all diese Zeit auf den Reisen Ja Das war ich Für den Frieden auch Wenn ich letztlich wahrscheinlich doch mehr Schaden angerichtet habe Als ich wahrlich half So vorderblickte Error eine Chance welche sie sich nicht entgehen lassen konnte Jetzt wo Jason es nicht mehr versteht Kann ich endlich wieder über ihn reden was ich will Aber zumindest sieht er ja selber ein wie hilfreich er war Das ist nicht nett Error Das stimmt Außerdem Glaubst du wirklich wenn ich immer noch ein Fuchs sein kann Kann ich euch nicht mehr verstehen Auf diese Reaktion hatte Error dann auch keine Antwort mehr Alle ihr Die ihr an diesem Ort versammelt seid Doch vor allem die Gruppe welche mich versammelte Ich danke euch Ihr habt ein Ziel erfüllt an welches ich selber nicht mehr glaubte Jeder einzelne von euch verdient den Frieden welcher nun in der Zukunft liegt Ich werde auf diesem Planeten bleiben von heute an Ich bin sicher wir werden uns noch begegnen Und trotzdem bitte ich es euch jetzt schon Lebt die Zukunft Welcher ich euch fast beraubt hätte Ihr verdient es Und Rubin Wir reisen gleich ab Wenn du mir noch etwas sagen möchtest dann auf dem Weg Doch vorher möchte ich auch nochmal kurz mit meinen beiden wichtigsten Begleitern reden An die beiden wandte ich mich Also, Jason Ich denke es ist Zeit dass sich unsere Wege einmal trennen Ich werde wiederkehren aber nun werde ich die Welt bereisen Im Namen des neuen Gesetzes Des Gesetzes Der Harmonie Mira Wirst du mich begleiten Ehrlich gesagt war ich mir bereits sehr sicher was sie antworten würde Deswegen war ich umso schockiert als sie es nicht tat Rubin ich Ich würde euch gerne begleiten an deiner Seite bleiben aber Sie blickte auf den kleinen Wolfswelpen welcher aus der Sonne geboren wurde Ich denke dass dieser kleine jemanden brauchen wird der sich um ihn kümmert Alleine wird er nicht zurecht kommen Und ich bin nun mal die einzige Wölfin hier Ich sah wie sich Tränen ihren Augen sammelten Es tut mir leid Ich würde so gerne mit dir reisen aber ich würde mir niemals vergeben wenn ihm etwas zustößt und Ich unterbrach sie Ich verstehe dich Mira nur eine Sache möchte ich von dir wissen Wirst du auf mich warten Ich Ja Ich werde warten und wenn es Jahre dauert Ich verspreche es und Überraschenderweise wandte sie sich auf einmal von mir ab Ja Son Vielleicht ist das ganze jetzt vollkommen seltsam aber Nach allem was geschehen ist nach dem wie die Zukunft aussieht Auch ich habe gelernt und will den Menschen verzeihen Auch der Welpe sollte in dieser neuen Welt aufwachsen können Zwischen allen Spezies Glaubst du dass wir in eurem Dorf unterkommen könnten? Auch der angesprochene wirkte sehr aus der Bahn geworfen Fing sich aber schnell wieder Äh ja natürlich Ich Bin dir ohnehin noch einiges schuldig Ein letztes Mal weinte Mira sich noch an mich Dann Werde ich hier warten Rubin Im Dorf zusammen mit dem kleinen Welpen Versprich mir nur dass du wiederkommen wirst Natürlich werde ich das So schnell ich es nur irgendwie schaffe Bin ich wieder hier Kurz verstummten wir beide Bevor sie sich ein letztes Mal an mich presste Ich werde ich vermissen Auch wenn wir uns erst seit einigen Wochen kennen Es fühlt sich an als wäre es schon für immer Es ist viel passiert in diesen Wochen und Gemeinsam haben wir es überstanden Wir sehen uns wieder Versprochen Nach diesen Worten war die Zeit gekommen Eine Reise endete Die nächste begann Doch diese Geschichte Sie endet mit diesen Zeilen Vieles lernte ich auf dieser Reise Vieles erlebte ich Ich fand Tiere die mein Leben für immer veränderten Und es noch verändern würden Doch was wahrlich das wichtigste war Egal was geschah Ich verlor nie die Hoffnung Denn Hoffnung war es Was mich an mein Ziel brachte Hoffnung und Harmonie Dies ist das was alle Wesen verbindet Alle Wesen Unseres Planeten Wir sehen uns 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 Uffern Auch Wir sehen uns Gern Wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Reise war vorbei und wir hatten unser Ziel wahrlich erfüllt, trotz allem was geschehen war. Nach dem bedeutenden Tag wurde diese Welt eine andere. Nichts war mehr wie zuvor. So stark waren die Veränderungen gewesen, dass eine neue Zeitrechnung begann. Zumindest wurde dies entschieden, wenige Wochen später, als alle bemerkten, dass es wahrlich nicht nur eine temporäre Veränderung wäre. Der Tag der Wiederkehr-Rondos war nun der Tag Null des Zeitalters der Einigkeit. Und diese Einigkeit kehrte wahrlich ein. Das Dorf, in welchem ich lebte, war ein perfektes Beispiel. Es war wie als wären unsichtbare Grenzen um die Hütten geschwunden. Tiere gingen ein und aus, niemand war einander feindlich gesinnt. Manche Tiere begannen auch mit uns Menschen zu leben und... Ja, ich sollte wohl keine derartigen Unterscheidungen mehr treffen, aber... Es ist schwer, sich umzugewöhnen. Allgemein fiel es mir ehrlich gesagt recht schwer mich an, all das Neue zu gewöhnen. Auf der Reise war es für mich einfach, es war etwas komplett anderes, aber... Dies... Dies war mein Alltag, wie ich ihn kannte, oder... Eben auch nicht mehr. Denn alles war anders. Rubin war weg, stattdessen lebten nun Mira und Sonne mit mir in der Hütte. Sonne ist simpel, der Name, welchen Mira dem Welpen passenderweise gab. Ein Welpe und eine Eiselementarin halfen meinem Gewächshaus jedoch weniger. Aber auch dies war kein Problem, da unter den Tieren, die regelmäßig ein- und ausgingen, auch ein paar hilfsbereite Feuerelementare waren. Die Gruppe, welche diese Reise gemeinsam bestritt, teilte sich tatsächlich etwas weniger auf, als ich erwartet hatte. Nylon hatte sich schnell entschieden, dass die Kälte auf Irylius für ihn kein Problem wäre. Und er die Rückreise nicht mehr antreten wollte, vor allem aus Altersgründen. Schatten... behauptete zumindest zu bleiben. Gesehen habe ich ihn aber seit Monaten nicht mehr. Es war allerdings wahrscheinlich, dass er sich irgendwo im Wald herumtrieb und nur auf die perfekte Gelegenheit wartete. Mich zu verarschen. Phoenix war ein Gegenbeispiel zu dieser Regel. Zwar überlegte auch sie zunächst, ob sie nicht auf diesem Kontinent bleiben sollte, jedoch konnte sie sich wirklich nicht an die Kälte anpassen. Sie kehrte einfach zurück nach Pentalan, aufgrund ihrer Fertigkeiten, ohne dass sie hierfür Hilfe benötigte. Ich hatte bereits angeboten, sollte jemand in seine Heimat zurückkehren wollen, würde ich bei der Überquerung des Meeres helfen. Jedoch ergab sich daraus ein großes Problem. Es gab genau ein Tier, welches am Boden lebte und nicht auf Irylius bleiben wollte und das war Ära. Also zwei Tage auf Reise, allein mit ihr. Es war im Prinzip genauso spaßig, wie es sich anhört. Kaum hatten wir Perinium erreicht, kehrte ich wieder um und überließ Ära sich selbst. Sie selber schienen damit kein Problem zu haben. Und somit blieb ja auch nur noch Vin, der ohnehin bereits auf Irylius gelebt hatte. Nachdem nun alles so gekommen war, wie er es sich von Anfang an erhofft hatte, hatte er sich seinen Traum tatsächlich erfüllt. Am Meer konnte man alle paar Tage nun beäugen, wie ein wahrer Showmaster mit seinem Partner agierte. Und, ich verarsche euch nicht, Vin hatte seine Show doch tatsächlich den Namen, den Mira einst Scherzab vorgeschlagen hatte, gegeben. Vin, der grazilste Fettkloß im Norden. Doch wie bereits erwähnt, allein fand seine Show tatsächlich nicht statt. Er hatte sich mit einem Menschen zusammengetan. Einem Meister der Kampfkunst, der jedoch sein Talent nun nicht mehr effektiv nutzen konnte. Doch in Zusammenarbeit mit dem eleganten Schwabbel konnte er es in der Show immer noch gut einbringen. Ja, ich rede von meinem Bruder Akadios. Nun, wo der Krieg nicht mehr stattfand, war einfach weniger Planung eines Anführers vonnöten und sollte man sie doch mal brauchen, wandte man sich nun an mich. Akadios hatte seinen Titel abgelegt und mir übergeben. Offensichtlich hatte er seine Sicht auf mich doch sehr geändert. Aber irgendwo machte die Entscheidung auch Sinn, da ich als einziger jede Spezies verstand. Und nun zu Mira und Sonne. Es war eindeutig, dass gerade in den ersten Wochen immer noch eine gewisse Furcht Miras vorhanden war, ein Unbehagen gegenüber Menschen. Doch je mehr Zeit verging, desto erschwand es. Stattdessen legte sie ihren Fokus auf den Welpen, für den sie eine Mutter war. Auch wenn schnell klar wurde, was doch vieles erleichtern würde, Sonne selber wusste, dass Mira nicht seine leibliche Mutter war. Aber ihr Verhältnis trübte das trotzdem wenig. Jeden Vollmond, seitdem einst dieser Himmelskörper den Frieden einläutete, stellte sich Mira hoch auf einen kleinen Hügel nahe dem Dorfe. Es war für sie eine Art Ritual geworden. Ab seinem vierten Lebensmonat machte er auch Sonne mit, als beide jeden Monat aufs Neue den Vollmond anheulten. Monate vergingen, das Leben verlief weiter. Auch wenn ich selber merkte, manchmal in einer einsamen Minute schien Mira doch sehr niedergeschlagen. Jeden Monat sorgte sie sich mehr um ihren Partner. Nie erreicht uns ein Wort von ihm. Jeden Monat schien sie Hoffnung zu verlieren. Bis zum Vollmond des zehnten Monats. Wieder einmal dasselbe Ritual wie jeden Vollmond. Und nur eins war diesmal anders als die neun Male zuvor. Denn dieses Mal, hoch oben auf dem Berg der Sonne, schien es beinahe als riefe der Vollmond zurück. Das Brüllen eines mächtigen Drachen und das Heulen eines Wolfes erklang von der Spitze des Berges. Und sofort wussten wir, es war soweit. Der Friedenskämpfer kehrte zurück. Und an diesem Punkt war es, dass das Leben eine gerade Bahn einnahm. Ein ruhiges Leben voller Frieden. Selbst Dorona Mut setzte sich zur Ruhe. Nun, wo die Botschaft in der Welt verbreitet war. Er lebte nun auf dem Berg der Sonne, doch reiste immer noch häufig. Im Dorf geschah nicht viel Besonderes. Da meine Hütte für drei Wölfe und mich doch etwas zu klein war, entschied ich, dass die Familie ein eigenes kleines Heim haben sollte. Wobei mir ein paar andere aus dem Dorf halfen. Somit lebte ich zum ersten Mal seit vielen Jahren tatsächlich alleine. Aber meine Freunde waren gleich nebenan. Auch wenn sie sich so lange nicht gesehen hatten und Sonne seinen Vater beinahe nicht kannte, schienen in der kleinen Familie alles prima zu laufen. Und so geht das Leben weiter und führt uns in eine Zukunft, die für alles offen und doch voll von Frieden ist. Heute, wenn ich diese Zeilen schreibe, sind zwei Jahre seit Beginn der neuen Zeit vergangen. Veränderung kann etwas Schönes sein. Zwar hat es oft auch Nachteile, aber die Vorteile überwiegen beinahe immer. Im Moment habe ich nicht viel zu tun. Oft verbringe ich recht viel Zeit mit Sonne oder eben damit dies zu schreiben. Sonne verbringt seine Zeit derzeit eher ohne seine Adoptiveltern, da die beiden doch ziemlich beschäftigt sind. Wie es wohl wird, wenn er bald eine Schwester bekommt. Nur die Zukunft kann es zeigen. Eine blühende, eine strahlende Zukunft. Für alle.